Der One Piece Eisbär von absoluten Fantheorien wie den bösen Shanks, Dragon's Side bei der Marine oder Namis wahren Eltern bis hin zu warum Ruffy wirklich der König der Piraten werden möchte oder was der Ursprung der gesamten Serie ist oder kompletten Hintergrundwissen wie zum Beispiel das, dass Oda einfach mal eine Nami-Cosplayerin geheiratet hat. Hier ist wirklich alles dabei. Ihr werdet heute einen absoluten Deep Dive in das ganze One Piece Franchise erleben. Und ich sage euch, One Piece ist einfach viel zu viel. Ich meine, wenn das hier der Naruto Eisberg gewesen ist, dann ist das hier der One Piece Eisberg. Ich habe mal wieder das Internet durchforstet und extrem viele One Piece Eisberge verschmolzen, um den ultimativen One Piece Eisberg zu erschaffen. Wer den Eisberg-Trint noch nicht kennt, hier geht es darum, dass wir immer tiefer in die Materie eintauchen. Desto tiefer wir gehen, desto mehr Fan seid ihr in der Serie. Vielen Dank beim Support vom ersten Eisberg-Video und ich sage damit, wir gehen richtig rein in die absolute One Piece Greatness. Level 1 Das One Piece ist die Reise mit unseren Freunden. Nein, natürlich nicht. Denn durch den Verlauf der Serie als auch Ichiro oder also dem Autor der Serie wissen wir bereits, dass das One Piece etwas sein wird, was die Welt verändern wird. Wir wissen auch durch Rodders Worte gegenüber dem One Piece, nämlich Wir sind zu früh, dass das One Piece etwas sein muss, was nicht nur metaphorisch gesehen, sondern auch in einer physischen Form existiert. One Piece sollte nur fünf Jahre lang gehen. Wir wissen natürlich oft, dass Oda gesagt hat, dass One Piece irgendwann oder bald zu Ende geht. Wir haben ja mehr Aussagen von ihm, dass One Piece noch fünf Jahre geht und dann geht es noch acht Jahre oder so. Aber es gab eine ganz frühe Angabe von ihm, wo er gesagt hatte, dass er damals gedacht hatte, dass One Piece nur fünf Jahre gehen wird. Also insgesamt. Nur mal kurz für euch als Vergleich. Das würde heißen, dass One Piece mitten im Skype hier aufgehört hätte. Also rein von der Länge her. Wir haben aber von ihm erfahren, dass One Piece sich verlängert hat, weil ursprünglich hat Oda geplant, dass man eben nur gegen die Yonkos, also gegen die Kaiser, kämpft innerhalb der Story. Dann ist ihm aber das Sieben-Samurai-System eingefallen und er wollte diese Charaktere unbedingt designen und deswegen wurde One Piece noch länger. Und ich denke einfach, dass das immer wieder passiert ist, dass Oda das und jenes machen wollte und sich die Story so verlängert hat. Das Grundgerüst steht, aber ich denke, das ganze Grundgerüst ist mittlerweile viel größer geworden. Ich finde es auch sehr interessant, wenn man sich mal anschaut, welche Charaktere zu Anfang sehr wichtig waren, wie zum Beispiel Buggy, Shanks, Vivi, Crocodile. Das sind alles Charaktere, die zu Anfang da waren und die jetzt gerade eine wichtige Rolle spielen im aktuellen Geschehen von One Piece. Also man merkt wirklich, dass Oda die Story geplant hatte und sie dann verlängert hat, was nicht irgendwie schlimm ist oder so, aber es fällt definitiv auf. Crocodile ist eine Frau. In Impel Down haben wir gesehen, dass Ivankov etwas über Crocodile weiß und Crocodile, ja, sehr angespannt war, dass Ivankov das Ganze verraten würde. Wenn wir das damit verknüpfen, dass Crocodile bei der Hinrichtung von Roger vor etlichen Jahren nur mit dem Hinterkopf gezeigt worden ist und Ivankov die Fähigkeit hat, Geschlechter zu tauschen, ist hier die Idee ganz nahe, dass eben Crocodile damals eine Frau gewesen ist. Durch die Live-Action-Serie kam jetzt letztes Jahr Wind in die ganze Sache, weil wir gesehen haben, dass bei Rogers Hinrichtung eine Frau da war, die durchaus als weibliche Version von Crocodile durchgehen könnte. Inaaki hat ebenfalls einen Tom Holland abgezogen und hat gesagt, dass Sir Crocodile in der ersten Staffel auftaucht. Also ist diese Person aktuell unser bester Guess, was eben Crocodile sein könnte. Und man könnte ja sagen, dass die Live-Action-Serie, an der Oda sehr viel mitgearbeitet hat, hier eventuell ein kleines Foreshadowing eingebaut hat. Und Iceberg. Ja, also jetzt mal im Ernst, das wäre doch einfach weird gewesen, wenn Iceberg nicht im Video drin gewesen wäre. Iceberg ist Iceberg, ihr kennt ihn alle. Um euch nochmal ein bisschen was mitzugeben, er ist eine Anlehnung an eben George Clooney. Ja, Iceberg. One Piece hat keine Endings. Seit neuestem hat One Piece wieder Endings, aber seit 2006 gab es keine Endings. Vorher gab es ein paar und die sind echt bangers. Also manche Endings sind wirklich feier, aber irgendwann hat One Piece damit aufgehört, Endings zu droppen. Was sehr komisch ist, weil normalerweise werden Endings gedroppt, um die ganze Zeit eines Anime, einer Anime-Folge zu strecken. Normalerweise geht eine Folge 24 Minuten und das Ending geht ebenfalls 1 Minute 30. Und so könnte man sich eben ein wenig Zeit sparen. Aber bei One Piece ist es so, dass die Openings etwas länger gehen und die Recaps ebenfalls sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, um eben zu kompensieren, dass man keine Endings hatte. Warum Tournomation aber keine Endings mehr gespielt hat bis vor kurzem, das weiß man nicht. Man kann vielleicht, ja, die Theorie aufstellen, dass Tournomation keine Songgebühren bezahlen wollte, aber das finde ich auch ein bisschen komisch. Keine Ahnung, also es gibt keinen Grund. Ich habe es recherchiert, man weiß nicht warum, aber Endings sind zurück, weil wir sind gerade in der goldenen Ära von One Piece. Pashigi ist Queena. Nein, ist sie nicht. Ja, ich habe in der Vergangenheit auch Videos gemacht, die in diese Richtung gehen, aber wir sehen in neuen Flashbacks von Zoro eindeutig, dass sie tot ist. Und darüber hinaus sehen wir im Manga selbst beim ersten Flashback in Band 1 oder so, dass sie tot ist. Also es ist eindeutig. Ich kann mir vorstellen, dass man eventuell einen Tashigi ist, ein Klon von Kuina, dass man das irgendwie, diese Plotline nimmt. Das kann ich mir vorstellen. Wir wissen ja, was Vegapunk und was die Winsburgs so drauf haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Plot einfach weggeworfen wird. Oder Kuina und Tashigi sind Zwillingsschwester. Wir hätten auch nochmal einen Plot, den man bringen könnte. Aber beim aktuellen Verlauf von One Piece eher unwahrscheinlich. Vielleicht eine Plotline, die Oda irgendwo in der Story einfach verworfen hat. Real-Life-Referenzen. Ja, One Piece ist mittlerweile zu groß, um alle zu nennen. Aber hier für euch viele, die cool sind. Wir haben hier nämlich Eminem, Michael Jackson, Jim Carrey, Jim Carrey nochmal. Beide Charaktere haben auch übrigens die gleiche Synchronstimme. Freddie Mercury, Hulk Hogan und den Goat Kuni Tanaka. Und ja, ich habe auch keine Ahnung, wer das ist, aber er sieht einfach allzuweit aus wie Kizaru. Wie gesagt, es gibt noch mehr Leute, die ähnlich aussehen wie One Piece Charaktere. Aber das waren viele, die ich cool finde. Real-Life-Piraten. Das gleiche gilt natürlich für echte Piraten. Ich muss hier aber zugeben, ja, ich oute mich jetzt. Ich bin in der Piraten-Lore von unserer Welt nicht wirklich sehr bewandert. Deswegen weiß ich nicht, ja, was bei denen abgeht. Aber für euch ist hier eine kleine Zusammenstellung von eben Charakteren, die, ja, an echte Piraten angelehnt sind, damit ihr euch das Ganze ein bisschen angucken könnt. Und sehen könnt, wer passt und wer eben nicht so passt. Fake-Out-Deaths. Ja, der Peru-Move von Oda selbst bleibt uns allen natürlich in Erinnerung. Der Bro hat einfach eine absolute Explosion überlebt. Nur um danach wieder in der Story aufzutauchen. Gut, zugegeben, der Adler, auf dem seine Teufelsdrucht basiert, ist natürlich eines der schnellsten Tiere unseres Planetens. Also könnte man das so argumentieren, aber sagt das bitte mal, den ganzen Beinah-Tode von Kinemon. Ich meine, Jung hat der viel überlebt, aber Oda ist ein Meister auf diesem Gebiet. Captain Black hat aus Lämmchen einen Döner gemacht, nur damit er am Ende des Arks wieder fröhlich lächeln kann. Igaram wurde komplett weggebombt, aber danach war alles wieder Tutti. Nico Robin hat Spandams verdammtes Rückgrat gebrochen, aber dem Dude ging es später auch wieder gut. Orochi ist halt legend achtmal gestorben, natürlich wegen seiner Teufelsfrucht, aber gut. Nicht alle Tode in der Gegenwart von One Piece sind Fakes. In Wano wurde jedenfalls wieder durchgezogen und das hat Konsequenzen gegeben, da Charakter wie Tonoyasu, Iso oder Ashura Doji gestorben sind. Aber was mit Big Mom und Kaido ist, weiß man nun über ein Jahr später immer noch nicht. Oder kann es, will aber oft seine Charaktere einfach nicht sterben lassen. Eine Hassliebe in der Community. Zoros Auge. Ja, über die letzten Jahre habt ihr bestimmt etliche Thumbnails gesehen, wo Zorro, keine Ahnung, das Sharingan, das Rinnegan oder ein ganz anderes Auge öffnet, wie zum Beispiel auch das Falkenauge. Also von eben Falkenauge. Mittlerweile hat er es immer noch nicht geöffnet und vorher hat man so ein bisschen die These aufgestellt, dass er ja in der neuen Welt nicht wirklich Gegner gehabt hatte, die schwerwiegend waren. Jetzt mit Jack und mit Kaido hat man Gegner gehabt, wo Zorro schon das Auge hätte öffnen können, wenn er irgendwie eine geheime Kraft verbirgt. Mittlerweile fühlt es sich so an, dass das Ganze einfach nur eine Designentscheidung gewesen ist, um eben Zorro mehr Gewicht zu verleihen, dass sein Training mit Miyuk eben einen bleibenden Schaden von sich trägt, weil es eben so hart war und ihn weitergebracht hat. Darüber hinaus muss man sagen, er passt jetzt ganz gut im Kontrast zu Sanji, weil beide haben ja eine Seite vom Gesicht, wo man das Auge nicht sehen kann. Im Fall von Sanji wegen den Haaren, im Fall von Zorro wegen der Narbe. Und ich glaube einfach, wenn Oda was geplant hat, jemals für das Auge, hat er diesen Plot mittlerweile verworfen. Es kann gut sein, dass das Falkenauge eine Rolle spielt, aber ich muss sagen, ich glaube, wenn Zorro irgendwann in irgendeinem Kampf sein Auge öffnet, wird es mittlerweile nur noch cheesy wirken als wirklich ein cooler Moment, weil wir schon so viel darüber spekuliert haben. Deswegen glaube ich, dass das Auge, ja, einfach nur weg ist, verletzt worden ist, was auch immer. Es könnte ja auch sein, dass Zorro einen Kampf gehabt hatte gegen Miyuk bei seinem Training und dieser Kampf eben so schwerwiegend war, dass Zorro das Auge verloren hat. Aber Oda kann uns diesen Kampf nicht zeigen, weil eine Sache, die in diesem Kampf gezeigt wird, eventuell es später richtig erklärt wird. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre eine Möglichkeit und könnte, wie gesagt, so sein. Geschmack von Teufelsfrüchten. Ja, sie schmecken verrottet bzw. bitter. Onscreen haben wir gesehen, dass Ruffy, Lore, Khalifa und Elki Teufelsfrüchte gegessen haben und ihn nicht so gefeiert haben. Dazu kommt auch, dass Ace und sein Manga sie ebenfalls gegessen hat und nicht gemocht hat, obwohl Ace ja jeden Scheiß ist. Also, ja, die Dinger schmecken echt nicht so gut. 4Kids Dub und Zensur. Ja, wir hatten echt Glück mit dem deutschen Dub. Die Amis kamen da nicht so gut davon. Weil zum einen hat Ruffy Synchronsprächern auch eine ganz andere geile Rolle. Drei Tage und der Traum meiner schlaflosen Mäckchen. Mäckchen, das keinerlei Tabus kennt und praktisch alles mit sich machen lässt. Ich konnte meine wildesten Triebe ausleben und Dinge tun, die andernorts strengstens verboten sind. Welch ein Genuss. Und zum anderen, äh, ja, suche ich bitte an, was die Amis, äh, abbekommen haben. Kobe! Who is the most beautiful of all on these seats? Hey, Kobe, who's the family? Abgesehen vom Dub, der One Piece ganz schön zerstört hat. Ich meine, die Amis haben echt lange gebraucht, bis One Piece bei denen richtig populär geworden ist. Das ist ja erst die letzten Jahre, so wirklich der Fall. Vorher war es ja immer so ein bisschen unterm Radar, weil die Synchro war halt echt nicht so gut. Haben wir auch Zensur, wie zum Beispiel Sanji mit nem Lolli. Ruffy musste gegen Don Kriegs Nerf Gun kämpfen. Helmepo hatte nen ganz komischen Apparat am Start. Und was die mit Buggies, kleinen Burschen, gemacht haben, ist absolut kriminell. Ich hab da nie mal Worte für. Ach, übrigens hat Ruffy auch Sir Crocodile nicht mit Blut, sondern mit Milzkraft besiegt. Lysorps Lügen werden wahr. Ich denke mal, viele Leute kennen die Lügen von Lysorps. Wir haben zum Beispiel Sachen, dass er erzählt hat, dass er gegen den Drachen gekämpft hat, gegen den Zerbrus gekämpft hat, oder dass er 8000 Männer hinter sich hat. All diese Sachen sind später wahr geworden. Und darüber hinaus gibt es noch viele andere Sachen, die eben wahr geworden sind. Einer der lustigsten Sachen ist für mich, dass er gesagt hat, um eben Ruffy, Zorro und Sanji zu wecken, dass eine wunderschöne Schwertkämpferin mit einer Fleischkeule vor ihrer Tür steht, um eben alle zu triggern. Ja gut, es ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil Rebecca diese Person ist und sie ist 16. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich hab den Eintrag drin, um über etwas anderes zu reden, denn es gibt eine Sache, die ich interessant finde. Und zwar gab es eine Passage, wo Lysorps gesagt hat, dass er die Ich-möchte-nicht-auf-diese-Insel-Krankheit hat. Und das ist interessant, weil wir wissen, dass Buggy als auch Toki vor dem Erreichen von Love Tail krank geworden sind. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Krankheit Canon ist, Teil der One Piece Welt ist und, naja, passieren wird, wenn sie halt bei Love Tail reingekommen sind. Ob es Lysorps ist oder wer anders, wird man sehen, aber es wird passieren. Panda Man Panda Man ist ein Gag-Charakter von Oda. Er ist ein bisschen so wie Such den Walter, er taucht immer wieder auf und manchmal bemerken wir gar nicht, dass er am Start ist. Normalerweise würde ich das Ganze als einfachen Gag abstempeln und nicht weiter darüber nachdenken. Aber da wir wissen, dass Ichiro Oda jede noch so kleine Belanglosigkeit benutzt und irgendwie in seiner Story implementiert, hab ich das Gefühl, dass Panda Man doch am Ende irgendwie einen tieferen Sinn erfüllen wird. Vielleicht gibt's ja auch einen Charakter, der irgendwie von der Flucht gegessen hat, die sich klonen kann oder so. Und deswegen passiert das Ganze oder so, deswegen taucht er die ganze Zeit auf. Aber es gibt eine Sache, die sehr komisch ist und zwar ist dieser Typ vor 400 Jahren schon aufgetaucht, weil er mit Nolan gechillt hat. Also natürlich kann das sein Opa sein oder sein Ur-Ur-Noch-Un-Mark-Gebauer-Opa sein, aber wenn's nicht so ist, ist der Typ einfach super alt und das wäre ein typischer Oda-Plot, das irgendwie zu bringen und zu sagen, ey, Panda Man ist voll wichtig und hier ist der große Reveal. Wisst ihr, solche Iceberg-Videos, die können wirklich extrem viel Zeit in der Recherche beanspruchen. Doch zum Glück hat mir der Opa-Browser dabei ein wenig unter die Arme gegriffen. Um in den Mood zu kommen, wird erstmal das Hintergrundbild geändert. Ich denke, so ist es schon viel besser. Hilfreich war hier auch das Tap-Island-Feature vom Opa-Browser. Damit kann ich nämlich die Opa-Wiki-Einträge, die Reddit-Foreundiskussionen, die echt weird sind, die Clips auf YouTube und weiteres zusammenpacken, damit ich nicht den Überblick bei der Recherche verliere. Mit der Player-Funktion könnt ihr auch ganz gemütlich nebenbei Musik laufen lassen, über zum Beispiel Spotify. Und falls ich dann doch nochmal was nachschauen muss, kann ich einfach das Pop-Out-Feature benutzen, um eben eine Szene laufen zu lassen, wenn ich im Wiki nachlese. Und falls das nicht reicht, fragt ihr einfach per WhatsApp ein paar Experten, ohne dass ich dafür irgendwie einen neuen Tab erstellen muss. Opa-Browser vereinfacht es sogar mit den Screenshots. Denn mit den Snapshot-Feature kann ich schnell Screenshots machen, die ich eben für Videos brauche. Und falls es dann doch nochmal auf dem Laptop weitergehen soll, gibt es doch die praktisch schöne Wiespar-Funktion. Für konkrete Fragen hat Opa-Browser sogar eine eigene künstliche Intelligenz, der man einfach schnell Fragen stellen kann, um eben schnell zur Antwort zu kommen. Mit der künstlichen Intelligenz von Opa-Pera, nämlich Aria, kann man jede Frage stellen. Wie zum Beispiel, wie alt ist Ichiro oder wie lange läuft schon der One-Piece-Manga? Oder viel wichtigere Fragen wie, wie heißt der YouTuber, der immer deutsche Anime-Videos macht? Bitte ich, 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 bitte ich. Ja, es ist Ruffy! Und Peters Browser-Funktion haben mir wirklich unfassbar viel Zeit gespart beim Editieren und eben Recherchieren von diesem Video hier. Das Ganze ist völlig kostenlos, deswegen könnt ihr es einfach mal ausprobieren und schauen, ob es euch eben gefällt oder nicht. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung oder eben beim angepinnten Kommentar. Und damit geht es weiter mit dem nächsten Eintrag. Wir gehen damit eins weiter runter auf Level 2. Blackbeard hat mehrere Persönlichkeiten. Das ist einer der längsten und größten One-Piece-Theorien, die im Internet kursieren. Und das Ganze wurde bis jetzt nicht wirklich debunkt. Und deswegen schauen wir uns mal an, was wir wirklich wissen. Fakt ist, Marco hat erwähnt, dass der Körper von Blackbeard seltsam ist. Fakt ist, dass Soro und Ruffy bei ihrem Encounter mit Blackbeard gesagt haben, es ist nicht er, sondern sie. Also bezogen auf die Mehrzahl. Das Ding ist, man muss hier noch erwähnen, es kann sein, dass sie hier gespürt haben, dass bei Blackbeard irgendwas nicht ganz okay ist oder anders ist. Aber es kann auch sein, dass dieses Sie einfach nur darauf bezogen war, dass sie gemerkt haben, dass Blackbeard Teil einer Piratenbande ist. Ich weiß, hört sich unspektakulär an, aber ist auch eine Möglichkeit. Fakt ist aber auch, dass sein Joey Roger aus drei Köpfen besteht und er hat auch drei Pistolen. Ich weiß, er ist am Real-Life-Piraten Blackbeard angelehnt, trotz dessen kommt die Zahl immer wieder vor. Zudem haben wir auch den Fakt, dass Blackbeard im Besitz einer Paramecia und einer Logia-Frucht ist. Aktuell wissen wir nicht, warum er zwei Teufelsfrüchte essen kann, aber er scheint der einzige Charakter zu sein. Hier ist zum einen die Frage, dass er eventuell noch eine Soan-Frucht bekommt, denn das würde ihm noch fehlen. Und wie wir wissen, haben die Soan-Früchte im Verlauf von One Piece nun sehr viel Bedeutung gewonnen, mit eben dem Reveal von zum Beispiel Raffys-Frucht und mystischen Soans allgemein mit dem Erwachen. Es könnte sehr gut an der Finsternis-Frucht liegen, dass er mehrere Teufelsfrüchte oder zwei Teufelsfrüchte aufnehmen konnte. Es kann aber auch sein, dass er eventuell schon längst eine Soan-Frucht besitzt und diese Soan-Frucht auf der chinesischen Mythologie basiert. Denn das ist auch eine große Fan-Theorie, nämlich, dass er eben eine mystische Soan-Frucht zu dem Baisi hat. Das ist ein Wesen mit eben drei Köpfen. Diese Frucht könnte es ihm irgendwie, naja, die Möglichkeit gegeben haben, dass er eben mehrere Früchte aufnehmen kann. Aber das ist immer noch ein bisschen schwer zu betrachten. Wenn wir auf die ganze Persönlichkeiten Nummer Nummer 1 gehen, hat man hier den Grund, wenn er mehrere Persönlichkeiten hat, dann kann er natürlich mehrere Teufelsfrüchte aufnehmen, weil das Ganze ja mit Seelen zu tun hat. Das ist ein bisschen schwierig, aber könnte ich mir vorstellen, dass man das Ganze so erklärt. Es kommt hier aber hinzu, dass wir gesehen haben, innerhalb von One Piece, dass es Panels gab im Manga, wo Blackbeard nicht seine klassischen oberen zwei fehlenden Zähne und unteren fehlenden Zahn hat, sondern zum Beispiel einmal hatte er zwei fehlende Zähne unten und einmal auf Marineford in einem Flashback, ich glaube, das war zu Impel Down, als er runtergegangen ist, haben wir gesehen, dass er alle Zähne gehabt hatte. Und das Ding ist halt, dass das im Manga nicht ausgebessert worden ist, weil normalerweise ist es so, dass One Piece als Kapitel erscheint, wöchentlich in der Shonen Jump. Und diese Dinger hier, diese Manga-Bände, wenn die rauskommen, normalerweise werden dort Fehler korrigiert. Also, wenn etwas nicht passt, wenn Oda irgendwie was vergessen hat, dann wird es korrigiert. Das wurde dort aber nicht korrigiert. Man muss aber sagen, das Ding bei Blackbeard ist, dass das im Anime nicht so war. Im Anime hat er die fehlenden Zähne sogar wie immer. Aber da muss ich auch wieder einwerfen, weil wenn man im Manga irgendwie Zähne vergisst, dann ist es nicht schlimm, das kann als Leser mal nicht auffallen. Aber im Anime mit dem sprechenden Mund würde es eher auffallen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Oda sich dazu entschieden hat, das Ganze nicht im Anime zu machen, weil es zu offensichtlich gewesen wäre. Aber jetzt anhand von Zähnen davon auszugehen, dass er mehrere Persönlichkeiten hat, ist ein bisschen weird. Dazu kommt auch noch, dass man hier die Sache hat, dass Blackbeard niemals schläft. Wir haben eine Erklärung, dass wir mal in One Piece gehört haben, dass Leute aus Schneegebieten nicht viel schlafen, weil die halt wissen, wenn die schlafen könnten, sie sterben. Wir sehen bei Blackbeard, als sein Kind war ebenfalls, dass er irgendwie Schnee am Start hat. Also er könnte aus so einem Land kommen, deswegen schläft er nicht. Also eine sehr einfache Erklärung. Aber wenn wir sagen, dass er mehrere Persönlichkeiten hat, aus welchem Grund auch immer, also ob es er selber ist, seine Teufelsucht ist oder irgendwas anderes ist, wenn wir davon ausgehen, könnte man ja sagen, wenn beispielsweise Persönlichkeit 2 am Start ist oder aktiv ist, dann könnten Persönlichkeiten 1 und 3 in der Zeit schlafen. Das würde heißen, für Außenstehende würde es so wirken, dass Blackbeard niemals schläft. Und wie gesagt, ich weiß super viel Stuff, der hier drin ist, super viel Weirdes und back and forth, also keine mögliche gerade Linie, aber Blackbeard ist halt ein Mysterium und wir haben mittlerweile so viele Sachen zu ihm gesehen, die super komisch sind. Deswegen das nochmal zusammengefasst, diese ganze Persönlichkeitsgeschichte zu Blackbeard. Der Wille des D. Okay, das ganze Thema ist viel zu groß, um es irgendwie kurz abzuhandeln. Ihr wisst alle, dass es verschiedene Charaktere gibt mit einem D im Namen und wir haben im Laufe der Story gesehen, dass diese Charaktere, wenn sie sterben, meistens bzw. immer nicht irgendwie traurig sind, sondern lächeln. Man kann das Ganze darauf fundieren, dass es so ist, dass Charaktere mit einem D im Namen immer so leben, dass sie nach dem streben, was sie für richtig halten oder was sie gerne möchten. Das muss weder gut noch böse sein. Wir haben zum Beispiel Ruffy und Blackbeard, die beide ihre eigene Vorstellung von dem haben, was für sie richtig ist oder was sie bereit sind zu tun, um ihren Traum zu erreichen. So oder so, was sie gemeinsam haben, ist eben, dass sie nichts bereuen werden, weil sie eben das tun, was sie möchten, aus einem tieferen Herzen. Genauso wie zum Beispiel mit Sauron. Er hat auch nichts bereut, weil er wollte Robin helfen, deswegen ist er mit einem Lächeln gestorben. Ace hat auch nichts bereut, weil er eben froh ist, diese ganzen Freunde gehabt zu haben und er zu seinem Wort stand und Whitebeard verteidigen wollte und seinen Bruder retten konnte. Also, das ist schon mal so eine Sache. Man kann das Ganze damit verknüpfen, dass diese Leute sehr wahrscheinlich von dem Volk abstammen, was damals vor 800 Jahren gelebt hat. Wie gesagt, wir wissen nicht, was mit dem verlorenen Jahrhundert ist. Wir müssen natürlich da nochmal ein bisschen warten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze zusammenhängt. Darüber hinaus sehen wir immer wieder, dass in der One Piece Welt Ereignisse stattfinden oder Bahnbrechen Ereignisse stattfinden und da immer jemand mit dem D im Namen irgendwie, ja, mit involviert ist. Wir haben Buster Calls, wir haben den Beginn des Piratenzeitalters, so etwas wie der God Valley Vorfall, Ruffys Angriff auf die Regierung, die Schlacht von Marineford und, und, und. Ein Typ mit dem D im Namen ist immer da. Interessanterweise ist es ja auch so, dass die Gorosei nichts dagegen haben, wenn einer aus dem D-Clan bei ihnen mitmacht. Also, sie werden bestimmt mehr wissen, aber sie wissen wahrscheinlich auch, wie man diese, keine Ahnung, kontrollieren kann oder für sich nutzen kann. Also, es ist sehr, sehr mysteriös, was mit dem Willen des Ds ist, weil die Gorosei wollen den auslöschen, wollen diese Leute eigentlich besiegen, fertig machen, aber so Leute wie Gab oder Sauron dürfen dann trotzdem beitreten, weil sie ihren Nutzen daraus ziehen. Also, sehr mysteriös. Chapter Switches Chapter Switches sind ein sehr interessantes Phänomen, als hätte Oda absolute Langeweile, so matcht er manchmal die Ereignisse in nummerisch parallel aufgestellten Kapiteln, um Masterpiece-Vergleiche aus dem Boden zu stampfen. Das Gear 2 und Gear 4 weist zum Beispiel ein solches Phänomen auf. Gear 2 Ankündigung in Kapitel 387 und Gear 4 in 783. Gehen wir nun ein Kapitel weiter zu 784 und drehen diese Zahlen, so landen wir in 478, wo Ruffy als Nightmare Ruffy am Start ist und diese Parallele ist nicht zu übersehen. Auch hat unser Gear 4 Snakeman in Kapitel 895 solch ein Foreshadowing. Schauen wir in Kapitel 859, sehen wir auf der Coverpage jeweilige Schlangen. Auch nicht schlecht sind Kapitel 925 und 592, wo ebenfalls sogar die Thematik und das Paneling 1 zu 1 gleich sind. Einerseits die Trauer über Morias Tod in 592 und andererseits die Freude über Morias Überleben in 925. Aktuell gab es mit Kapitel 1106 die jüngste Parallele mit dem Auftauchen von Buki und Buki, denn in Kapitel 116 sind diese beiden auf Little Garden das erste Mal in die Story eingeführt worden und wer weiß, wie viele Hinweise Unparallelen oder versteckt hat, die wir heute noch gar nicht erkennen können. Drei Augen Clan Charlotte Pudding gehört aktuell zu den einzigen bekannten lebenden Mitgliedern des Drei Augen Clan. Die wurden nur erwähnt, um eben zu sagen, dass sie dazu in der Lage sind, die Stimme des Universums zu hören und Pornoglyphe zu lesen. Ich denke, dieser Plot wird in One Piece nicht wirklich viel mehr wichtig sein. Ich denke, das Ganze hängt nur damit zusammen, dass Blackbeard eben Pudding gekidnappt hat, um eben die Pornoglyphe zu lesen. Ich glaube, deswegen wurde dieser Drei Augen Clan in One Piece eingeführt, aber vielleicht wird da später mehr dazu kommen. Das kann ich jetzt nicht wissen, aber ja. Pudding glaubte übrigens, dass sie das Ganze nicht können wird, also die Stimme des Universums hören oder Pornoglyphe lesen, weil sie ja nur ein Mischling ist. Also halb Drei Augen Clan, halb Mensch. Zwölftes Crewmitglied Nachdem Jimbo beigetreten ist, hat er die Tür ordentlich zugeknallt, also Carrot und Yamato durften beide nicht rein. Hier wird das Ganze mal durch. Ich denke, es könnte mehr Leute noch joinen, als ein nur Zwölftes Mitglied, aber mögliche Kandidaten wären zum einen Yamato, die natürlich noch nachjoinen könnte. Könnte ich mir vorstellen, wirkt für mich gerade ein bisschen komisch, aber wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, Carrot ist komplett vom Tisch, weil das hätte man auf jeden Fall machen können nach so einer langen Zeit, aber man hat sich dazu entschieden, den Plot zu bauen, dass sie eben bei so eine wichtigere Rolle übernimmt bei den Minks. Vivi finde ich sehr interessant, weil Vivi ist ein Charakter, der ja eigentlich schon Teil der Crew ist. Sie könnte jederzeit beitreten, weil sie hat das Ja-Wort von Ruffy. Und wir haben jetzt gesehen, dass Vivi in der Story viel, viel wichtiger geworden ist. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ein spätes Beitreten von ihr in die Crew sehr gut passen würde. Also es wäre emotional für mich als Zuschauer auch sehr passend. Stärketechnisch, ja, passt hier da nicht rein, aber sie könnte noch irgendwas bekommen, ja, was dazu passen würde. Ich denke, Vivi ist ein Charakter, der sowieso noch super wichtig sein wird. Deswegen, wer weiß, alleine wegen Lilly ist da noch eine sehr große Möglichkeit offen. Wir haben dann auch Charaktere wie Bonnie, was ich sehr passend finden würde, weil Bonnie oder ihr Vater Kuma, ihr Ziehvater, hat alles geopfert, alles gegeben, um die Stroh-Banne zu retten. Wir haben jetzt den Review bekommen, was er von Nika hält, wie wichtig ihm diese Person ist. Und der Review von Ruffy, das führt einfach alles dazu, dass Bonnie beitreten möchte und dass Ruffy auch in gewisser Weise eine Schuld begleicht bei eben Kuma, indem er Bonnie mitnimmt, damit sie eben die Welt bereisen können, damit sie die Welt sehen kann. Dazu muss ich auch sagen, es wäre sehr passend, weil wir kennen ja zum Beispiel Piraten-Crews wie die Whitebeards, die Rogers. Aber wir wissen auf jeden Fall bei Roger, dass zum Beispiel Shanks und Buggy da waren und bei Whitebeard, Blackbeard da waren, also junge Leute. Das fehlt so ein bisschen in der Stroh-Banne, dass junge Leute beitreten und dann so quasi Next-Generation-mäßig sind. Das wäre Bonnie, man muss dazu aber sagen, das würde ja Chopper auch ausfüllen, weil Chopper ist ja auch nicht so alt, deswegen könnte Chopper derjenige sein. Aber ja, Bonnie, passt da vielleicht ein bisschen mehr für mich. Ich finde Smoker sehr interessant, weil Smoker ist ein Charakter, der so lange nicht dabei war. Smoker ist so ein bisschen das Äquivalent. Man kann natürlich sagen, Ruffy und Corby sind Garp und Roger, das fühle ich auch, aber ich finde irgendwie mehr, dass man Ruffy und Smoker aufstellen sollte, weil die auf einer Ebene sind. Corby will ja immer Ruffy einholen und den beweisen, dass er mit ihnen auf einer Ebene ist. Und vielleicht ist es auch Corby, der den Garp, das Garp-Äquivalent spielen soll. Aber ich denke, Smoker ist genauso wichtig, weil er, wie gesagt, schon früh gemerkt hat, wie die Stroh-Banne wirklich drauf ist. Er wusste ja, dass sie nicht böse sind. Und ich würde sowas interessant finden, aber er ist so lange nicht in der Story gewesen. Deswegen ist es eigentlich unmöglich, irgendwie was zu sagen, ob der Typ noch beitreten wird oder nicht. Aber vielleicht hat er ein heftiges Power-Up bekommen durch was auch immer. Aber Smoker, rein von dem her, wie ich ihn finde, wie ich mit ihm sympathisiere, würde ich ihn gut finden. Aber man muss dazu auch sagen, eigentlich ist Jimbo ja dieser Old Guy, der der Bande beitritt. Und Smoker wäre ein weiterer Old Guy, das würde vielleicht nicht so passen. Und ja, ich weiß, Brook ist auch dabei, Brook ist gefühlt zwölf Jahre alt, also lass mich in Ruhe. Also von dem, wie er mental drauf ist. Und natürlich habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben, Bonchan. Bonchan ist der größte Ehenmann für die Stroh-Bande. Eigentlich Kuma, aber ihr wisst, was ich meine. Bonchan hat die Stroh-Bande damals vor der Marine gerettet, nach Alabasta. Und er hat sich sogar in Impel Down geopfert, damit Ruffy eben die Chance bekommt, seinen Bruder zu befreien. Ich glaube, Bonchan ist einfach jemand, der sich diese Einladung verdient hat. Wir haben gesehen, dass die Dynamik sehr gut passt zwischen ihm und der Stroh-Bande. Und ich denke, es wäre einfach cool, wenn man Impel Down wieder stürmen würde. Sie kommt raus und dann sagt Ruffy so voll locker flockig, ey, Bonchan, du bist doch schon längst Teil von uns. Oder irgendwie sowas. Ich würde es feiern. Ich würde es so feiern. Einziges Manko ist hier, dass Frankie und Bonchan die gleiche Synchronstimme haben. Das könnte vielleicht ein bisschen komisch sein, aber ich denke, wenn oder Bonchan so eine wichtige Rolle in One Piece geben wollte, wird er sich nicht an Synchronstimmen irgendwie aufhalten. Deswegen ist es eine Sache, die ich immer noch interessant finde. Mal gucken, mal gucken, wer als nächstes beitreten will. Soros Familie, ein Mysterium, was wir schon vor etlichen Jahren prediktet haben, der muss irgendwie eine Connection zu Wano haben, sogar zu Ryuma, wurde mehr oder weniger von Oda bestätigt, weil gerade Whole Cake Island für Sanji der ganze Reveal war mit seiner Familie, mit Judge. Aber in dem lang erwarteten Wano-Kuni-Ark wurde gar nichts revealed eigentlich. Groß. Es wurde ein bisschen angeteast hier und da. Der große Reveal kam eigentlich ein bisschen unspektakulär, muss man sagen, in der FPS später von Oda. Dass Zorro wirklich zur Shimotsuki-Familie gehört, also wirklich ein Nachfache von Ryuma ist, der vielen jetzt ein bisschen mehr ein Begriff sein sollte, nach dieser ganzen Netflix-Geschichte. Ihr wisst es, auf Netflix kam Monster. Einer der allerersten Mangas von Oda, ein Werk, was vor One Piece kam, wurde jetzt von Netflix endlich adaptiert als Anime. Und das Ganze ist wirklich im One Piece-Universum ein Giga-Flashback. Von Ryuma, wie er einen Drachen getötet hat. Und am Ende wurde auch nochmal verdeutlicht, da hat man nämlich die Thriller-Bark nochmal gesehen, dass Zorro und Ryuma wirklich verwandt sind. Jeff, Rotfuß-Jeff, hat seinen Fuß gegessen. Viele denken, das ist Quatsch, weil sie den alten One Piece-Anime kennen. Und da wurde das halt ein bisschen falsch dargestellt, muss man sagen. Im Manga war es nämlich eigentlich so, dass er wirklich seinen Fuß gegessen hat, Leute. Wie ich immer meine Besen fresse, wenn ich mal falsch liege mit meiner Prediction. Er hat sich den selber abgeschlagen und gegessen, weil er, wie gesagt, ja in seinem Sack da nur Schätze hatte und nicht zu essen. Sanji hat ja das ganze Essen bekommen. Und deswegen, ja, Jeff hat wirklich seinen Fuß gegessen. Gunford. Ihr kennt alle den Gott Gunford auf Skype hier. Ist gleich ein Gorosei. Oder er war mal ein Gorosei, Leute. Und das ist schon albern, wenn ich darüber reden muss. Aber guckt ihn euch an und guckt euch diesen Gorosei an. Also, die sehen nun wirklich gleich aus. Sie könnten aus dem gleichen Ei geschlüpft sein, wirklich. Deswegen müssen sie ja was miteinander zu tun haben, Leute. Ihr kennt's. Einige glauben aber wirklich, dass der irgendwas mit den Gorosei zu tun hat und dann auf Skype hier geflüchtet ist. Weil einer der fünf Weisen, a.k.a. Sanjis Vater, was wir früher immer alle dachten, ist ja ein jüngerer Gorosei, wenn man den mal mit den alten Männern da vergleicht. Deswegen ist er ja erst kurz dabei. Und vorher hatte halt Gunford seinen Posten. Denn dieser jüngere Gorosei ist der Kriegsgott der Landwirtschaft. Und Gunford hatte hier auch ein kleines Beet, was er bewässert hat und angepflanzt hat. Deswegen. Leute, und Ruffy hat mich wirklich gezwungen, das Ganze hier so zu sagen. Also, glaubt nicht, dass es hier wirklich meine Meinung ist, Leute. Aber wartet ab. Gunford gleich Gorosei ist ein heißes Eisen, Leute, sage ich euch. Nami-Klone. Sagen wir es so, Ode hat eine kleine Vorliebe für seine Nami. Und ich werde ihn das nicht verübeln, weil ich glaube, da kann ihn jeder von uns verstehen. Aber im Laufe der Serie haben wir Charaktere wie Blue Nami, Pink Nami, Crack Nami, Zabos Nami, Smart Nami. Und ja, ich sag's mal so, ich wollte den Punkt reinnehmen, weil manche Fans tun so, dass als ob alle weiblichen Charaktere von One Piece aussehen wie Nami. Ich meine, kommt schon, Ode hat oft genug bewiesen, dass er eben Frauen zeichnen kann. Haki vor der Einführung. Lange vor dem kompletten Reveal haben wir in One Piece schon sehr viele Szenen gesehen, die eben das Haki vorschellen sollten. Zum Beispiel ganz zu Anfang Shanks Encounter mit dem Seerungeheuer war eindeutig Haki. Wir haben Momente, wie zum Beispiel der Kampf zwischen Ruffy und Sir Crocodile, wo Sir Crocodile irgendwie den Anschein macht, als ob er sagen wollen würde, ist das etwa Haki? Bevor er das aber ausspricht, wird er unterbrochen. Wir haben Szenen, wie zum Beispiel den Kampf von Zorro gegen Mr. One, der natürlich sehr viel mit Schwertkämpfer-Dasein in dem damaligen Japan zu tun hat. Aber heutzutage darauf zurückgeführt werden kann, dass Zorro eindeutig die ersten Schritte mit Haki gegangen ist. Wir haben das Mantra auf Skype, oder wir haben sogar einfache Sachen, wie der Encounter von eben Ruffy mit Motobaro, dem Reittier von Duval. Sonst sehen wir auch, dass er eindeutig Haki benutzt. Ich finde es sehr interessant, weil all diese Momente, die ich beschrieben habe, kann man als klassischer starker Typ, macht starke Sachen, Moves beschreiben. Aber oder schafft es eine Kleinigkeit oder eine typische Eigenart der Battleschonen zu nehmen und innerhalb der Welt, die er kreiert hat, zu erzählen oder zu erklären, was ich unfassbar stark finde. Weil ich finde, Haki hat sich zu keinem Zeitpunkt, auch wenn es mal sehr overpowered wirkt, wie ein Ass-Pull oder wie ein Fremdkörper in der One-Piece-Welt angefühlt. Es war immer eine Sache, die ich nachvollziehen konnte und die ich sehr, sehr geschickt, ja, umgesetzt fand. Flamingos Auge. Ja, ich weiß. Natürlich sehen wir über den gesamten Verlauf der One-Piece-Serie, weder im Anime noch im Manga, jemals die Augen von Du Flamingo. Egal, ob es in seinem Kindheitsalter ist oder im späteren Verlauf oder selbst pullt hier sogar den Kakashi-Plot und sagt, dass Du Flamingo unter der Brille noch eine Brille hat und das ist an dieser Stelle kein Spaß. Aber was bedeutet diese Brille eigentlich? Charakterlich ist die Brille eigentlich nur ein perfektes Stilmittel für diesen Charakter Du Flamingo. Es repräsentiert ihn quasi und warum das bei Du Flamingo so gut passt, ist eine ganz klare Geschichte. Charakteristiken wie Wut, Hass, Verzweiflung, generelle Emotionen lassen sich immer gerne an der Mimik eines Charakters ablesen. Das gleiche gilt natürlich auch im Anime-O-Manga-Genre. Immer wieder sehen wir Charaktere, denen man ihren puren Hass schon im Gesicht ansehen kann. Aber dann hat man einen Charakter wie Du Flamingo, der so verzweifelt ist, dass er sogar im Kindheitsalter seinen eigenen Vater erschießt. Und all das zeigt eigentlich seine Beziehung zu seiner Familie, zu den Himmelsdrachenmenschen und zu so vielen weiteren Charakteren. Und immer wieder sehen wir nichts von seiner Mimik. Seine Mimik ist versteckt hinter dieser Brille. Und auch sein Lachen ist relativ ikonisch, passend dafür, dass man auch sein Lachen nie wirklich einschätzen kann. Lacht er, weil er einen Gegner einfach nur in den Boden stampft? Oder lacht er, weil er die Situation lustig findet, wie andere Personen verzweifeln, eine ähnliche Verzweiflung spüren, wie er sie damals auch spüren musste? Dass das Thema besonders interessant ist, ist generell auch die Verbindung an dieser Stelle zu Imsama. Wir wissen, dass Du Flamingo enorm viele Geheimnisse von Mary Jo mit sich genommen hat. Er thematisiert es immer wieder, er hat das Wissen über den Geheimschatz von Mary Jo, was die Welt aus dem Gleichgewicht bringen könnte und auch er vermutet, dass Assassinen in Impel Down töten kommen. Die Parallelen zwischen Imsama und Do Flamingo lassen sich nicht von der Hand weisen. Immer wieder baut Oda klare Parallelen auf. Ganze Manga-Panels sind exakt gleich von der Positionierung der Charaktere, sogar von der Positionierung der Waffen. Es ist eine 1 zu 1 Kopie und es wäre schon sehr, sehr untypisch, wenn Oda hier nicht absichtlich für Parallelen sorgen würde. Das heißt, dieses Geheimnis könnten wir noch mitnehmen. Die Ringelaugen. Man könnte auch sagen, es ist das Renegant von One Piece. Es ist einfach nur unfassbar mysteriös. Verschiedene, unzählige Charaktere zeigen immer wieder diese Ringelaugen und es wurde nie wirklich in der Story verknüpft, was diese Ringelaugen eigentlich zu bedeuten haben. Wir wissen natürlich auch, dass Oda stilistisch gerne mal diese Art von Augen benutzt, um einfach Schockmomente zu verstärken, die Mimik und Gestik von Charakteren noch besser zum Ausdruck bringen zu können. Was wir hier allerdings meinen, sind Charaktere wie Cavendish in der Hakuba-Form. Der Dracul Mihawk, Sunisha, Imsama, diese Charaktere sind sinnbildlich für die berühmten Kringelaugen in One Piece. Was sie genau bedeuten, wissen wir nicht, aber es gibt so viele Parallelen, die man eventuell mit einbeziehen könnte. Beispielsweise, dass Cavendish das ja nur in der Hakuba-Form hat, demnach seine Persönlichkeit übernommen wird. Bei Sunisha könnte man das gleiche Argument anwenden, da Sunisha ja auch in gewisser Weise übernommen werden kann, wenn eine Person mit Befehlsgewalt zu Sunisha spricht. Und auch hier werden dann die Kringelaugen eingesetzt. Auch bei Mihawk lässt sich das Ganze projizieren. Als Zorro gegen Eshawk, den Seraphim gekämpft hat, sagt er nämlich, dass er viel menschlicher ist als Mihawk. Was natürlich eine komische Aussage ist, dass sich hier nicht um eine wirkliche Lebensform handelt. Und all das sind so Parallelen, die man auf die Persönlichkeit beziehen könnte. Und warum die Persönlichkeit eigentlich nicht naturgemäß ist. Selbst bei Imsama gibt es hier natürlich Theorien, besonders die Verbindung zur Nefetari-Familie und dass er vielleicht den Körper von Lily übernommen hat, würde auch wieder auf eine übernommene Persönlichkeit stimmen. Das heißt, es gibt bei diesen Kringelaugen so, so viel, was man mit einbeziehen könnte. Was auf Körperkontrolle, Persönlichkeiten, Facetten, gespaltene Persönlichkeiten, etc. hindeuten könnte. Doch was es mit diesen Augen auf sich hat, das ist eine ganz andere Frage. Eventuell ist es am Ende des Tages nur ein stilistisches Mittel oder ein genialer Schachzug von Oda. Aquatic Soan. Damit sind eben, was hat hier Soans gemeint? Ich meine, wir haben nicht wirklich welche gesehen. Wir haben viele Tiere, aber noch keine, die unter Wasser hausen. Normalerweise kennen wir es ja auch, wenn zum Beispiel ein Fischmensch eine Teufelsrucht ist, verliert er nicht die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen, aber er kann sich nicht mehr wirklich bewegen, weswegen er eigentlich nur ein Mensch mit einem Skin ist. Aber es gibt einen Charakter, der doch eine Aquatic Soan bekommen hat, nämlich der Charakter Smiley, ein künstlich hergestelltes Lebewesen von eben Caesar, was die Salamander-Teufelsrucht-Typ Axolotl bekommen hat. Also ein Wesen, was unter Wasser chillt. Es ist random, es hat uns keine Antwort darauf geliefert, was mit den Wassersoans ist. Ich denke auch, es wird kein Tier auftauchen, was eben mit Wasser zu tun hat und ich glaube, dieses ganze Thema mit Wasser und One Piece wird erst erklärt, wenn wir halt wissen, was mit Imsama am Start ist. Deswegen, Imo, rückwärts, Umi, ihr wisst Bescheid. Aber, keine Sorge, zu Imsama, zu diesen kleinen Typen, zu denen kommen wir noch. Frankie kann Pluto bauen. Die Pläne sind zwar zerstört, aber Frankie hat auf jeden Fall reingeluschert. Wir wissen auch, oder wissen es nicht, das war falsch gesagt von mir, wir können davon ausgehen, dass die Sunny eventuell sehr viele Sachen abbekommen hatte, die von Pluton sind. Also, dass Frankie ein paar Sachen, die er gesehen hat, da reingebaut hat. Vielleicht nicht alles, weil er nicht alles versteht, aber es wäre definitiv möglich. Und, es gibt auch viele Fans, die glauben, dass Frankie selber Pluton ist und irgendwann sich so modulieren wird, dass er eben die ultimative Waffe ist. Aber, mal sehen, was es von beiden sein wird. Wanted. Wanted ist ein Manga, den Ichiro Oda mit 17 Jahren gemacht hat. Er hat damals auch den Tetsuga-Preis gewonnen. Das ist ein Preis, womit eben junge Mangakas ausgezeichnet werden. Das Ganze war aber sehr stressig, denn drei Tage vor Abgabe musste Oda noch sieben Seiten finishen. Er hat sich dabei verletzt und kam ins Krankenhaus, hat weiter durchgezogen und die Seiten noch rechtzeitig abgegeben. Später stellte sich heraus, dass der Bruder einfach mal eine gebrochene Nase gehabt hatte. Ich denke mal, Wanted kennt ihr bestimmt als die Sammelausgabe, wo man mehrere Manga von eben Oda lesen kann. Aber Wanted an und für sich ist ebenfalls ein Manga, wo wir sehen, dass ein Cowboy-ähnlicher Typ rumläuft, einen Typen umbringt, der kommt als Geist wieder, möchte seinen Ass deswegen yeeten und geht irgendwie in andere Charaktere rein, um gegen ihn zu kämpfen. Ist halt so eine Story, ne, muss ich sagen. Romance Dawn. Romance Dawn ist thematisch innerhalb von One Piece noch wichtig, weil das Dawn hier eine große Rolle spielt und Romance ist hier nicht bezogen darauf, dass ja irgendwie eine Romantik herrscht, sondern es hat eher was damit zu tun, dass Männer, also so ist es halt in der Erzählung, dass Männer romantische Gedanken haben an Träume, dass Männer irgendwie Sachen erreichen wollen und deswegen ist das Romance hier, aber es geht auch um einen Manga und zwar der Basically-Prototyp von One Piece hieß Romance Dawn, da waren noch einige Sachen anders, zum Beispiel haben wir Nami mit blauen Haaren, also die absolute Bulma-Version, wir haben Gab, der die Rolle von Shanks übernimmt, also ein Pirat ist, eine Stroh trägt und auch möchte, dass Ruffy Pirat wird, also wie gesagt, One Piece wie es ist, nur ein bisschen anders und wir haben auch Romance Dawn als Adaption im Anime, das ist jetzt ein bisschen weird für euch und zwar haben wir einmal in Wano Kuni, die normale Adaption von Romance Dawn von dem Manga, wo wir auch sehen, das Nami blaue Haare und wir haben dann nochmal nach dem Thriller Bark Arc einen kurzen Arc, wo Ruffy innerhalb der One Piece Welt alleine in einem Dorf ist und dort das Abenteuer Romance Dawn erlebt, also Elemente vom Romance Dawn Manga wurden genommen und die erlebt dann Ruffy, aber er ist trotzdem der Ruffy aus One Piece und immer noch in der One Piece Welt und ich glaube, ich habe euch gerade mehr verwirrt, als euch aufzuklären, aber ist egal. Our Places Our Places ist ein Reddit Event, bei dem User einen Pixel setzen können und so sind halt übertrieben geile Bilder entstanden, diese Pixel müssen auch von den Communities verteidigt werden, deswegen haben sich da sehr viele Communities geschlossen und letztes Jahr war es eben so, dass One Piece unfassbar stark vertreten war, also es war wirklich insane, es gab so viele geile, geile Bilder in Bezug auf One Piece und die Community hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie mittlerweile super big ist. Mary Joas Schatz Was Mary Joas Schatz ist, wissen wir bis heute nicht. Wir wissen aber, dass Doflamingo weiß, was der Schatz ist und wir wissen auch, dass die Himmelsdrachenmenschen Doflamingo deswegen umbringen wollten, das ist ihnen aber nicht gelungen und hier stellt sich erstmal die Frage, wie kann das denn sein? Die können doch theoretisch einfach den Admiral losschicken und der kann ihn komplett heaten oder schickt gleich zwei Admiral, was auch immer, aber man könnte hier davon ausgehen, dass das Ganze nicht funktioniert, weil das Geheimnis von Mary Joa eventuell so eine große Waffe sein könnte, dass wenn hypothetisch gesehen ein Admiral Doflamingo yeaten wollen würde, könnte Doflamingo ihm das Geheimnis erzählen und dieser würde seine Meinung ändern. Also es muss ja so ein Geheimnis sein, was Doflamingo irgendwie absichert, dass er nicht umgebracht werden kann. Wir wissen nur, dass dieses Geheimnis die Welt zum Beben bringen würde und wir wissen auch, dass Doflamingo mit Hilfe der Operationsfrucht dazu in der Lage gewesen wäre, den Nationalschatz von Mary Joa zu nutzen. Doflamingo sprach neben der Operation des ewigen Leben, die wir ja am meisten mit eben der Operationsfrucht assoziieren, darüber, dass man mit Hilfe der Operationsfrucht Persönlichkeiten tauschen kann und jeden Traum wahr machen kann. Ich finde diesen kleinen Satz, dass man Persönlichkeiten tauschen kann, extrem interessant in Bezug auf Imsama. Es könnte vielleicht sein, dass man den Laser von Imsama nur nutzen kann, wenn man eben dessen Körper hat und deswegen braucht er die Operationsfrucht und deswegen weiß er, was der Schatz von Mary Joa ist. Aber ist natürlich ein bisschen schwer oder weit her gut, sagen wir es mal so. Aber irgendwie ein Geheimnis wird da ja drum sein. SBS. SBS oder FPS sind eben Fanposts, die Oda beantwortet. Fans stellen Fragen und Oda beantwortet diese. Mit jedem One Piece Band bekommen wir neue Fragen, die von Oda beantwortet werden. Mal sind die lustig, mal verraten die was über die Story und mal sehen wir eindeutig, dass Oda so redet, dass wir merken, dass er irgendwas teasen will, aber wir noch nicht wissen, was er teased. Es gibt aber auch viele lustige Sachen, wie zum Beispiel, woher die Strote kommen, was ihre Real-Life-Berufe gewesen wären, wie Enels Haare aussehen oder die von Whitebeard. Auch cool ist zum Beispiel die Erklärung darüber, dass die Mäntel der Marine-Admirale immer auf den Schultern kleben bleiben, weil die Gerechtigkeit halt so stark ist. Also ja, die Kraft der Gerechtigkeit hält diese Dinger irgendwie auf den Schultern. Das ist halt die Real-Life-Erklärung oder die echte Erklärung von Oda. Stimme des Universums. Wer diese Fähigkeit besitzt, ist in der Lage dazu, mit Seeköniginnen zu kommunizieren oder eben das Pornoglyph zu lesen beziehungsweise zu hören. Wir wissen zwar, dass Rafi und Momo dazu in der Lage waren, diese Stimme wahrzunehmen, aber anders als Roger können sie die Pornoglyphe nicht lesen oder hören. Wahrscheinlich sind die noch nicht so weit fortgeschritten wie Goldroger und zu diesem Punkt muss man einfach sagen, mittlerweile oder aktuell wissen wir einfach nicht genug, um ja irgendwie diesen Punkt weiter auszuführen. Also mal gucken. Enel auf dem Mond. Nach Skype ja zeigt eine Cover-Story, was mit Enel passiert ist. Wir sehen, dass er es auf dem Mond geschafft hat und da irgendwie kleine Dinger, also Roboter entdeckt, die er mit seiner Fähigkeit wieder zum Leben erweckt. Es gab auch noch mehr von den Dingern und zwar gab es auf der Erde einen Wissenschaftler, der die wahrscheinlich erfunden hat und der hat sich erschreckt, weil auf dem Mond eine Explosion stattgefunden hat. Also hat er sich verschluckt, er ist gestorben und die Dinger sind dann hochgejallert, um eben Krieg zu führen. Dort treffen sie halt Enel, chillen mit ihm und dann kämpft Enel gegen irgendwelche anderen komischen Viecher, die Vegapunk-Story Roger haben. Also es sieht so aus wie das von Vegapunk. Keine Ahnung, ob es das ist, aber sieht halt so aus. Dann fighten die so ein bisschen und dann sehen wir, dass diese kleinen Roboter oder wir wissen es einfach, dass sie als Automata bekannt sind und weil Enel eine Ruine auf dem Mond findet, hat er eine Riesenarmee von diesen Dingen am Start. Also er ist echt krass unterwegs. Außerdem sieht er auf den Ruinen, dass es so wirkt, dass die Shandier, die Skypier und die Birka damals alle zusammengearbeitet haben für ein größeres Ziel und es gibt noch eine andere Sache, die wichtig ist, aber die kommt gleich und ja, es scheint so, als ob diese ganzen Völker mit den Flügeln auf dem Rücken tatsächlich von eben dem Mond kommen. Warum kann Enel im Weltraum atmen? Dafür gibt es zwei Faktoren oder zwei Möglichkeiten. Erstens, er ist ein Logianutzer und deswegen hat er es einfacher zu atmen, weil er ja aus seinen Elementen besteht. Ist aber ein bisschen cheesy, deswegen das Zweite. Das Ding ist, wir sehen Sachen, die komisch wirken, denn auf dem Mond sehen wir zum einen so Wolken, die für eine Atmosphäre sprechen würden und wir haben ja auch gesehen, dass die Automater mit Luftballons hochfliegen konnten. Also können wir auch wieder davon ausgehen, dass eine Atmosphäre dort herrscht. Die gängigste Idee ist hier, dass der Mond gar nicht so weit entfernt ist von eben der Erde wie der echte Mond in unserer Welt und da der Mond in der One Piece Welt näher an der Erde dran ist, ist hier die Sache oder die Frage, hey, vielleicht ist der Mond in der One Piece Welt einfach anders und deswegen kann man da atmen. Aber ich hab nicht genug Ahnung, um das wirklich entscheiden zu können, aber das ist die Idee. Strong World Impact. Ja, dieser Film hatte einen ähnlichen Effekt wie Demon Slayer im Jahr 2019. One Piece Filme waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so relevant und die Fans verloren das Interesse. Deswegen wurde die Entscheidung getroffen oder die gesamte Story schreiben zu lassen. Das machte den Film natürlich deutlich interessanter. Für damalige Verhältnisse war er auch richtig gut animiert. Parallel dazu lief gerade auch im Manga der Marine fortarkt. Das alles in der Kombi führte dazu, dass One Piece in den absoluten Mainstream geschossen ist. Versteht mich nicht, falsch. One Piece war schon lange die Nummer 1 in der Shonen Jump, aber dieser Film hat maßgeblich dazu beigetragen, One Piece auf die nächste Stufe zu bringen. Konzept Designs. Nami war ein halber Cyborg, Chopper war ein Crack-Junkie, zweimal, Frankie ging es gar nicht gut, Zoro sollte ursprünglich zu Buggy gehören und darüber hinaus gibt es unendlich viele Charaktere, die ursprünglich eigentlich ganz anders aussehen sollten. Honey Queens Teufelsfrucht. Honey Queen ist ein Charakter aus dem Film, aber sie hat eine sehr interessante Teufelsfrucht, nämlich die Flüssigkeitsfrucht. Sie kann also zur Flüssigkeit werden, was jetzt nämlich komisch ist, weil Nutzer von Teufelsfrucht haben ja Probleme mit dem Wasser. Wir sehen sogar, dass sie ziemlich chillig am Baden ist und ich meine, innerhalb von One Piece sehen wir auch, dass die Charaktere baden, aber wir sehen immer, dass es anstrengend für sie ist. Bei Honey Queen war es so, dass sie voll am Weiben war. Aber gut, ist auch egal, weil am Ende Nami sich sowieso mit Flextape besiegt, deswegen spielt das eh keine Rolle. Lusops Tod. Lusop ist ein Stroh, der tatsächlich seinen Traum erreichen kann, indem er stirbt. Er möchte nämlich ein mutiger Krieger der See werden. Es würde sehr passend sein zu Lusop, dass er eben stirbt, indem er eben am Ende, am letzten Krieg, einen Namen für sich macht und eine große Tat vollbringt. Er würde sterben, es wäre emotional und man hätte eben den mutigen Krieger der See. Brook könnte klatschmäßig dazwischen springen, seine Frucht benutzen, um Lusop, obwohl er gestorben ist, ein neues Leben zu schenken. Das ist ja auch eine lange, lange verbreitete Theorie, aber da ist die Frage, dann würde er sicher nicht mit Laboom treffen, dann würde sein Traum nicht wahr werden. Es sei denn, Laboom ist vorher am Start und trifft ihn vorher schon, weil er am letzten Krieg auch da ist und mitkämpft. Wäre auch irgendwie so ein trauriger Abschied. Ich denke, wenn Brook sterben würde, im Ende von One Piece, wäre es so ein Abschied, der wäre traurig, aber das wäre nicht so traurig, weil er hat ja sein Leben gelebt und mit den Strohüten einen Bonus bekommen. Also wäre das auch eine Sache, die ich mir gut vorstellen könnte. Aber ich sage ehrlich, wenn Lyshop beim letzten Krieg stirbt, dann hat Oda die größten Eier, die je bewiesen worden sind. Er lachte. Das ist bezogen auf Goldriders Reaktion auf eben Joy Boy. Bis heute ist es immer noch schwierig rauszufinden, was er gemeint hat. Er meinte nur, er hätte gerne in Joy Boys Zeit gelebt. Aber, ob er damit die Vergangenheit oder die Zukunft gemeint hat, das wissen wir nicht. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass er von Ruffy sprach, weil das One Piece etwas aus der Zukunft beinhaltet. Okay, mal abseits davon, man kann nichts dazu sagen, ich bin sehr gespannt. Aber, er lachte, ist zu einem 1A-Meme geworden. Es gibt unfassbar viele geile Memes zu diesem Panel, zu dieser Sprechblase. Und das Beste ist natürlich immer noch die legendäre Messi-Version. Ace Novel. Die Ace Novel ist ein kleines Spin-Off über den Fan-Favorite Podcast, die Ace. Sie wurde später in Manga-Form vom krassen Dr. Stone-Zeichner Boichi adaptiert. In dieser kleinen Side-Story kann man miterleben, wie Ace seine Feuerfrucht ist. Seinen First Maid trifft, eine Crew gründet und sogar wie ein richtiger Macher bewusst Haki einsetzt. Achso, und unterwegs holt er sich ne Waifu. Es geht lieber tiefer, wir gehen auf Level 3. Gear 5 Inspirationen. Allgemein war tatsächlich der Cartoon von Tom und Jerry eine Inspiration für Oda, was wir dann Jahre später auch sehen im eben Kampfmuster von Gear 5. Darüber hinaus gibt es in Afrika eine ähnliche Geschichte über einen Joy Boy, der eben genauso wie der aus der One Piece Welt den Menschen dort immer wieder Trost spendet, indem er eben lacht und eben Musik mit sich bringt. Aber im Kern finde ich einfach, ist Gear 5 oder der Sonnengott Nika einfach genau das, was die Kernessenz von One Piece ist. One Piece war schon immer eine lustige Story, die den Leser eben zum Lachen bringen soll, aber gleichermaßen eine Story, die diese lustigen Momente ausnutzt, um auch schwerwiegendere Themen mit dem Leser durchzugehen, wie eben Sklaverei, Unterdrückung, Rassismus, Freiheit und eben andere Dinge. Darin war Oda immer ein Genie, lustige, einfache, normale Dinge zu nehmen und sie so zu verwerten, um uns eben etwas mit auf den Weg zu geben. Deswegen nehmen wir hier 5. Absolut genial. Rocky Port Incident. Der Rocky Port Vorfall fand zwischen den Zeitsprungen von One Piece statt und hat wirklich einige Geheimnisse, weil wir wissen bis heute nicht, was wirklich passiert ist. Aber das ist das, was wir wissen. Wir wissen, dass Lore, Blackbeard als auch Ochaku, ein ehemaliges Mitglied von eben der Rocks-Piratenbande, beteiligt waren. Wir wissen, dass Lore ein Drahtzieher von diesem Vorfall war und eben 100 Herzen von Piraten an die Marine ausgeliefert hat. Dadurch bekam er auch den Titel der 7 Samurai. Corby war ebenfalls am Start, hat anscheinend auch mit Lore kooperiert und deswegen hat er den Titel als eben Held bekommen von diesem Vorfall. Was genau er gemacht hat, wissen wir nicht. Was Blackbeard angeht, er hatte einen Kampf gegen Ochaku, er hat diesen gewonnen und dann die Herrschaft über die Pirateninsel Hachinoso erlangt. Ich denke, der Rocky-Port-Vorfall wird irgendwann erklärt werden, wenn eben Lore, Corby und Ruffy am selben Ort sind, weil es einfach Sinn machen würde, das Ganze dann zu erklären. Vielleicht ist auch dieser Rocky-Port-Vorfall ein Schlüssel dafür, dass später im letzten Krieg Lore mit eben Ruffy und Corby und einem Teil der Marine, der mit Corby mitgeht, kooperieren könnte. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Two-Piece. Two-Piece ist die Fortsetzung von One-Piece. Ja, es ist nicht so wie bei Boruto, dass es wirklich Realität ist, sondern es ist einfach nur ein Meme. Und hey, ich liebe Boruto, ich finde es ganz cool und so. Bei One-Piece stelle ich mir aber die Frage, sollen wir wirklich eine Fortsetzung machen, weil One-Piece wird am Ende der Serie an einem Punkt sein, wo die Story sehr abgeschlossen ist und dann auch eine Fortsetzung zu machen, wäre ein bisschen komisch. Deswegen hoffe ich sehr stark, dass One-Piece, wenn es mal zu Ende geht, eventuell andere Charaktere erforschen könnte. Zum Beispiel ein Gab-Spin-Off, ein Roger-Spin-Off, was auch immer. Natürlich wollen Zuschauer immer die Zukunft sehen und immer sehen, wie es weitergeht. Man könnte ja auch Filme machen mit der Strotmanne, je nachdem, aber ich hoffe, dass One-Piece nicht allzu sehr fortgesetzt wird und nach der ganzen Zeit kann man es auch mal oder nicht verübeln, dass er erst mal ein bisschen Pause machen will. Loki. Loki ist jemand, den wir aus der nordischen Mythologie ganz gut kennen. In One-Piece ist er der König der Riesen. Er sollte ursprünglich die Tochter von Big Mom Lola heiraten. Das ganze platzte aber, weil Lola keinen Bock hatte und, naja, weggelaufen ist. Big Mom sagt aber, wenn das Ganze geklappt hätte, dann wäre sie schon längst Königin der Piraten geworden, weil Lokis Macht eben so brachial ist. Ich finde es sehr interessant, da wir natürlich irgendwann auf L-Bahn ansteuern sollten. Aktuell die Ereignisse vom Manga zeigen auch so ein bisschen, dass es diese Richtung geht und wir sehen auch, dass die Riesen sehr wohl wissen, wer der Sonnengott Nika ist und mit Ruffy in der Story könnte ich mir schon etwas sehr, sehr Spannendes vorstellen, dass Ruffy vielleicht auf L-Bahn eintritt und Loki ihm nicht glaubt, dass er der Sonnengott Nika ist, was Ruffy natürlich egal wäre, aber vielleicht muss er es ihm beweisen, um irgendwie miteinander, ja, zu viben. Ich denke einfach, L-Bahn wird ein Arc sein, der wird ernst sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch sehr viel Witz drin ist, deswegen würde ich mir so eine Plotline eigentlich sehr gut vorstellen können. Augenklappe. Wir wissen ja, dass Augenklappen zu Piraten eigentlich dazugehören. Es ist komplett normal, einen Piraten mit einer Augenklappe zu malen. 2007 verriet Ichiro Oda, dass er sich diesen Feed, also einen Charakter mit einer Augenklappe, ein wenig aufspart. Er möchte diesen Charakter droppen und wenn er gedroppt wird, wird die One-Piece-Story einen wirklich großen Impact erleben und dieser Charakter scheint für das Endgame sehr wichtig zu sein. Jetzt natürlich die Frage, wer könnte es sein? Theorien sind natürlich, dass es Sebek sein könnte, der ehemalige Captain der Rocks-Piraten-Bande, aber ja, wir wissen nicht, wer es sein könnte. Es wird ein Charakter sein, der noch echt big sein wird, also man kann gespannt bleiben. Wir wissen auf jeden Fall, dass noch ein Charakter kommen wird, der sehr, sehr, sehr spannend sein wird für die Geschichte oder hat einfach einen Trumpf nach dem nächsten im Ärmel. Shanks stoppt die Zeit. In One-Piece-Pirate-Warriors hat er eine Fähigkeit, die so in die Richtung geht, aber ich möchte gar nicht so viel über One-Piece-Pirate-Warriors reden. Ich möchte hier darüber reden, dass wir im Kampf zwischen Whitebeard und Shanks etwas sehr Interessantes sehen können und da möchte ich erstmal den Manga durchgehen und danach den Anime. Wir sehen im Manga, dass Whitebeard Shanks mit seinem Alkohol bewirft und dort sehen wir, dass er nicht getroffen wird. Interessant ist hier, dass Whitebeard, ja, man könnte meinen, dass er dann daneben wirft, also dass er ihn gar nicht treffen wollte, was der Anime übrigens debankt, weil im Anime sehen wir eindeutig, dass er Shanks treffen wollte. Also, im Manga wirft er sein Alkohol und wollte Shanks treffen. Wir sehen keine Soundeffekte, wir sehen rein gar nichts, es ist eine super komische Darstellung und Shanks ist einfach ausgewichen, als wäre nichts los, als hätte er eben die Zeit angehalten, wäre weitergegangen oder wäre jetzt so von hier nach hier gegangen und dann wäre er nicht getroffen worden. So sieht es aus im Manga. Im Anime sehen wir, ich will sagen, dass er sich bewegt, aber eigentlich nicht so richtig. Also, die Darstellung im Anime ist auch außerordentlich seltsam, aber man muss hier schon so fair sein und sagen, dass es im Anime mehr so wirkt, dass er wirklich einfach super schnell ausgewichen ist. Ich kann mir vorstellen, dass man hier eben extremes Observations-Haki teasen wollte, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, gerade auch wegen Shanks Entrance mit dem König-Haki, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn Oda noch ein bisschen was dran deichselt und das später erklärt, denn Shanks andere Auftritte wie auf Marineford oder als er Corby gerettet hat, da ist sein Timing immer wieder zu gut. Also, das Timing von ihm wirkt einfach viel zu gut, weswegen man sich denkt, okay, vielleicht ist da doch mehr hinter eben Shanks, aber ich glaube, die meisten wollen einfach, dass er eine Fähigkeit hat, weil er so cool ist, deswegen, wer weiß. Enels Backstory. Wir wissen nicht, warum er so ist, wie er ist, warum er diesen starken Gottkomplex entwickelt hat. Wir wissen aber, dass Enel aus Birka stammt und auch, dass Enel Birka komplett zerstört hat. Also, kann man hier schon die These aufstellen, dass er eventuell einen bösen Flashback gehabt hat. Da er auch keine Flügel hat und dieses komische Ding in seinem Rücken installiert hat, denkt man sich auch, okay, vielleicht wurden ihm die Flügel oder so ausgerissen. Irgendwie, irgendwie sowas in der Art. Also, irgendwo muss sein Hass herkommen. Das ist auch ein Plot, der nebenbei köchelt und eventuell irgendwann erklärt wird. Und ich könnte, ich könnte wirklich das weiter ausführen an dieser Stelle, aber ein anderer Homie ist sehr wichtig dafür. Deswegen, Geduld, wir kommen noch dazu. Dragon war ein Admiral. Diese Theorie entstammt aus der chinesischen Mythologie und zwar gab es da vier Ozeane, die jeweils ein Tier repräsentieren. Wir hatten den gelben Affen, wir hatten den roten Hund, wir hatten den blauen Vogel und den weißen Drachen. Ihr merkt, die Admirele und eben Dragon. Darüber hinaus gibt es eine weitere Geschichte, die aber ein bisschen anders ist. Denn wir haben hier keinen Drachen, sondern wir haben hier die Tiere Hund, Vogel, Fasan und eben Affen. Also, ne, ist ein bisschen komisch, weil eigentlich ist ja Cousin der Fasan. Ihr müsst es sehen, wie ihr es sehen wollt. Aber die Geschichte sagt, dass die alle unter dem König waren, also sie waren Gefolgsmänner, aber der König war böse. Irgendwann kam es dazu, dass der Vogel das verstanden hat und deswegen ist der Vogel geflüchtet. Der Hund war loyal gegenüber dem König, dem Affen war es egal und, naja, der Fasan, der war zu faul. Also, das sind auch wieder Eigenschaften, die sehr stark auf die Admirele passen. Durch Kapitel 1097 haben wir dann aber erfahren, dass Dragon wirklich Teil der Marine gewesen ist. Nur wissen wir nicht seinen Drang. Er sagte außerdem zu Kuma, dass er dort keine Gerechtigkeit gefunden hat. Da er hier die Marine explizit erwähnt hat, würde ich auch ausschließen, dass er Teil einer CP-Einheit ist, weil das wäre logisch gewesen, wenn man so erklären könnte, dass keiner so wirklich weiß, was mit Dragon am Start ist, wie er kämpft, wie er drauf ist und und und. Es wird wahrscheinlich so sein, dass Dragon bei der Marine war wegen seinem Vater und dort einen niederen Drang bekleidet hatte. Erstmal. Also, ich denke mal nicht, dass Dragon lange bei der Marine war, weil Dragon wird ja durch seine Blutlinie schon eine Grundstärke haben, die für mich heißen würde, dass er schnell aufsteigt, was ja nicht der Fall gewesen ist. Also, es wird sehr schwierig sein zu erklären, wie Dragon bei der Marine sein konnte und keiner so wirklich über ihn Bescheid weiß. Natürlich sah er damals anders aus, weil er kürzere Haare hatte, das Tattoo nicht hatte und so weiter und so fort. Aber ich denke, wenn der Sohn des Helden der Marine, nämlich gab, der Marine beitritt, dann werden schon einige Leute über ihn Bescheid wissen. Vielleicht kennt er auch einen Typen oder wen auch immer, der irgendwie, weiß ich auch nicht, Erinnerungen löschen kann und so konnte er manipulieren, aber die Erinnerung von allen zu löschen, wäre sehr, sehr schwierig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er diese Windfähigkeit, die er hat, erst später bekommen hat und vorher nur durch starkes, hagelig glänzt hat, wie sein Vater. Aber da ist doch wirklich ein Mysterium hinter, wie das denn sein kann, dass Dragon so mysteriös ist, obwohl er damals bei seinen Feinden der Weltregierung, also der Marine, gechillt hat. Pondiriano. Ja, er ist der wahre Endgegner, war dann auf der letzten Insel auf Ruffy und wird ihn besiegen, weil der Philaac von ihm war ein Joke, ich war da nicht mal hellwach. Deutsche Namen. Also bei uns wurde so einiges verändert, aber das ist tatsächlich echt gut. Wie viele von euch bestimmt wissen, unterscheiden Japaner bei der Aussprache nicht sehr zwischen R und L. Trotzdem wäre es dann eigentlich mehr Lu oder Ru, aber die Deutschen haben es dann noch mehr eingedeutscht und daraus Ra-Fi gemacht. Bei Zoro haben wir mit Rorona einen ähnlichen Fall. Rorona hört sich zwar geil an, funktioniert aber eigentlich nicht, da Zoro an Francois Lolonet angelehnt ist. Bei Lusop ist es so, dass er eigentlich Usop heißt. Man wollte hier das Wortspiel übernehmen, weil Uso heißt im Japanischen nämlich Lügen. Der zweite Teil seines Namens, Dasop, kommt von Össop, einem großen griechischen Dichter, der viele Fabeln geschrieben hat. Die Deutschen haben also Lü für Lügen genommen und das Sop hintendran gehangt und so kam der Name Lusop zustande. Eine Änderung, die auch ziemlich auffällt, ist die letzte Insel von Rufftail in Unikon. Ich meine, die Deutschen konnten nicht wissen, dass 15 Jahre später ein Wortspiel um Rufftail gemacht wird, aber Unikon ist schon eine sehr extreme Änderung. Raffi 5 Milliarden 600 Millionen, da die Zahlen im Japanischen von seiner Gum-Gum-Flucht, also Go und Moo, 5,6 ergeben und wir Raffi innerhalb der Serie immer wieder mit diesen Zahlen sehen können, haben die Fans die Theorie aufgestellt, dass Raffi am Ende von One Piece sehr wahrscheinlich ein Kopfgeld von eben 5 Milliarden, 600 Millionen, Barry haben wird. Das ist auch sehr naheliegend, denn Roger hat das größte aktuelle Kopfgeld, also was jemals quasi rausgebracht worden ist und das liegt ein wenig unter dieser Zahl. Das würde heißen, dass Raffi mit dieser Zahl ein wenig über Roger liegen würde und das würde, wie ich finde, schon sehr gut zu der Serie passen. Oder in Bakuman. Bakuman ist ein Manga, der Death Note Mangaka, den haben sie nach Death Note gemacht und da geht es darum, dass zwei junge Mangaka einen Manga machen und am Ende machen sie halt Death Note, also das ist ihre Geschichte. Aber ein paar Sachen sind abgeändert, also um ein wenig Story-Progression zu haben oder Spannung zu haben. Trotzdem haben sie in dieser Serie natürlich viele Kollegen reingepackt, da wurden keine Namen genannt. Wir wissen nur eine lustige Sache, zum Beispiel gibt es ja immer Editoren und das Death Note Paar hatte einen Editor gehabt, der wirklich sehr wichtig für sie war und dieser Editor wurde dann irgendwann von ihnen abgezogen. Der hat auch immer in die Belief, bis sie eben ihren ersten Banger rausgebracht haben. Ja, der ist jedenfalls gegangen und der ist gegangen, weil er eben One Piece übernommen hat. Aber hier ist es wichtig, dass es einen Charakter gibt in Bakuman, nämlich Nisuma Eiji. Er ist ein absolutes Talent und man merkt an der Darstellung von ihm, dass er ganz anders ist als all die anderen Mangaka und ja, dieser Charakter ist eine Hommage an Ichiro Oda, aber natürlich nicht nur Oda, also in diesen Charakter sind mehrere Mangaka reingeflossen, aber unter anderem auf jeden Fall Ichiro Oda, das merkt man an ganz, ganz vielen Sachen und ist einfach eine schöne Hommage und ich glaube, ich kann mir genau so vorstellen, dass Oda sein Manga zeichnet. Smaragdstadt. Die Smaragdstadt ist Bellamis Ziel, nachdem Ruffy ihm bewiesen hat, dass man an seine Träume glauben sollte. Genauso wie die Stadt aus Gold ist die Smaragdstadt eine Stadt, von der man sagt, dass sie ein Mythos ist und nicht wirklich existiert. In One Piece Film Red haben wir so eine Smaragdstadt, aber das ist natürlich nicht die, von der Bellamy gesprochen hat. Ob es sie wirklich gibt, wissen wir nicht, sollte aber klar sein, weil es wäre schon komisch, wenn Bellamy von Ruffy lernt, hey, glaub an deinen Traum, dann glaubt er seinen Traum und dann ist sein Traum nicht wahr. Das wäre schon komisch. Also, die gibt es, aber ob sie plotrelevant sein wird, das ist schwierig einzuordnen. Gorosai und Sterblichkeit. Wir wissen, dass vor 38 Jahren auf Ohara der eine der Gorosai so aussieht, wie eben heute. Also könnte man davon ausgehen, dass alle von ihnen nicht wirklich altern. Es ist, wie gesagt, schwierig einzuschätzen, ob das wirklich so ist, aber wegen ihrem immensen Wissen über das, was damals passiert ist, ist es einfach sehr naheliegend, dass sie länger am Leben sind. Der Egghead-Arc hat gezeigt, durch ihre Kräfte, dass es auch so sein könnte, weil die haben straight up some shit aus der Hölle und es liegt auch sehr, sehr nahe, dazu kommen wir auch nochmal in diesem Video, es liegt sehr, sehr nahe, dass sie vermutlich einen Deal mit Imsama gemacht haben, um eben länger zu leben. Vielleicht ist aber auch die Operationsfrucht der Schlüssel, vielleicht haben sie immer wieder die Operationsfrucht ausgenutzt, um das ewige Leben zu ermangen. Viele Möglichkeiten sind da, aber die Gorosai haben aktuell, muss man sagen, den klassischen Bösi-Bösi-Plot, dass sie eben länger leben wollen, um länger zu leben, weil sie böse-böse sind. Also ich glaube, die haben wirklich mittlerweile keine tiefere Bedeutung, sondern nur diesen Plot, aber, oder, kann mich gerne immer vom Gegenteil überzeugen. Imo-Statur. Ich finde einfach alles an diesen Typen komplett seltsam, aber seine Statur ist einfach weird. Manchmal wirkt er komplett dünn, dann wieder nicht, wenn wir seinen Kopf sehen, als letztens im Anime, der eigentlich aktuell alles richtig adaptiert und nicht mehr so viele Fehler macht wie früher, weil Oda ja auch eng mit ihm zusammenarbeitet, aber da sehen wir, dass sein Kopf riesengroß ist, als wäre er, keine Ahnung was. Also, es ist, es ist super komisch, dieses Ding. Wirklich, ich habe keine Worte. Es ist, die Statur ändert sich gefühlt jedes Mal, wie er aussieht, was er ist, und so weiter und so fort. Ja, ich wüsste mal, keine Sorge, der Typ unten, unten kommt er vor. Klabautermann. Der Klabautermann hat damals die Flying Lamb wieder auf Vordermann gebracht und ist auch eine Sage aus der richtigen Seefahrt unter Piraten. Er ist eben ein Phänomen, was eben, ja, auftritt und das Schiff repariert oder hat es benutzt, um eben klar zu machen, dass, ja, der Klabautermann nur auftaucht, wenn die Crew sein Schiff oder ihr Schiff richtig liebt. Und das haben wir natürlich gesehen bei der Flying Lamb. Ich denke, der Klabautermann war da, um eben diesen emotionalen Payoff mit der Flying Lamb zu haben, damit wir auch verstehen, dass die Strote wirklich etwas am Schiff finden, dass sie das Schiff lieben und das Schiff sie auch liebt. Darüber hinaus haben wir gesehen, dass die Thousand Sunny ebenfalls ein Klabautermann besitzt. Ich denke, dieser Plot wird vermutlich nicht mehr wieder vorkommen in One Piece, aber, ja, ist eine sehr interessante Sache. Hat funktioniert für den Flying Lamb Plot. Oharas Globus. Der Globus von Ohara sieht komplett anders aus, als der, den wir in unserer echten Welt haben. Wir sehen hier mehrere Planeten und vermutlich auch mehrere Monde. Das kann man natürlich nicht mit Gewissheit sagen, aber wir sehen auf jeden Fall, dass das Modell anders aussieht. Und ich denke, eine Stadt wie Ohara, die so viel auf Wissen baut, würde niemals einen Globus aufstellen, weil sie glauben, dass die Erde so ausgesehen haben könnte. Also denke ich schon, dass da was dran ist oder uns hier einen Hinweis gegeben hat für eben später, wie das generell so zusammenspielen wird mit den verschiedenen Planeten oder Monden. Das weiß ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall gesehen, dass hier irgendwas nicht ganz richtig scheint. Es gibt aber super viele Theorien, dass man die Zahlen der Charaktere, also von der Strohbande mit irgendwas kombinieren kann oder dass verschiedene Religionen oder Ideen hier verankert worden sind in den einzelnen Planeten. Aber ich möchte jetzt von einem Bild über irgendwelche runden Planeten nicht zu viel urteilen oder terrorisieren. Willy Gerland. In Kapitel 218 steuern wir in den Skypie Arc rein und unsere Crew sieht ein Schiff, was vom Himmel fällt. Bei dieser Sequenz sehen wir eine Textbox, eine Sache, die im Anime durch einen Erzähler nicht gelöst worden ist. Also die folgenden Worte gibt es im Anime nicht und zwar Alles, was ein Mensch sich vorstellen kann, kann Realität werden. Physiker Willy Gerland. Aus heutiger Sicht ist dieser Satz enorm interessant, denn genau dieser Satz führt eben darauf zurück, was Ruffys Teufelsfrucht, die Leakerfrucht, repräsentiert, als auch der Ursprung der Teufelsfrucht. Ich kann mir vorstellen, dass Oda diesen Satz irgendwo gelesen hat und interessant fand und ihn deswegen eingebracht hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ganz sein Vorschädling darauf gewesen ist, was später noch kommen sollte. Abseits davon ist dieses Schiff eins, was vor vielen Jahren in See gestochen ist, vor über 200 Jahren und die waren dazu verdammt eben oben rum zu segeln und sind dann irgendwann runtergefallen. Ich fand hier interessant oder bei meiner Recherche dachte ich erstmal, dass dieses Schiff aus der Zukunft sein könnte, weil wir sehen eine Karte an Bord, die Laboom draufgezeichnet hat, was für mich eine Sache wäre, die Nami definitiv machen würde, wenn sie eben die Weltkarte zeichnet. Ja, aber wir wissen ganz, ganz klar, dass es kein Schiff aus der Zukunft ist. Ich denke aber trotzdem, dass es jetzt von Willy Gellin ein kleines Vorstellung darauf ist, was Oda uns später erst revealed hat. Das Bild einer Frau, was Sanjay gefunden hat. Wir bleiben hier noch im gleichen Abschnitt, denn genau hier, als die Strohbanne runtergetaucht ist, um eben zu schauen, was es mit diesem Schiff auf sich hat, sehen wir, dass Sanjay ein Bild findet von einer Dame und viele Fans haben lange spekuliert, dass es eben Sanjis Mutter sein könnte. Wir wissen mittlerweile, dass es nicht so ist, was sowieso keinen Sinn gemacht hat, weil das Schiff echt lange vorher gesegelt ist, aber man kann ja davon ausgehen, dass Sanjay wegen seiner Reaktion eventuell Erinnerungen getriggert bekommen hat und man hier die Brücke baut, dass Oda uns ein kleines, kleines, kleines Mini-Vorschöhring zu Sanjis wahrer Vergangenheit geben wollte. Interessanterweise erfahren wir auch hier in diesem Abschnitt, also im Jaya Island-Abschnitt, dass Sanji aus dem North Blue stammt, was ja wichtig ist für später für den ganzen Windsmoke-Reveal. Also denke ich schon, dass man hier durch Sanjis Reaktion zeigen wollte, dass er eben vielleicht noch mehr hat als nur die Backstory mit eben Jeff. Ichiro Odas echtes Gesicht. So sieht Ichiro Oda aus. Nein, es gibt unzählige Videos, wo dieses Gesicht auftaucht. Das ist, glaube ich, irgendein Nintendo-Mitarbeiter. Ich weiß nicht, was bei Google passiert ist, aber wenn du Ichiro Oda googlest, kommt er raus. Das ist aber nicht Oda. Oda sieht so, so und so aus, aber der Bro hat nicht wirklich viele Bilder gemacht. Ist ja auch logisch, weil wenn Odas Gesicht richtig publik wäre, wie er aktuell aussieht, dann könnte er in Japan vermutlich gar nicht mehr rumlaufen. Das würde man sich natürlich auch nicht wünschen. Oda wäre ja ein absoluter Megastar. Ich meine, er ist so undercover, dass er sogar bei der Premiere von One Piece Live Action dabei sein konnte und zuschauen konnte, wie die Zuschauer reagieren und keiner von denen hat gecheckt, dass Oda Oda ist. Und ich schwöre, ich hätte gemerkt, dass Oda da ist. Ich hätte es wirklich gemerkt. By the way, man kann auch seine Stimme hören und zwar in einem One Piece Special. Es gibt vier Kaiser und viel, viel mehr Themen, deswegen gehen wir auf Level 4. Zorro ist ein Rassist. Das Meme ist echt big und man muss sagen, Zorro hat auch nicht so einen starken Track Record. Also der Bruder, der hat schon gegen Leute gekämpft, da fällt ein Muster auf, um es mal so zu sagen. Und habt ihr euch schon mal gefragt, wer der größte Feind von Zorro ist? Ja, Schwarzfuß Sanji. Selbst ein Schwert, das Shuzui, hat er sofort weggeschmissen, als er ein neues bekommen hat, weil es schwarz war. Okay, Leute, chillt. Es ist nur ein Meme. Natürlich ist es nicht so. Zorro ist es, glaube ich, eigentlich total egal, wer von irgendwo her kommt. Ich glaube, der ganze Strohütte ist es egal, ob der eine von da oder da kommt. Aber das Meme ist stark, ich gebe zu, aber ja, Zorro ist ein guter Guy, man. Strohhüte ohne Ruffy. Oda hat mal gemalt, wie die Strohüte aussehen würden, wenn sie keine Piraten geworden wären. Also, wenn sie theoretisch nicht auf Ruffy getroffen wären. Und einige von denen sehen echt schlimm aus. Ich meine, verdammt nochmal. Es geht ab, Freunde. Ich habe die Ehre, euch die Schwanz-Law von One Piece vorzustellen. Ruffy kann seinen Schwanz dehnen. Buggy kann seinen Schwanz trennen. Hoodie Jones hat zwei Schwänze. Marco der Phönix kann seinen Schwanz regenerieren, was auch immer das heißen soll. Josu kann seinen Schwanz zu einem Diamanten werden lassen. Gladius kann seinen Schwanz zum Explodieren bringen. Und es gibt einen Charakter, der original Dick heißt. Ach ja, und Zorro hat sein Einschwerterstil auch mal bei Hiyori ausgetestet. Odas nicht One Piece Zeichnungen. Also zuallererst sollte Oda die Finger von anderen Main Charactern lassen. Weil was zum Teufel soll das hier sein? Abgesehen davon hat er einen echt geilen Style, der sich brutal abhebt von seinem eigentlichen One Piece Art Style. Ich meine Pandaman als krasser japanischer Yakuza, Chopper als Snoop Dogg, Shanks, der sich einen durchzieht oder sogar Bob Marley. Oder hat einfach Bob Marley gemalt. Übrigens hat er auch sich selber gezeichnet, also den Goat. Zorro ist verlaufen. Zorro verläuft nicht so oft, weil er eben ein Eternal Lockport zu Love Tale ist. Ja, natürlich nicht. Das Ding ist, wir haben hier sein Schwert und ihr wisst ja, dass in Anime generell Schwerter oder Schwertkämpfer immer ihr Schwert widerspiegeln. Zorros Main Schwert ist natürlich das Waluigi Monji. Natürlich nicht, das Waluigi Monji. Das Waluigi Monji heißt nichts anderes als Straight Road of Harmony, also direkter Weg zur Harmonie. Das soll nochmal symbolisieren, dass Zorro auf direkten Wege, ohne Abkürzung zu nehmen, den Weg geht, um der beste Schwertkämpfer zu werden, um dem Versprechen von Kuina treu zu sein. Und deswegen verläuft es sich auch, weil er immer nur einen Weg geht und nicht irgendwie abbiegt. Also es ist natürlich wieder hier im übertragenen Sinne gemeint, dass Oda eine dumme Sache von einem Charakter nutzt, nämlich Zorro zu weglaufen, um zu etablieren, wie eisern und wie wichtig es ihm ist, sein Ziel zu erreichen. Geh dazu das Schicksal. Nachdem Chopper ihn weggejallert hat, er runtergeflogen ist, hat er, naja, ordentlich malocht. Und er hatte irgendwie so einen Guren Lagann-Ark und hat sogar den Mauerwurf verprügelt. Er hat den Mauerwurf genommen, ist irgendwo hingebuddelt und hat dann weiter Leute verprügelt. By the way, merke ich gerade, dass der Mauerwurf einfach einen Smiley als Nasa hat. Sie haben sich jetzt weiter durchgegraben und sind dann, naja, in Alabaster gelandet, wo sie auf Corsa getroffen sind und um die Revolution voll im Gange zu halten, haben sie eine wichtige Sache gemacht, nämlich ein Badehaus gebaut, weil sie eben Vivi nackt sehen wollen. Das ist die Lore. Vapols Firma. Nachdem Vapol aus Drum geheatet worden ist, ist er auf der Straße gelandet und hat sich da durchgeschlagen, indem er eben Schrott zu Spielzeugen, naja, umgewandelt hat mit seiner Frucht. Das Ganze lief so gut, dass er ein Riesenimperium gebildet hat, Miss Universe geheiratet hat und sich wieder einen Platz bei der Rivery besorgt hat, weil er jetzt irgendwie Anführer von Black Drum ist. Aber im Endeffekt ist das Ganze gut ausgegangen, weil dadurch konnte er Vivi retten, die bei der Rivery war. Also, das ist Corbis Training. In der Live-Action-Serie haben wir gesehen, dass Corby viel aktiver im ersten Teil der Serie gewesen ist und ich denke, wenn Oda One Piece nochmal machen würde, hätte er wahrscheinlich Corby mehr Rolle gegeben. In dem Manga war es so, dass er Corby bis Water 7 nicht mehr gezeigt hat, aber dafür hat er eine Cover-Story gehabt, wo Corby mit Helmepo und Garb trainiert hat. Und ja, in der Welt von One Piece ist es schon so, dass man mit Willenskraft sehr viel erreichen kann. Also, man kann sich äußerlich sehr stark ändern, nur wenn man es möchte oder wenn man etwas prägendes erlebt. Ich muss aber sagen, ich kann mir vorstellen, dass die einfach so viel gewachsen sind, weil die das Training gemacht haben, aber wenn man die Haki-Erklärung nimmt, dann geht das Ganze nicht auf. Weil wenn man sagt, dass Corby so schnell trainieren oder so schnell wachsen konnte, weil er viel Haki gelernt hat und mit Haki gut zurecht kam, dann muss man ja sagen, Helmepo ist ja nicht so stark geworden, aber der ist auch so viel gewachsen. Also, das ist schon ein bisschen komisch. Ich glaube, entweder ist es wirklich nur Willenskraft, diesen Gewachsen fertig ist oder, oder erklärt irgendwann nochmal irgendwie, dass es einen Ort gibt, wo die Zeit anders läuft oder dass es eine Frucht gibt, wo die Zeit anders läuft oder was auch immer. Aber ich glaube, oder wird noch erklärt irgendwann. Jacko bei der Marine. Eins, zwei, drei. Jacko, wer kennt nicht den Goat von damals? Als er damals verkackt hat, ist er auf Fullbody getroffen, ähm, hat mit ihm gechillt und dann ist er der Marine beigetreten, weil er Hina knacken möchte. Ja, Mann, viel Glück mit diesen Augen. Ace bei der Marine. Ja, es hätte sich, gab es zwar ein bisschen früher gewünscht, aber nein, Ace ist erst viel später der Marine beigetreten, als er Jagd auf Blackbeard gemacht hat und die Umstände sich halt so ergeben haben. Er hat halt da ein bisschen gechillt. Das war's. The Raid will fail. The Raid will fail ist bezogen auf Mr. Moji, der, äh, ein One-Piece-YouTuber ist und er hat unfassbar oft prediktet, dass der Raid auf Onigashima failen wird, dass da nicht klappen wird und sonst was passiert. Äh, es ist ein Meme geworden, es, es, es kommt nicht aus dem Nichts, also die These ist jetzt nicht komplett aus dem Nichts gegriffen, aber, äh, ja, das Meme hat halt über uns gewonnen, war lustig, deswegen ist es hier drin. Monets Orangenfrucht. Die Idee war hier, dass nach dem Tod von Monet ihre Teufelsfrucht weiter wandert und da Pankasaat ein Ort ist, wo, naja, nicht viele Bäume sind, wo Früchte wachsen, hat man die Idee, hey, was ist denn, wenn eventuell ihre Frucht in den Orangenbaum von eben Nami gewandert ist. Darüber hinaus hatten wir mal eine, eine FPS gehabt, wo Oda geantwortet hat, dass es selbst, wenn die Strohbande verhungern würde, würden sie die Orangen nicht anfassen, beziehungsweise, sie dürften schon, aber sie würden es nicht machen, weil sie Angst vor Namis, ja, Wut haben. Also, das zeigt uns, dass Nami keine von den Leuten an die Früchte lässt, sollte nochmal unterstreichen, also, Oda hat das Ganze als Gag gemacht, aber wir wissen ja, dass in Odas Gags meistens ein bisschen mehr steckt, und deswegen war die Idee, hey, Nami könnte vielleicht die Frucht von ihr essen, aber auf dem Weg nach Whole Cake Island war die Crew am Verhungern, hat alles aufgegessen, was auf dem Schiff war und da war keine Teufelsfrucht dabei und deswegen ist die Theorie gestorben. Keine Frucht für Nami, keine Frucht für Carrot, wäre auch ein Snow Bunny gewesen. Ja, weiß ich nicht, ist halt tot, das war's. Bringt Monet zurück, ich wünsche mir Monet zurück. CP9 nach Enis Lobby. Nachdem sie besiegt worden sind, hat Bruno sie mit seiner Dordor-Frucht gerettet und sie nicht in die Bar gebracht, sondern in ein Dorf, wo sie ein paar Nebenquests abgegrindet haben und dann sind sie irgendwann auf Spandam getroffen und es wirkt irgendwie so, dass Lugi mit Spandam einen Deal gemacht hat und deswegen sind sie wieder zu CP0, aber der wahre Grund, warum sie wieder zurück durften, den haben wir noch nicht erfahren. God Valley Vorfall. Vor 38 Jahren hatten wir den Vorfall, dass die Himmelsdrachenmenschen eine Menschenjagd veranstaltet haben. Dort konnte man Preise gewinnen, wie zum Beispiel die Tatzenfrucht oder die Teufelsfrucht, die später Kaido essen sollte. Wie die Charaktere, wie Kuma und Kaido später in die Frucht gekommen sind, wissen wir nicht. Wir haben noch nicht den Vorfall gesehen. Wir wissen nur, dass er stattgefunden hat. Kuma und Ivankov waren ebenfalls Sklaven, die eben gejagt worden sind, aber auch hier wissen wir, dass sie entkommen sind. Darüber hinaus kam es dazu, dass die Rocks-Piratenbande angelockt worden ist und ebenfalls dazu steuerte. So kam es dazu, dass Roger auf sie getroffen ist und sie den krassen Clash hatten, wo Gab sich auch mit eingemischt hat und den Titel des Helden der Marine bekommen hat. Darüber hinaus wissen wir auch, dass Fiegerland Garling, der aktuelle Anführer der Holy Knights, einer weiteren Fraktion in One Piece, ja, bei dieser Menschenjagd den Titel Champion bekommen hat. Und wie gesagt, wie Zabek besiegt worden ist, wie er kämpft, warum Fiegerland diesen Titel hat, was für Früchte es dort noch gab und, 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 wissen wir alles nicht. Kommt noch, wissen wir nicht. Kopfgeld-Fotos. Attach ist derjenige, der die meisten Fotos macht. Man wundert sich ja, wie kann es sein, dass irgendwie alle Charaktere ein passendes Kopfgeld haben. Jedenfalls ist es so, dass Attach anfangs ein Gag-Charakter war oder sagte quasi, dass der Charakter immer auftaucht und immer da ist und immer zur richtigen Zeit knippst. Später wurde Attach zu einem richtigen Charakter und, und er ist auch derjenige, der bei Morgans mitmischt und so eben die Zeitung wunderbar manipuliert. Mikio Ito. Mikio Ito ist auch ein Gag-Charakter von Oda. Ich weiß gar nicht, warum er genau im Iceberg drin ist. Ich habe ihn oft gesehen. Eigentlich macht es keinen Sinn, weil er ist einfach nur ein quasi Charakter, der eine Karikatur ist von einem Assistenten. Also, wir wissen ja, dass Ichiro Oda bei Nobuhiro Watsuki, dem Mangaka von Roruni Kenshin, Assistent war und ein anderer Assistent war Mikio Ito und von diesem Assistenten hat Oda eine Karikatur gemacht und eben in seine Manga eingebaut. Aber der kommt eigentlich so gut wie gar nicht vor, sondern nur eben auf, ja, Steckbriefen. Gorosai Real-Life-Referenz. Auch die Gorosai haben Ebenbilder in der realen Welt. Interessant ist hier, dass sie eben Politiker als Vorbild haben. Dabei hätten wir einmal Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, ich hoffe, ich spreche richtig aus, oder eher im Fall von dem Samurai, der Gorosai, der japanische Diktator Hideki Tojo, Goroshoff, Karl Marx und Itagaki Taisuke. Und Politik habe ich meistens nicht so aufgefasst. Ich habe da eher One-Piece-Chapter gelesen, deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es irgendwas heißt, dass einer dieser Charaktere einer der 5 Weisen ist. Dankeschön. Ruffy wird Kaido nicht mit einer Riesenfaust besiegen. Das ist eine 1 zu 1 Aussage von Ichiro Oda zum Wano Kuni-Ark. Er hat gesagt, dass Ruffy niemals Kaido so einfach besiegen wird mit einer größeren Faust und das war's. Genau das ist passiert. Okay, zugegeben, natürlich thematisch gesehen war da mehr dahinter. Ruffy hat ja einen sehr großen Charakter-Ark eigentlich gehabt in Wano Kuni, aber ich finde trotzdem das Ganze sehr lustig, dass Oda eine Aussage getätigt hat und es dann genau so passiert ist. Wir machen eine Absteige nach Level 5, es wird immer deeper. Alabasters zweites Pornoglyph. Ja, das zweite Pornoglyph, was Zorro und Chopper auf Alabaster gefunden haben, war nur ein Filler-Pornoglyph. Es ist ausgesagt, Fonto Animation hat nichts mit der Main-Plotline von One Piece zu tun. Was ein bisschen komisch ist, weil die Pornoglyphe ja sehr wichtig sind für die One Piece Story. Man kann das Ganze aber rückwirkend damit erklären, indem man sagt, dass Robin die Information hypothetisch gesehen von dem Filler-Pornoglyph schon kennt und damit hat sich die Sache eigentlich erledigt. Also, ja, ist komisch, es seiens ist, aber schadet die Story an sich oder schadet der Story an sich nicht wirklich. Florian Dreieck, Monster. Das Florian Dreieck befindet sich zwischen Water 7 und eben der Thriller-Bug. Das Ganze ist ein bisschen mysteriös aufgefasst, denn es gibt den Mythos, dass eben dort die ganzen Crew-Mitglieder verschwinden. Wir lernen aber später, dass es daran liegt, dass sich Muria das Ganze einfach zunutze gemacht hat, eben die geografische Lage. Es war eben so, dass er den Leuten den Schatten geklaut hat und deswegen kam es dazu, dass als die Sonne rauskam, wurden sie eben ausgelöscht, weswegen andere Leute nur Schiffe gefunden haben, ohne eben Passagiere. Natürlich ist das Ganze Florian Dreieck sehr interessant, weil die Monster erinnern uns sehr stark an eben Imsama und haben auch etwas mit dem Mythos der Seefahrt an sich zu tun, nämlich dem Omibuzu, was natürlich eine Geschichte ist in der japanischen Mythologie. Dazu kommen wir später nochmal genauer. Man könnte sagen, dass die Nambas von Kaido ebenfalls ähnliche Kreaturen sind. Ich denke, oder wollte ich hier nur diesen ganzen Mythos auffassen, was später mit Imsama sein könnte, wird dann nichts mit diesem Monster jetzt tun haben. Es geht halt darum, dass Muriel sich das Ganze ausgenutzt hat und die Figuren, die wir sehen, wie gesagt, ist halt mit dem Omibuzu zu verbinden, aber ich denke, diese haben nichts zu tun mit den Skypiea-Riesen, weil die Skypiea-Riesen waren ja einfach nur quasi Riesenschatten von Skypiea-Menschen, um eben diesen Skypiea-Mythos aufzubauen über Leute, die oben leben, weil wir das vorher noch nicht gewusst haben. Also, wie gesagt, hier sind sehr viele Sachen miteinander verworren, halt das ganze Bermuda-Dreieck-Ding, was natürlich in der echten Welt als Mythos existiert, wurde hier genutzt, Omibuzu-Ding und viele andere Sachen, aber basically, Muriel hat das zum Nutzen gemacht und konnte so die ganzen, ja, Leute, raiden, mehr oder weniger. Das Ei auf Rogers Schiff. Wir sehen ein riesengroßes Ei auf dem Schiff von Roger und haben noch nie erfahren, was damit ist. Wir hatten eine Szene, wo wir sehen konnten, dass Roger gegen Shiki gekämpft hat und dort hatte Shiki auch so etwas angeteast, wie eben, dass er die Waffe haben möchte, die Roger erlangte. Also, könnte das Ei gewesen sein, wissen wir aber nicht. Wir sehen es immer wieder, ob auf Water 7, ob in Skypiea oder als die Crew eben, ja, Oden wieder abgesetzt hat. Wir sehen das Ei immer wieder. Selbst nach Rogers Hinrichtung ist das Ei dort. Wir haben keine Ahnung, was damit ist, ob das Ding geschlüpft ist oder was auch immer. Wir haben natürlich noch mal ein paar Mitglieder von Roger, wie zum Beispiel Skoppa Gaban. vielleicht könnte er das Ei haben und irgendwas wird noch, ja, damit auf sich haben. Ich habe auch oft gelesen, dass Leute glauben, dass ein Greif aus diesem Ei schlüpfen könnte, weil Greif in der Mythologie immer wieder dazu verwendet werden, dass sie eben Schätze beschützen. Also, vielleicht wird auf Larvetail dieses Ding dort sein. Vielleicht hat Oden einen Plot gehabt, den er verworfen hat oder irgendwie sowas in der Art. Aber bis heute wissen wir nicht, was es mit diesem Ei auf sich hat. Deswegen muss es eigentlich noch ein Plotpoint sein, der später vorkommen wird. Kaido ist ein Porno-Glyph. Ja, das ist halt eine dumme Fan-Theorie, die halt die Runde gemacht hat, weil Leute dachten, dass ein Porno-Glyph eine Frucht gegessen hat und dann zu Kaido geworden ist. Weil so konnte man sich erklären, wieso seine Haut so undurchdringbar ist und und und. Später erfahren wir, dass das Ganze mit Haki zu tun hat. Aber, ich muss sagen, ich mag diese Fan-Theorie, weil Kaido hat so komische Tattoos, die wurden nur nie erklärt. Ich meine, gut, das kann vielleicht was mit den Mongolen zu tun haben, dass man sich daher bedient hat von den Geschichten. Aber, ich sag ehrlich, wenn wir jetzt 10 Jahre zurückreisen oder ein bisschen weniger, das wäre wieder eine Theorie, wo man hätte dran glauben können. Also, bin ich strong. Ist heutzutage Quatsch, aber, naja. Shanks Haki-Crew. Ja, das ist ein Belief daran, dass Shanks Crew vermutlich nur aus Haki-Kämpfern besteht. Aktuell haben wir kein, kein wirklichen Glauben daran, dass irgendwer von ihnen Teufelsfrüchte haben könnte, sondern alle einfach super Haki-Experten sind. Das macht ja auch Sinn mit zum Beispiel Yasopp. Wir sehen ja, dass Lusopp ein besonderes Observations-Haki hat. Das Ganze könnte für Yasopp gelten. Wir haben Shanks, der WiFi-Haki hat, haben wir ja gesehen, wie er Greenbowl klatschen konnte. Also, es macht Sinn, dass seine Crew nur aus Haki-Experten besteht. Wir haben ja mit Kaido zum Beispiel das Gegenstück, dass alle von ihnen Teufelsfrüchte oder eben Smile-Früchte haben. Deswegen könnte das Ganze gut passen. Auch im Kontrast mit Blackbeard's Crew, die ebenfalls alle Teufelsfrüchte haben, könnte man sagen, dass Shanks Crew eben nur aus Haki-Nutzern besteht. Wäre halt sehr denkbar. Könnte auch vielleicht damit zusammenhängen, dass Shanks vielleicht irgendwas über ihm selber weiß, was wir nicht wissen, was mit dem Wasser zu tun hat. seine Crew so gebaut, dass keiner Teufelsfrüchte besitzt, weil er weiß, dass er im Endgame von One Piece nur bestehen kann, wenn sie keine Früchte haben. Wer weiß. Könnte sein, muss nicht sein, wäre aber denkbar. Ruffys Star-Tour In Odas Heimatstadt Kumamoto und ich check jetzt gerade erst, warum Kuma so ein wichtiger Charakter ist, aber naja, dort steht auf jeden Fall eine Ruffy-Star-Tour, um Oda zu ehren. 2016 zerstörte nämlich ein Erdbeben fast die gesamte Stadt, weswegen Oda einfach mal 5 Millionen Euro spendete, um diese Stadt eben zu supporten. Die Stadt hat sich dann dafür bedankt und eine Ruffy-Statue errichtet, um Oda zu ehren. Aber das ist noch nicht alles, denn mittlerweile gibt es zu jedem Crewmitglied eine Statue irgendwo in der Stadt Kumamoto. Alte Charakter-Designs. Ja, das ist ein Punkt zu Designs von einigen Charakteren, die früher ein bisschen anders ausgesehen haben als heute. Marco kam nämlich ursprünglich aus Frankfurt, Josu kam aus Berlin, Kaido ging es damals überhaupt nicht gut, Rayleigh sah aus wie der Onkel, der sich immer ein bisschen Geld bei euch leiht und Skoppy sah damals auch ziemlich mickrig aus wie ein Zwerg, aber ist wenigstens heute fresh unterwegs. Ruffys Stab. Ruffys Stab ist einer meiner Lieblingseinträge. Es herrscht nämlich mal das Fake-Gerücht und ich kann es nicht mehr tracken, also ich weiß nicht, wo es entstanden ist. Jedenfalls entstand das Fake-Gerücht, dass Oda in einem Interview gesagt haben soll, dass Ruffy beim Training mit Rayleigh einen Stab benutzt hat und dort Rayleigh so krass einheizen konnte, dass er beinahe verloren hat. Also kam die Theorie auf, dass Ruffy mit einem Stab viel mächtiger ist. Das wurde natürlich unterstützt durch seine Kindheit, da hatten sie ja auch diese Rohre gehabt, mit denen sie gekämpft haben und eben durch die Legende von San Wukong. Da wissen wir ja auch, dass natürlich der mit einem Stab gekämpft hat, wie eben Son Goku und deswegen kam die Idee auf, hey, wenn Ruffy einen Stab hat, ist er übelst broken, hey, Ruffys nächste Gierform wird ebenfalls einen Stab haben und so weiter und so fort. Was soll ich euch sagen? Das kam halt auf, keiner weiß die Quelle, alle haben nur gesagt, in einem Interview hat Oda gesagt und das ist alles. The Biggest One Piece Theory The Biggest One Piece Theory ist eine Sache, die Ohara gekocht hat mit der Hilfe des japanischen YouTuber Euderon. Das ist eine Theorie, die wirklich sehr, sehr, sehr deep geht und Sachen aufwirft, die wir noch nicht so oder wo wir nicht so in One Piece drüber nachgedacht haben. Also sehr interessant. Ich würde sagen, diese Theorie hat viel verändert. Das Ganze hat nochmal ein ganz anderes Licht auf One Piece geworfen und viele Fans haben angefangen, sich dafür zu interessieren, was bei One Piece als nächstes passieren könnte und, und, und. Also das war wirklich für die One Piece Community im Internet, auf YouTube eine wirklich wichtige Sache, die eben rausgekommen ist und naja, dass das Love Tale oder dass das One Piece eben auf Innis Lobby sein soll, weil da so ein Kreis ist, so ein Loch ist, ist einfach, keine Ahnung, es ist so crazy. Deswegen ein Video, was ihr da auf jeden Fall abchecken sollte, ist sehr, sehr big. Lucky Loo's Geschwindigkeit. Mit dem Namen Lucky Lou verbinden viele im ersten Moment direkt Geschwindigkeit, die Person, die schneller ist als der Schatten und das trifft auf den Lucky Lou von One Piece ebenfalls zu. Man würde es natürlich nicht vermuten, Lucky Lou in One Piece spiegelt nicht die Art von Charakter wider, die man mit einem besonders schnellen Charakter verbinden würde. Doch bereits ganz am Anfang in der Geschichte von One Piece kriegen wir etwas zu sehen, was doch in der Welt von One Piece und Odas Worldbuilding sehr mysteriös wirkt. Generell ist Odas sehr auf Details bezogen und immer wieder zeigt er ganz klar, warum ein Charakter an gewissen Stellen, an gewissen Situationen eine bestimmte Handlung ausführen kann überhaupt. Bei Lucky Lou ist dies nicht direkt der Fall. So sehen wir beispielsweise, wie ein Bandit Shanks mit einer Waffe bedroht und im nächsten Augenblick sofort von Lucky Lou umgeschossen wird. Wie das Ganze zeitlich überpassen kann und geschwindigkeitstechnisch wird hier nur vermutet, da man einfach nur einen kleinen Shot sieht beziehungsweise einen kleinen Panel-Switch. Es ist nicht ganz klar. Trotzdem ist die Geschwindigkeit von Lucky Lou alleine des Namenswings schon eine enorme Mysterie in der Welt von One Piece und es wird immer wieder an verschiedensten Szenerien angedeutet, ob Lucky Lou wirklich der schnellste Charakter in One Piece ist. Es würde eigentlich zu Odas Welt passen, denn wir dürfen nicht vergessen, Charakter-Design und wie sich der Charakter am Ende des Tages dann wirklich gibt, sind in One Piece oftmals zwei verschiedene Dinge. Katakuris Vater. Also es muss Kaido sein. Ich bleibe dabei. Ihr könnt mir sagen, es macht keinen Sinn. Es muss sein. Ich meine, Big Mom hat Kaido schon immer diesen Step Mom-Blick gegeben und Katakuris Brüder haben alle irgendwelche Gesichtsfacetten von eben Kaido. Es muss Kaido sein. Es ist das Einzige, was Sinn macht. Bis man sich eben, naja, bewusst wird, dass Katakuri 48 ist und Kaido 59. Das heißt, Kaido muss ihn und seine Brüder mit Elf bekommen haben. Und ich glaube, auch wenn Big Mom einige Dees hinter sich hat, nur nicht der von Monkey D, äh, keine Ahnung, wird das wohl nicht passiert sein, weil Big Mom kannte Kaido nicht mal als Elfer. Ja, also, die Theorie ist tot, ich hab sie geliebt, aber können wir nix machen. Kopfgeldjäger. Ja, wo sind die denn hin? Ich meine, wir hatten Zorro, wir hatten Johnny Nusaku, die Frankie-Family hat auch mal ein bisschen gejagt, Blackbeard hat gejagt und Law hat auch Piraten schon mal an die Marine ausgeliefert, aber diese klassischen Kopfgeldjäger, die nur das machen, die gibt es irgendwie nicht mehr. Das liegt vermutlich daran, dass es einfach im One-Piece-Game schwieriger wird, desto weiter man fortschreitet, denn eine Crew zu fassen oder einen einzelnen Piraten zu fassen, der später in der neuen Welt in einer Piratenbande rumläuft, ist gar nicht mal so einfach und wie gesagt, desto weiter du gehst, desto schwieriger wird das Ganze unterfangen. Also, du alleine als Kopfgeldjäger wirst wahrscheinlich nicht wirklich viel ausrichten können und deswegen sehen wir auch keine Kopfgeldjäger mehr, weil in der neuen Welt ist es so gut wie unmöglich. Wir sind ja eigentlich nur Piraten, die andere Piraten ausliefern und selbst das passiert sehr, sehr selten. Die Cross-Guild bringt das Ganze zurück, weil das Netzwerk von ihnen ist sehr, sehr groß, also sie haben sehr viele Leute und auch starke Leute, deswegen kann man sagen, dass dieses ganze Kopfgeldding zurückgebracht wird, nur eben andersrum mit eben der Marine. Ich kann mir vorstellen, dass Oda damals so einen Kopfgeldjäger-Plot hatte, aber das dann irgendwann verworfen hat oder er wollte die Idee nur kurzzeitig in der Story haben und war sich durchaus bewusst darüber, der später das Ganze gar nicht mehr so wichtig sein würde. Ichiro Odas Morddrohungen. Oda hatte damals einen seiner Assistenten gefeuert und die Frau von diesen hat ihm daraufhin 100 Morddrohungen geschrieben. Das Ganze passierte zwischen dem Zeitraum September 2007 bis Dezember. Zu dem Zeitpunkt lief auch Thriller-Bark im Manga, weswegen Oda wahrscheinlich viele Albträume hatte und deswegen Albtraum Ruffy geschaffen hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das eine oder Design durch diese komische Lady entstanden ist. Jedenfalls, ja, hat die echt viel Stress gemacht, aber 2009 wurde sie dann festgenommen und ist hinter Gittern gelandet, weil den Goat, den darf niemand mit dem Mord drohen. Krebskrankes One Piece Kind kennt das Ende. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich das gesehen habe, aber nein, es gibt kein krebskrankes Kind, was das Ende von One Piece kannte. Und ich sag mal so, selbst wenn Oda einem Kind das Ende verraten würde, bin ich mir sicher, dass Oda so grausam ist, dass er das Ende einfach dann ändern würde, damit es keiner kennt. Oda's Frau ist Nami. Oda ist einfach ein Macher. Der Typ traf 2003 eine Frau beim Jump Fester Special, die Nami gecosplayt hat, nämlich Chiaki Inawe. Sie hat Nami gecosplayt und Oda dachte sich so, wow, das ist eine Frau nach meinen Vorstellungen, weil ich sie ja geschaffen habe. Er macht Nägel mit Köpfen, hat sie geheiratet und Jahre später ist er glücklich, hatte Familie und Kinder. Der Bruder hat einfach Nami geiratet, hallo. Raffys Filler-Nabe. In einem Filler haben sich Raffi und Zorro gefetzt, er hat dabei die X-Nabe bekommen und viele One Piece-Fans denken jetzt, dass es die Narbe ist, die er hat nach dem Timescaller. Nein, die Narbe, die er hat, kommt durch den Vorfall mit Akainu. Ich weiß zwar nicht, wie man denken kann, dass es nicht so ist, aber falls es noch irgendwo einen One Piece-Fan gibt, der das bis heute nicht weiß, bitteschön, du weißt es, laden wir bitte keine Scheiße mehr. Zorros Königsaki. Beherrscht Zorros Königsaki ja oder nein? Die Antwort lautet jein. Also, wir wissen, oder wir haben mal gesehen, auf Sabaody hat der Königsaki angewendet, das war aber eine Anime-Only-Szene, deswegen kann man die nicht wirklich zählen und wir sehen im Kampf später auf Wano Kuni, dass er eindeutig Königsaki benutzt, das kommt aber durch das Schwert Enma. Jetzt habt ihr als Fans zwei Möglichkeiten. Ihr könnt sagen, Zorro hat das Königsaki drauf wegen Enma und nur wegen Enma oder ihr sagt, dass es so ein bisschen wie bei Maybe Hunter x Hunter ist, dass Enma quasi das Königsaki von Zorro richtig erwachen lassen hat. Also, genauso wie zum Beispiel Wing bei Gon und Killua das Nen schneller erwachen lassen hat, kann man sagen, dass Enma ein Trigger dafür war, dass Zorro eben seinen Königsaki richtig entfalten konnte. Ich denke, Zorro ist schon ein Charakter, der eben Königsaki haben kann, gerade auch, wenn wir Charaktere haben wie zum Beispiel Rayleigh, der ebenfalls The Second Man von Roger war, der Vizekapitän, aber trotzdem konnte er das Königsaki benutzen und man kann dazu auch sagen, Zorro kann als Gefolgsmann von jemandem Königsaki haben, weil Zorros Traum, sein Endgoal, der beste Schwertkämpfer zu werden, wird nicht von Raffys Traum gemindert, sondern eher begünstigt durch Raffys Traumpiratenkönig zu werden, geht Zorro auf eine Reise, wo er immer stärker wird und deswegen kann er sein Ziel am Ende erreichen. Also, macht es schon Sinn, dass auch er eben Königsaki drauf hat. Foreshadowings. Das Wort Foreshadowing bezieht sich darauf, dass Oda in seiner Story oder in verschiedenen Medien von One Piece Sachen hinsetzt oder kleine Hinweise versteckt, die uns auf spätere Plots aufmerksam machen sollen. Zum Beispiel haben wir einfache Dinge wie, dass Sanji bei seiner Vorstellung im Manga mit einem Glas Wein und einer Zigarette gezeigt worden ist. Wenn man die ganzen Worte zusammenpackt, hat man das Wort Windsmoke. Oder auch, dass Sanji, als er mit der Crocodile telefoniert hatte, den Namen Mr. Prince wählte. Das ist ja ebenfalls ein Vorstellung darauf, dass er von einer höheren Abstammung ist, nämlich den Windsmokes. Es gibt etliche Coverpages, die einige Plots vorher sehen, wie zum Beispiel die Wano Kuni-Coverpage, die sehr früh eingetroffen ist, die dann später oder die damals schon das Zeichen des Kozuki-Clans gezeigt hat. Bei Band 25 des Manga sehen wir Blackbeard, Buggy, Shanks und Raffi auf dem Cover, was sehr interessant ist, weil wir dann einfach 80 Bände später dieses Cover hier bekommen, was eindeutig eine Hommage an das Alte ist. Also wusste oder ganz sicher, dass die Pappnasen ihr Kaiser werden würden. Ich frage mich aber, welche Rolle der Bergarbeiter noch spielen wird. Der wird bestimmt im Endgame noch absolut wichtig werden. Der Sonngott Nika wurde ebenfalls in Skype ja schon geforschtet. Ich meine, es ist ein bisschen goofy zu sagen, dass diese Pose von Raffi ein Vorstellung ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, bei dem gleichen Arc sprechen wir auch zum ersten Mal von einem Sonnengott. Also, ne, macht schon sehr viel Sinn. Ace Tod wurde ebenfalls auf einer Cover-Page gezeigt. Wir sehen Raffis kreischendes Gesicht, was sehr ähnlich ist zu dem später auf Marineford. Wir sehen, dass er die Todeskarte zieht in der Form von Brooke und wir sehen, dass in seiner Hand die Karte von Ace ist. Wir werden das Ass sehen und eben das Spade-Zeichen. Wir wissen ja, dass Ace Piratenbande die Spade-Piratenbande damals war. Es gibt noch unzählige weitere Hinweise auf Plots oder es bekannt dafür Vorschuldings zu legen, auch in kleinen Sachen, in Wortspielen, in verschiedenen Dingen. Es gibt sogar Cover-Pages, die noch am Leben sind, also wo man auch denken könnte, dass sie eventuell die Zukunft zeigen, wie zum Beispiel das Vorschulding auf L-Bahn. Aber ihr wisst es alle, jeder Fan von One Piece weiß, es gibt unfassbar viel zu diesen ganzen Vorschuldings oder es ein Kind hat noch wirklich viel krassere Sachen abgezogen. Zoro Kills Kaido. Zoro Kills Kaido ist ein Fan-Gedanke oder eher das Verhalten von Zoro-Fans. Weil damals war es so, dass viele Leute davon ausgegangen sind, dass Zoro Kaido besiegen wird, warum auch immer. Ja, und immer wenn irgendwas mit Zoro ist, in Spoilern oder was auch immer, dann ist es immer sehr drastisch und Zoro-Fans drehen durch. Aber das war so ein bisschen der, der, der Spitze des Eisbergs, dass, ja, die Fans durchgezogen sind mit der Theorie, Zoro wird Kaido töten. Er war trotzdem klasse, in Wano Kuni-Arg, aber das ist wirklich, also das ist ja wirklich, keine Ahnung, da musst du ja denken, dass Zoro der Hauptcharakter ist von One Piece. Megumi Ishitani. Megumi Ishitani ist der neue Stern bei Touranimation. Sie hat einige Episoden aus One Piece Directed und dem Ganzen neue Magie gegeben. Sie ist in der Lage dazu, Folgen so sehr hervorzuheben, dass sie besonders wirken, also sehr besonders. Die Folge 1015 ist dabei unfassbar phänomenal und einer der besten One Piece Folgen. Ich glaube, Megumi Ishitani ist eine wichtige Person dafür, dass der One Piece Anime heutzutage so geil aussieht. Ich bin schon sehr gespannt, was sie als nächstes so kochen wird. Naotoshi Shida. Es gibt unfassbar viele gute Animator in One Piece. Naotoshi Shida ist dabei eine absolute Legende, auch für Dragon Ball. Er ist ein Animator, der im Game ist, als Son Goku gegen Krillin gebrault hat, also lange bevor irgendwas mit Ichiro Oda oder One Piece am Start war. Wie gesagt, er ist absolut krass und ihr seht, oder ihr könnt ihn immer erkennen im One Piece Anime, wenn sich der Kopf dreht. Wenn der Kopf sich dreht, wisst ihr, Naotoshi Shida ist am Start. One Piece Memories. Dieser Song hat absoluten Legenden-Status. Das ist das erste Ending von One Piece und als 20 Jahre später im Anime Roger, das One Piece gefunden hat, wurde die gleiche Melodie wiedergebracht. Für einen weiteren Eintrag ist dieses ganze Ending sehr wichtig, deswegen merkt euch das, aber ich bin mir sicher, ich denke, ihr seid euch auch sicher, dass am Ende von One Piece, wenn das One Piece gefunden wird, dieses Lied auf jeden Fall zu 100% wiederkehren wird. Damit kommen wir auf Level 6 an und ich weiß immer noch nicht, warum ihr das Video immer noch anschaut. Production IGs One Piece OVA Production IG hat in sehr vielen Animes ihre Finger drin, ganz zu Anfang war es so, dass sie tatsächlich auch bei One Piece mitgemischt haben. Denn bevor Touranimation One Piece animiert hat, hat Production IG eine One Piece OVA erstellt, wo man sieht, dass die Fähigkeiten von Ruffy noch sehr anders adaptiert worden sind. Also es wirkt nach dem heutigen Wissen schon sehr komisch, wie diese OVA aussieht. Das Ganze war aber nicht quasi die Story von One Piece, die adaptiert worden ist, sondern es ging hier mehr darum, dass gezeigt werden sollte, wie ein One Piece Anime hätte aussehen können. Also an sich gibt es nichts Besonderes dazu zu sagen, aber das ist so die erste Version des One Piece Anime, die wir bekommen haben. Seekönige und Noah Die Noah ist neben der Thriller Bark das größte Schiff, das jemals existiert hat und wurde damals im verlorenen Jahrhundert von den Fischmenschen erbaut. Der Ursprung dieses Schiff hat mit Joy Boy selbst zu tun. Er hat damals nämlich versprochen, mit der Macht von Poseidon und den Seekönigen, dieses Schiff an die Meeresoberfläche zu ziehen. Dies ist nie geschehen und deswegen hat Joy Boy auch eine Nachricht zurückgelassen in der Form von einem Pornoglyph, was wir auch im Fischmenscheninsel Arc gesehen haben. Joy Boy musste die Noah zurücklassen und das Schicksal von diesem Schiff jemandem anzvertrauen, der in der Zukunft erst auftauchen würde. Die Theorie mit der Zukunft der Noah und der Fischmenscheninsel basiert ebenfalls auf der Theorie, dass eben die Red Line zerstört wird, was natürlich nicht so optimal wäre, da die Fischmenscheninsel damit in Gefahr geraten würde, dass diese direkt unter der Red Line ist. Joy Boy konnte damals nichts tun, weil Poseidon noch nicht geboren worden ist. Wir haben ja gesehen, dass Shirahoshi in der Lage dazu ist, die Seekönige zu befehligen und wir können mittlerweile sehr stark davon ausgehen, dass Shirahoshi eben Poseidon sein soll. Die Idee wäre also hier wie folgt, dass die Fischmenscheninsel durch die Zerstörung der Red Line zerstört wird. Damit würde sich Herr Shirley's Prophezeiung erfüllen. Doch der Unterschied wird hier sein, dass Ruffy das schafft, was Joy Boy damals nicht geschafft hat. Nämlich zusammen mit Shirahoshi, also Poseidon, die Seekönige zu befehligen und das Volk der Fischmenschen zu retten. Das würde auch gut dazu passen, dass die eben endlich an die Oberfläche kommen und dort gefahrlos leben können. Wir wissen ja durch die Bibel, dass die Eiche Noah ein Schiff ist, was eben die Menschen als auch die Tiere vor der Sinnesflut retten sollte. Hier hätten wir es so, dass die Noah dazu genutzt wird, das Fischmenscheninselvolk zu retten. Shirley und Hawkins Vorhersage Bleiben wir hier gleich beim Thema. Ich habe eben Shirley's Vorhersage erwähnt. Wir konnten sehen, dass sie gesehen hat, dass die Fischmenscheninsel zerstört wird. Dabei haben wir auch Ruffys Gesicht gesehen. Wie gesagt, ich habe es ja eben für euch ein bisschen zusammengepackt. Wahrscheinlich wird Ruffy die Insel retten, aber die Prophezeiung von Shirley wird trotzdem eintreffen, weil die Insel zerstört wird. Ruffy ist der Retter, aber aktuell kann sie es noch nicht deuten und denkt deswegen oder glaubt deswegen, dass eben Ruffy der Zerstörer ist. So, wir haben jetzt Hawkins, der eine Teufelsfrucht hat, die mit Voodoo zu tun hat. Aber eine Teufelsfrucht an sich hat ja nichts mit seinen Vorhersagen zu tun. Shirley und Hawkins haben hier was gemeinsam, weil sie beide extrem weit in die Zukunft sehen können. Fast schon visionsartig. Katakuri kann das auch, nur mit dem Unterschied, dass Katakuri wenige Sekunden vorher sieht und genau vorher sieht. Also er weiß ganz genau, was passiert. Ich würde jetzt hier sagen, dass Shirley und Hawkins nicht besseres Observationshaki haben als Katakuri, sondern eine andere spezielle Art von Observationshaki. Sie können nicht Sekunden in die Zukunft sehen, sondern haben verschiedene Varianten der Zukunftsvorhersage. Shirley, die ganz klassische von einer Wahrsagerin und Hawkins eben mit den Wahrscheinlichkeiten. Das Observationshaki ist bei ihnen eben anders ausgeprägt. Sie haben einfach ein natürliches, anderes Talent als andere Nutzer des Observationshaki. Buggy wird Piratenkönig. Ja, Buggy wird Piratenkönig ist einfach eine Idee, die mittlerweile ein Meme ist und ja, eine Sache ist, die durchaus passieren kann. Buggy ist einer der Charaktere, der ganz zu Anfang eingeführt worden ist. Ich habe euch ja am Anfang von diesem Eisberg erzählt, wie wichtig die Figur oder wie wichtig die Rolle der Figuren ist, die seit Anfang an dabei sind. Zum Beispiel Vivi, Buggy, Shanks und so weiter und so fort. Jetzt sehen wir bei Buggy, dass er zwar nicht sonderlich stark ist, aber immer wieder an Möglichkeiten kommt, dass er aufsteigt. Erstmal zum Sieben Samurai, mittlerweile hat er die Crossgill und Miyok und Crocodile irgendwie für sich gewonnen. Also sie wissen schon, dass Buggy ein Faker ist und so, aber die Situation gibt es halt her. Mittlerweile ist es so, dass er Kaiser geworden ist, also ist es wirklich sehr naheliegend, dass Buggy Piratenkönig werden wird. Versteht mich nicht falsch, am Ende wird Ruffy Piratenkönig sein, aber dass Buggy wegen einem Missverständnis eine kurze Zeit lang Piratenkönig wird, ist eine Sache, die ich für sehr, sehr wahrscheinlich halte. Also das wird, wie gesagt, denke ich, passieren. Wie? Keine Ahnung, der muss oder kochen, aber ich denke, für eine Kurzzeit wird Buggy Piratenkönig oder die Menschen denken, Buggy ist Piratenkönig geworden, eins von beiden. Die ersten Himmelsdrachenmenschen sind Aliens. Das könnte ihre Hässlichkeit erklären, also würde Sinn machen, wobei das vermutlich eher daran liegt, dass sie alles in der, naja, ähm, Familie behalten. Haben, was die Fortpflanzung angeht, wenn ihr versteht. Nein, also zu dem Punkt gibt es nicht wirklich viel mehr. Es kann gut sein, es wird spekuliert, ob es wirklich so ist, wissen wir nicht, aber es könnte sehr gut sein, dass die ersten Himmelsdrachenmenschen, die ersten 20 Könige, eventuell aus dem Weltall stammen. Also mittlerweile glaube ich sowieso, irgendwer in der One Piece Story wird ein Außerirdischer sein. Das muss einfach passieren. Whitebeards Krankheit. Die mysteriöse Krankheit, an der Whitebeard einen großen Teil seiner physischen Kraft verloren hat, ist vermutlich Krebs. Ganz einfach. Wir sehen ja, dass er Infusion bekommt, was eben bei einer Chemotherapie ebenfalls passieren würde. Wir sehen auch, dass er von Doflamingo vermutlich beliefert worden ist, also vom Schwarzmarkt, weil sein Jory Roger ebenfalls zu sehen ist. Ob Doflamingo ihn jetzt irgendwie hinterrücks vergiftet hat, ist auch eine große Fantheorie. Ich glaube mittlerweile, mit dem, was wir von Whitebeard und was wir von Doflamingo wissen, können wir sagen, dass es nicht der Fall ist und die Medizin vermutlich eine ganz normale Medizin gewesen ist, die Doflamingo als zu einem hohen Preis auf dem Schwarzmarkt verkauft hat. Ebenfalls ein Edith wäre eben auch der Haarausfall von eben Whitebeard. Wir wissen ja, dass er eine ziemlich krasse Mähne hatte, wie damals der Dio Sentakil und dann sah er später aus wie eben Walter White. Dazu kommt noch eine weitere Sache, die ich persönlich sehr interessant finde. Wir wissen nämlich, dass Whitebeard Königshaki hat. Wir haben aber gesehen, dass er auf Marineford nicht wirklich viel gemacht hat. Die Idee wäre hier wie folgt, dass Whitebeard ganz genau wusste, dass seine alleinige Präsenz immens bedrohlich ist. Er hat also nur das Nötigste getan und sein Königshaki auf eine andere Art und Weise benutzt, nämlich so, dass er überhaupt stehen kann. Das würde passen, weil Willenskraft in One Piece allgemein ein sehr großes Thema ist. Zum Beispiel konnte Ace Mutter auch die Schwangerschaft in die Länge ziehen, weil sie den Willen hatte, ihren Sohn halt nicht sterben zu lassen. Also macht es durchaus Sinn, dass man Willenskraft dazu nutzen kann, seinen Körper dazu zu bringen, Sachen zu tun, die er eigentlich normalerweise gar nicht könnte. Das würde rückwirkend gut erklären, warum Whitebeard auf Marineford nicht so aktiv war, weil er damit zu kämpfen hatte, seinen Körper überhaupt irgendwie noch aufrecht zu halten. Wenn er die Krankheit hatte, macht das sogar noch mehr Sinn. Die Identität des Erzählers. Es gibt verschiedene Arten, wie eine Story erzählt wird und in One Piece haben wir es so, dass manchmal natürlich Situationen beschrieben werden, aber manchmal ist es auch so, dass der Erzähler schon vorweg Sachen erzählt, wie zum Beispiel auf Egghead. Wir wissen schon sehr, sehr lange, dass dort etwas passieren wird, was die Welt erschüttern wird. Aber das ist noch nicht passiert, doch der Erzähler hat es uns bereits erzählt. Es wirkt also so ein bisschen so, wie damals aus Odens Vlogbuch, seine Geschichten, die er selber erzählt hat. Also könnte der Erzähler von One Piece jemand sein, der die Geschichte von One Piece erzählt, da sie schon in seiner Zeit abgeschlossen ist. Der Erzähler muss keine wichtige Person sein, könnte aber eine sein. Interessanterweise wissen wir auch, dass Smoker und der Erzähler die gleiche Synchronstimme haben. Hier muss man aber einwerfen, dass der originale Synchronsprecher von Smoker leider verstorben ist und deswegen musste die Stimme gewechselt werden. Ich denke also, falls Smoker derjenige sein soll, der die One Piece-Geschichte erzählt, dann hätte man seine Stimme schon früher zu dem vom Erzähler gemacht. Also wird es wahrscheinlich nicht so sein. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, bei Oda Schreibweise, dass der Erzähler am Ende der Story eventuell doch eine wichtige Rolle einnehmen könnte. Filmcharakter Kanon Bisher sind eigentlich nur zwei Charaktere wirklich Kanon. Zum einen Shiki, weil wir One Piece-Film 0 gesehen haben, wo wir seine Backstory sehen und ja auch auftaucht im Kampf gegen Roger und eben Uta, die Manga erwähnt worden ist oder naja, ein bisschen gezeigt worden ist, jedenfalls existiert sie. Andere Charaktere sind nicht Kanon. Bei Sapphire ist es auch so eine Sache, dass man ja sagen kann, dass sein Flashback-Kanon ist, aber nicht sein Auftreten im Film selbst. Dazu kommt noch, oder allgemein sollte man ja sagen, dass diese ganzen Events von eben Opie's Charakteren, wie zum Beispiel Ruffy, der gegen Shiki kämpft oder Ruffy und Uta's Treffen, das an sich ist ja nicht Kanon, aber dass diese Charaktere existieren, ist schon Kanon. Und da stellt sich die Frage, was ist mit Douglas Bullitt? Auch er ist eigentlich nicht Kanon, aber man könnte ja davon ausgehen, dass es funktionieren würde. Weil wir wissen, dass Bullitt vier Jahre vor dem Finden des One Piece die Crew verlassen hat und das würde halt passen, weil wir sehen ja im Oden-Flashback, dass Oden der Crew beitritt und zu diesem Zeitpunkt ist Bullitt nicht mehr Teil der Crew, also würde es zeitlich gesehen passen, aber eigentlich ist er eher nicht Kanon. Und nochmal zu den Begriffen kanonisch und nicht Kanon. Also kanonisch ist halt alles, was bei One Piece in der Story wirklich passiert, also alles, was im Manga passiert, zum Beispiel sind Filler in One Piece Anime ebenfalls nicht Kanon, also die sind nicht passiert. Ja, das bezeichnet man unter diesem Begriff. Kuro Kriegs- und Alongs Schicksal. Drei Charaktere, die alle am Start waren in der East Blue Saga und von denen wir nicht wirklich wissen, wo sie eigentlich sind, weil sie ja nicht umgebracht worden sind. Wir wissen, dass Kuro eigentlich immer noch weitermacht, also Captain Black treibt immer noch sein Unwesen, die Marine weiß das nicht so richtig und sein Kopfgeld wird weiterhin als inaktiv betrachtet. Ob er jetzt nochmal auftauchen wird in der Story, ist eine andere Sache. Wir erfahren zum Beispiel, dass in One Piece Film Stampede Kuro eingeladen worden ist, bei dem Piratenfest mitzumischen, aber er ist natürlich nicht dazu hingegangen. Bei Don Krieg ist es so, dass nachdem Jin ihn genommen hat und den Rest der Crew und weggesegelt ist, kam er nie wieder vor. Ich denke, das wird auch so bleiben, aber naja, was soll man sagen? Keine Ahnung, was mit dem Typen ist. Bei Arlong wissen wir durch Okta, dass die Fischmenschen-Piratenbande gefangen genommen worden ist und von der Marine eben festgesetzt worden ist. Okta konnte entkommen und der Rest wurde eben, naja, hinter Gittern gesetzt. Ob Arlong in Impel Down ist, ist eben fraglich. Die Information bekommt ja, Ruffy vor dem, dass er in Impel Down gewesen ist. Es kann aber gut sein, dass Arlong im Nachhinein dorthin verfrachtet worden ist. Ich weiß nicht, ob ein East-Blue-Pirat da hinkommen muss oder dass es nötig ist, aber wäre möglich, dass er ebenfalls dort mitnimmt. Arsch die Kopf. Arsch die Kopf ist einer der wichtigsten One-Piece-Charaktere überhaupt. Wir haben ihn gesehen auf einer Cover-Page der Marine, die Oda gezeichnet hat zum Film Zed. Dort hat er die Charaktere gezeichnet, wie sie damals ausgesehen haben und wir haben oben rechts eine mysteriöse Person gesehen mit dem Kopf in Form eines Arsches. Ich bin mir sicher, dass er noch auftauchen wird. Aktuelle Impel-Down-Insassen. Wie gesagt, Arlong wäre ein möglicher Kandidat, aber ist nicht ganz klar. Bonchan und Ivankovs Gefolgsbänder sind immer noch da, das wissen wir durch Cover-Pages. Edward Wiebel könnte man, ja, von ausgehen, weil wir wissen, die Marine hat ihn umzingelt und wir wissen nicht, wie das Ganze ausgegangen ist, also könnte er eventuell in Impel-Down sitzen. Wir wissen, dass Doflamingo dort ist und wir können auch davon ausgehen, dass seine Crew dort ist, weil wir gesehen haben, dass der Jinbei Seraphim die Teufelskraft von Senyor Pink hat und wir wissen ja, dass viele Seraphim Teufelskräfte haben von eben Leuten, die sie im Samurai waren oder die gefangen genommen worden sind. Also macht es Sinn, dass die ganze Crew von Doflamingo ebenfalls dort ist. King und Queen können auch da sein, weil wir wissen nur, dass eben Green Bull sie festgenommen hat. Was aber aus ihnen geworden ist, wissen wir nicht, aber es würde Sinn machen, sie in Impel-Down einzusperren und Ochaku, derjenige, der von Blackbeard besiegt worden ist, könnte ebenfalls jemand sein, der eben hier in Impel-Down am chillen ist. Zwei Teufelsfrüchte essen. Das Konzept hinter dem, dass man zwei Teufelsfrüchte essen kann, tritt zum ersten Mal auf Enis Lobby auf, wo Brune darüber redet, dass wenn man eine zweite Teufelsfrucht essen sollte, der Körper quasi explodiert oder sich aufbläht. Es wird außerdem darüber gesprochen, dass wenn man eine zweite Frucht essen sollte, die Seele dieser Frucht mit der anderen um die Vorherrschaft konkurrieren würde und sich deswegen eben der Körper aufbläht. Dieses Phänomen, dass man explodiert, haben wir in One Piece selbst noch nicht gesehen, sondern nur eben gehört. Es wird aber auch Sinn machen, dass die Weltregierung und gerade die CP9 dieses Wissen hat, weil sie eben Experimente gemacht hat und deswegen weiß, dass eine Person stirbt, wenn sie eine weitere Teufelsfrucht aufnimmt. Wir wissen aber in der Story, dass es einen Charakter gibt, dem dies gelungen ist, nämlich Marshall D. Teach. Er hat die Frucht von Whitebeard erlangt. Übrigens, ähm, als er, ja, das Tuch über ihn geworfen hat, war er auf Schwanzhöhe von Whitebeard. Ich weiß nicht, was euch diese Information gibt, aber ich wollte es nur gesagt haben. Ich habe euch eben schon erzählt, dass man hier dieses Ding aufwerfen kann, dass Blackbeard mehrere Persönlichkeiten hat und deswegen kann er mehrere Früchte haben, weil eben, ja, die Seelen nicht um die Feuerschaft kämpfen müssen, weil mehrere Seelen in einem Körper sind, wenn man das Ganze so betrachten möchte. Marco sprach übrigens davon, dass er auch einen seltsamen Körper hat. Also, es gibt ein Geheimnis über Blackbeard. Es gibt eigentlich drei Faktoren. Erstens, es ist irgendwas mit seiner Persönlichkeit, also, dass er mehrere hat. Zweitens, er hat eine weitere Teufelsfrucht, von der wir nicht wissen. Irgendwie so etwas wie eine mystische Soan, die die Fähigkeit hat, mehrere Seelen aufzunehmen. Oder drittens, die Finsternisfrucht. Die Finsternisfrucht ist sehr besonders in ihrer Eigenheit, weil sie eben andere Kräfte negieren kann. Und hier kann man sagen, dass die Finsternisfrucht eventuell die Seele der anderen Frucht aufessen könnte oder verschlingen könnte, weswegen Blackbeard eben mehrere Früchte haben kann. Ich denke, einer von den drei Sachen muss irgendwie zutreffen, weil es schon wirklich viel Sinn machen würde. Das heißt im Umkehrschluss auch, egal welche Möglichkeiten von diesem Eintriff, wird Blackbeard aller Wahrscheinlichkeit nach der einzige Charakter sein, der zwei oder mehrere Früchte verschlungen hat oder benutzen kann. All Blue. Der oder das All Blue, was auch immer, ist ein sagenumwobenes Meer, wo alle Fische rein diven, wo es alles gibt. Und das ist einfach der Traum von Sanji, weil er dort einfach jeden Fischstäbchen kochen kann, den er sich wünscht. Und ja, die Frage ist natürlich, existiert das Ganze wirklich? Ist es ein Märchen? Und, und, und. Dazu gibt es natürlich viele Ideen, aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird es diesen All Blue geben oder er wird wieder entstehen. Die Idee ist nämlich hier, der All Blue muss nämlich entweder am Reverse Mountain liegen oder eben, ja, bei der Red Line an Mary Joa, weil dort die Flüsse zusammenlaufen. Die bessere Idee oder die meistverbreitete Idee ist aber, dass die Red Line, wie eben erwähnt, zerstört wird, alle Meere wieder ineinander fließen und so der All Blue entsteht. In One Piece gibt es ja auch oft die Geschichte oder die Idee dahinter, dass eventuell damals das One Piece oder die One Piece Welt ein Kontinent war und der dann zu Bruch gegangen ist und vielleicht und deswegen die verschiedenen Meere entstanden und ursprünglich war das alles nur ein Meer, eben der All Blue. Ihr merkt, in diesem Video werden sich viele Punkte wiederholen, weil viele Ideen schon sehr, sehr lange im, ja, One Piece Fandom umherkreisen, wie eben die, dass der One Piece Kontinent 1 war, zerbrochen ist und dort eben der All Blue sich in mehrere Teile gesplittet hat. Ihr merkt also, dass die Red Line zerjallert wird, das ist mittlerweile nur noch eine Frage der Zeit, also es ist so klar, dass es passieren wird. Die Living Color Frucht. Seit 2013 gibt es Informationen von Oda, dass es eine Logia gibt, die stärker ist als alle anderen, nämlich die Living Color. Na, komm ey, das ist Bullshit. Also, ich bin selber drauf reingefallen, aber das ist Bullshit. In der FPS wurde erwähnt, dass, keine Ahnung, so eine Frucht existieren soll, ist fake, gibt es nicht. Ist fake, was soll ich sagen? The One Piece is real! Leute, festhalten, weil jetzt kommt wirklich ein richtig tiefer, tiefer und auch ein sehr deeper Deep Dive. Der 30. Januar ist in der Geschichte ein sehr bekanntes Datum, weil es zum einen mein Geburtstag ist und zum anderen 2011 in der Folge 485 von dem One Piece Anime Whitebeard seine allerletzten Worte in die Welt hinaus besaunt hat und zwar The One Piece is real. Die englische Dub-Version von genau dieser Szene wurde im Laufe der letzten Jahre immer mehr für One Piece Edits verwendet. Ihr Lust, Molche, wisst genau, wovon ich spreche. Für die meisten Edits dieser Art wurde auch der Song von Kanye West Can You Get Much Higher verwendet. Um das Folgende irgendwie nachvollziehen zu können, müssen wir erstmal schauen, wer das Ganze überhaupt ins Leben gerufen hat. Und zwar, es war ein Reddit-User, wer auch sonst. Und zwar hat dieser 2020 in einem Subreddit ein Bild gepostet, in dem Whitebeard unten ohne gezeichnet wurde und das mit einer Größe Uiuiuiuiui. Alter, die war wirklich proportional zu seiner Körpergröße und also ich sehe schwarz bei mir. Naja, auf jeden Fall hat sich daraufhin eine Gruppe von Leuten gefunden, die ja auch weiter One Piece Cockbilder veröffentlicht hat. Oh nein, ich gehöre nicht dazu. Einige Zeit später bezahlte irgendjemand den Schauspieler Patrick Fabian, der als Howard Hamlin aus Better Call Saul bekannt ist, für ein Cameo-Video, in dem er rief The One Piece The One Piece Ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, aber Ende 2023 wurde dieses The One Piece ist Real Meme einfach canon. Netflix hat nämlich Ende 2023 einen neuen One Piece Anime angekündigt mit dem Namen The One Piece und dieser ist in Zusammenarbeit mit Oda und Studio Wit entstanden und soll einfach eine komplett neue Anime-Adaption von One Piece sein. Wahrscheinlich wird das Ganze einfach ein komprimierterer und kompakterer One Piece Anime, der etwas schneller gepacet ist und einfach etwas moderner animiert ist. Auch von der Story, die sich vielleicht nicht über 20 Jahre strecken wird, wie der aktuelle One Piece Anime, aber wie genau dieser Anime letztendlich aussehen wird, das steht natürlich noch in den Sternen. 10 Jahre Lebensspanne Bei Gear 2 hat Ruffy seinen Körper zwar einiges abverlangt, aber er hat keine Lebenszeit verloren. Das Ganze ist nämlich nur ein Fan-Irrtum. Luki merkt er zwar an, dass Ruffy seinen Körper durchaus Schaden hinzugefügt hat, aber Lebenszeit an sich hat er nicht verloren. Es ist vielmehr so zu verstehen, dass wenn Ruffy Gear 2 öfter und immer wieder eingesetzt hätte, wie er war, also ohne das Training, dann wäre er einfach irgendwann gestorben. Doch wir sehen ja, dass Kuma ihm die Schmerzen wegnimmt, also resettet er quasi Ruffys Körper. Bei den Spritzen von Ivankov wissen wir, dass die erste Spritze in Impel Down 10 Jahre Lebensspanne gekostet hat. Das gilt aber nicht für die Spritze auf Marineford. Die Spritze auf Marineford war zwar sehr risikoreich und hat Ruffy gefährdet, aber er hat hier nicht Lebenszeit verloren, sondern ist nur Gefahr gelaufen, dass er eben auf Marineford in dem Moment hätte sterben können. Es wird sowieso nicht relevant sein, wie viele Jahre er verloren hat, weil One Piece wird wahrscheinlich sehr lange vor dem Enden, dass Ruffy stirbt an Altersschwäche, deswegen ist es nicht wirklich wichtig, aber naja, ich glaube erstmal gut darüber zu sprechen, dass er nicht denkt, dass Ruffy nur noch zwei Jahre zu leben hat, weil der Bruder einfach alle paar Monate sein Leben aufs Spiel setzt. Vivreca Databooks Die Vivreca Databooks sind neben den FPS weitere Hinweise von eben Oda, das sind eben Fakten oder Informationen, die dort regelmäßig veröffentlicht werden. Oft ist es nicht wirklich wichtiges Zeug, eben Lieblingsessen, Geburtsdaten und so weiter und so fort. Und manchmal werden aber interessante Sachen gedroppt, wie zum Beispiel Zoros Familienstammbaum, der einfach so dort verraten worden ist, dass man jetzt weiß, dass er mit Humor über Ecken verwandt ist. Also da sind manchmal echte krasse Sachen dabei, aber meistens eben nicht so heftig. Das letzte Road Pornoglyph Das letzte Road Pornoglyph ist das, was noch fehlt. Eins war auf so, eins hatte Kaido und eins war bei Big Mom. Wir wissen aber, dass das letzte Road Pornoglyph ursprünglich auf der Fischmenscheninsel gewesen ist. Doch dieses wurde transportiert, also weggebracht. Wir sehen ja auch durch Jinbei und sein Homie, dass mehr Fälle davon haben, dass Pornoglyphe bewegt werden konnten. Also kein Road Pornoglyph, aber ein normales Pornoglyph. Jetzt ist hier die Sache, dass Kit uns einen Hinweis gegeben hat und zwar hat er über den Mann mit der Brandnarbe gesprochen. Wir wissen nicht, wer dieser Mann ist, wir wissen nur, dass er immer wieder auftaucht. Er soll ein Typ sein, der, naja, auf einem schwarzen Schiff segelt, der dessen Schiff immer in einem Strudel versinken soll und, naja, er hat ja eine Brandnarbe, weil er heißt ja so. Die Theorien sind, dass es eventuell Dragon sein könnte. Vielleicht wird es so auf Marek Ishta angelehnt, das letzte Road Pornoglyph auf seinen Rücken haben und dann den Plot haben. Es könnte auch sein, dass, naja, Charaktere wie Sauru oder Skopagaban dieser Mann sind. Es ist ein großes Mysterium, wer es ist. Wir wissen es immer noch nicht und, ähm, dass dieser Mann mit dem letzten Road Pornoglyph zusammenhängen könnte, ist sehr wahrscheinlich. Wir sind natürlich cooler als Impel Down und gehen deshalb auf Level 7 runter. Shoichi Yokoi. Im Manga-Release von Band 89 hat Oda ein Bild von einem Soldaten drucken lassen mit folgender Nachricht. Du weißt schon, wie es manchmal ist. Wenn du mit Leuten einen Teller Karake, also fitiertes Hühnchen, teilst, gibt es dieses eine letzte Stück, das auf dem Teller übrig bleibt. Ich habe beschlossen, ihm einen Namen zu geben. Sergeant Yokoi. Also sage ich so etwas wie, Sergeant Yokoi ist immer noch auf dem Feld. Jemand beendet den Krieg. Kleine Kinder, die nicht wissen, wen ich meine, sollen ihn mal nachschlagen. Mit viel Verlegenheit beginne ich nun Band 89. Shoichi Yokoi ist eine umstrittene Person in der japanischen Geschichte. Es ist nämlich ein Soldat, der geflohen ist und nicht kämpfen wollte und sich eben verkrochen hat. Also jemand, der gegen den Krieg war. Ich bin nicht zu sehr in der japanischen Geschichte drin, um das irgendwie in Perspektive zu stellen. Aber es geht hier darum, dass diese Person von den einen so und von den anderen so gesehen wird. Und viele fanden deshalb, dass die Bemerkung von eben Oda sehr respektlos ist. Weil Oda mit dieser Aussage ja hätte implementieren können, dass Yokoi feige geflüchtet ist und der Krieg wegen ihm länger gegangen ist. Aber das ist halt eine Sache, die wie gesagt in der japanischen Geschichte schwer ist aufzufassen. Also es ist nicht so. Ich denke, Oda hat es auch nicht böse gemeint, sondern hat nur einen Scherz gemacht, aber einigen Fans hat das nicht so gefallen. Deswegen haben sie auf Amazon, naja, den Band 89 mit einer Einsternenbewertung zugeballert. Das Ganze wurde dann später von Amazon entfernt und das Ganze oder der ganze Band hat nur eine vernünftige Wertung. Aber die Fans waren schon sehr sauer auf ihn. Sonnenbaum, Adam und Eva. Der Adam Baum besteht aus extrem widerstandsfähigem Holz. Wir wissen ja, dass Frankie auf dem Schwarzmarkt damals mit der Kohle der Strohbande dieses Holz gekauft hat, was später dazu verwendet worden ist, um die 1000 Sunny zu bauen. Auch die Odo Jackson ist aus dem Gleichmaterial gebaut, also eben Roger Schiff. Wir wissen darüber hinaus auch, dass es einen Eva Baum gibt, der sich eben über die ganze Fischmenscheninsel erschreckt und den wir auch auf den Sabo Odi Archipel sehen konnten. Wir haben eine Frage von Nami innerhalb der Story. Sie fragte nämlich König Neptun, warum es denn am Meeresboden überhaupt Licht gibt und diese antwortet darauf, dass es eben an dem Eva Baum liegt, weil der Baum basically die Atmung von oben aufnimmt, also die Atmung des Sonnenlichts auf Rengoku angelehnt und 10.000 Meter in die Tiefe überträgt. Löstopp hatte auch einen Satz im Manga, wo er quasi aufgeworfen hat, dass der Adams Baum und der Eva Baum irgendwie miteinander zusammenhängen müssen. Also ein kleines Mini-Teasern von Oda, dass wir die Connection bekommen. Ich meine, durch die Bibel wissen wir auch, Adam, Eva macht schon Sinn und über den Adam Baum wissen wir auch eigentlich ziemlich wenig. Eine weitere interessante Verbindung wäre ja die Sache, dass Imsama oft in einem Schloss gezeigt wird, was durchwachsen ist, also wo wir wirklich, ja, so baumartige Strukturen sehen. Also wäre es interessant, wenn eben der Eva Baum ganz unten bei der Fishman-Einland ist und sich nach oben erstreckt bis eben Imsama und er sitzt quasi in der Krone. Was das bedeutet für die Story, das müssen wir abwarten, aber ich kann mir sowas in einer Art sehr vorstellen. Ich denke, diese Bäume werden sowieso sehr interessant werden, wenn wir auf das Thema verlorenes Jahrhundert ansteuern. Nami ist eine Himmelsdrachmensch. So, erstmal basically. Das Ding ist, Nami ist eine Weise, sie wurde gefunden von Belmea, das heißt, es kann sehr gut sein, dass sie besonders ist, einfach nur wegen diesem Hintergrund. Wir wissen ja zu allen Strohhütten, dass sie irgendwie was haben. Ruffy mit dem D, Lusob mit seinem Vater, der in Shanks Crew ist, Zorro haben wir später erfahren, dass er seine Herkunft in Wano Kuni hat, Sanji ist jemand, der von den Winsmokes abstammt, Robin wisst ja alle Bescheid. Gut, Chopper hat jetzt nicht wirklich was, aber Doc Bader spielt ja eine große Rolle für die ganze Geschichte von eben One Piece, deswegen kann man das Ganze durchaus verknüpfen. Frankie hat mit Tom was zu tun, außerdem sehen wir später, dass die Roger Piratenbande ebenfalls bei ihnen am Start war. Brook ist eben so ein Ding, dass er vorher schon ein Abenteuer gehabt hat und eventuell noch das ein oder andere Geheimnis verraten könnte. Und Nami ist halt hier und ja, Nami kann man mit den Fischmenschen verbinden, dass sie damit oder dass sie damit einen Plot hat, aber trotzdem, sie ist eine Weise, das ist einfach Potenzial für mehr. Also, wir machen jetzt einen Deep Dive und hört mir kurz zu, wie ich den Verstand verliere. An dieser Stelle auch ein Shoutout an Twitter-User StrawheadUfo, der diese Theorie bereitgestellt hat und ich werde oft auf mein Skript schauen, weil es geisteskrank ist, was jetzt kommt. Also, in Kapitel 1086 hören wir von Ivankov, dass vor 800 Jahren unter den Königen, die dann die Weltregierung gebildet haben, einer namens Sand Imu war, der vom Hause Nerona war. Wir wissen ja, dass es in One Piece immer wieder Wortspiele gibt mit den Katakana, also mit den Schriftzeichen spielt oder immer wieder herum. Man könnte zum Beispiel die Katakana von Neruana verbinden und so das Wort Kami, also Gott, erhalten. Neruana könnte also eine Familie gewesen sein, die sich selber als Gott bezeichnet hat, was an sich nicht schlimm sein muss, weil wir Beispiele in One Piece für positive als auch negative Götter haben. Wir haben zum Beispiel Enel, der böse war, wir haben Gunford, der gut war. Er hat ja das Wort Gott mehr als Titel benutzt. Außerdem haben wir den Sonnengott Nika, der ebenfalls eine positive Figur gewesen ist. Heißt also, Neruana, dass das Wort Gott bedeutet, muss an sich erstmal nichts Negatives heißen. Das andere Wortspiel hat mit dem Wort Nero zu tun, denn Nero bedeutet im Lateinischen Schwarz und das Wort Schwarz kommt immer wieder in One Piece vor, besonders mit eben Gegnern. Wir haben Demaro Black, also quasi Ruffys böse Version, wir haben Blackbeard, Captain Black, den Korozomi Clan, also wegen dem Kuro oder selbst so etwas wie Krokodile, weil Sir Krokodile, die japanische Aussprache, hat ebenfalls das Kuro im Namen. Das lässt uns zurück mit der Annahme, dass das Haus Neruana ein Haus war von Leuten, die sich wie Götter aufgeführt haben und vielleicht waren noch einige von ihnen böse. Das Wort Nero ist interessant, denn es gab damals im antiken Rom den Kaiser Nero. Dieser hatte eine Schreckensherrschaft und um es kurz zu fassen, er hat sein eigenes Blut umgebracht, seine Feinde brutal bestraft und ist verantwortlich für das große Feuer in Rom. Es wird gesagt, dass er während dem Feuer Musik gespielt haben soll und am Singen war. Große Feuer kennen wir ebenfalls aus der One Piece Welt durch eben das Goa oder das Sobe-Königreich. Es kann also sehr gut sein, dass Oda sich mit der Geschichte von Nero auskennt. Weiter geht's hier mit Japanisch, denn das Wort Frau im Japanischen heißt Ona. Dieses Wort wird oft als Titel genutzt, wie zum Beispiel bei Robin, als eben die Frau die Dunkelheit mit sich bringt. Das gleiche gilt für Nami, die eben als Masho no Ona vorgestellt worden ist, eben teuflische Frau. Später in Kapitel 191 hatten wir auch die Begrifflichkeit Tenko no Ayatsuru Ona, die Frau, die das Wetter kontrolliert. Wenn wir dabei auf die Begrifflichkeit schlafende Frau kommen, haben wir wieder Nero Ona. Das Nero also anders geschrieben, der Klang bleibt aber der gleiche. In Kapitel 76 haben wir das Kapitel, was auch schlafen heißt. Hier sehen wir, dass zwei Leute schlafen, nämlich Nami und Ruffy. Nami ist aber natürlich die schlafende Frau, also Nero Ona. Damit kommt jetzt auch Edel ins Spiel und ich weiß, es wird abgespaced, aber bleibt bitte bei mir. Er ist ja der Kami, der Gott und er wollte, dass Nami mit ihm mitgeht. Nami hätte es auch getan, weil sie keine andere Wahl hatte, aber natürlich wollte sie es nicht. Wenn sie aber mitgegangen wäre, dann wäre sie ja zu Enels Frau geworden, also Eneru no Ona oder schnell ausgesprochen Enerona. Ich weiß, das ist alles nichts Handfestes und nichts Gradliniges, aber diese Wortspiele sind schon da, diese kleinen Hinweise sind schon da und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass eventuell Nami von dieser Familie, der Nero Ona, abstammt. Es wäre hier interessant, wenn mit der Nero Ona Familie zwei Seiten derselben Medaille gezeigt wird, nämlich eine, die böse ist, Imsama, und eine, die gut ist, Nami. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Familie etwas so Besonderes ist, dass eventuell Nami noch eine Art von Erwachen haben könnte, dass sie eben Gewissen von damals bekommt oder eine andere Person zum Vorschein tritt. Wir haben ja auch gesehen, dass Ruffy zwar Ruffy geblieben ist, aber durch das Sonnengott Erwachen durchaus anders, was aber gleich geworden ist, wenn das für euch irgendwie Sinn macht. Es gibt noch eine Coverpage von Nami, wo wir sie sehen mit einem Apfel und, naja, einer Schlange, also biblisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wie gesagt doch durchaus miteinander zusammenspielen könnte, aber mal gucken, ob Nami wirklich eine Herkunft hat, die von höherer Bedeutung ist. Rogers letzte Worte. Ihr sucht meinen Schatz, ihr wollt ihn haben, bla bla bla, ihr kennt es alle. Ask die Question an dieser Stelle. Nochmal vielen Dank fürs Fragen, damit wir das Ganze hier bekommen. Der Eintrag ist hier aber da, weil es interessant ist mit eben Nefertari, die Lilly. Sie ist ein Charakter, von dem Imsama sagte, dass ihr Geschwafel dazu geführt hat, dass es so weit gekommen ist. Sie ist quasi diejenige, die das erste Piratenzeitalter ausgelöst hat. Durch das ansprechen der Pornoglyphe kam es dazu, dass Leute in See gestochen sind. Durch die Formulierungen von Oda in diesem Zusammenhang zwischen Lilly und Roger, dass sie was gemein haben, weil eben Imsama hinterfragt, ob Lillys Geschwafel von damals absichtlich war oder eben aus Versehen. Er meint damit, hat sie es eventuell geplant, dass Leute in See stechen. Genauso wie Lysop in Frage stellt, dass Roger nicht aus Versehen das Piratenzeitalter ausgelöst hat, sondern sehr bewusst. Mittlerweile wissen wir, dass es so ist, dass das bewusst ausgelöst hat und genauso ist es eben bei Lilly. Lilly ist ein neuer Charakter, deswegen ist es sehr schwierig, das irgendwie einzuschätzen, aber ich denke schon, dass die beiden mit den letzten Worten was miteinander gemein haben. Nicht von der Geschichte, sondern weil sie Ähnliches ausgelöst haben. Raffys Mutter. Schon seit Urzeiten stellen sich Fans immer wieder die Frage, wer ist die Mutter von dem oder dem Charakter? Wer ist die Mutter von Jon Schnee? Wer ist die Mutter von Frodo? Oder wer ist die Mutter von Son Goku? Natürlich fragt man sich auch bei One Piece, wer ist die Mutter von Raffy? Bei welcher Frau hat Dragon seinen legendären Slam Dunk hingelegt? Requisiten, mal wieder 10 von 10. Ja, nein, wir fragen uns, was ist los damit, weil seit tausenden Kapiteln haben wir keine Ahnung, wer die Mutter ist. Ich meine Fans sind echt desperate. Wir haben jede einzelne Frau, die in Dragons Umfeld ist, irgendwie zu Raffys Mutter gemacht. Bellobetti, Makino, Inazuma und keine Ahnung, Sir Crocodile, weil beide haben schwarze Haare, sie haben einen Namen im Gesicht und ja, eine andere Idee gab es nicht. Es gibt sogar Ideen oder Theorien, dass Dragon es mit Imsama getan haben, sondern hey, ich glaube schon, dass Imsama eine Frau sein könnte oder eben einen Frauenkörper haben könnte, aber ich glaube nicht, dass jetzt ein Jujutsu Kaisen abgezogen wird, if you know, you know. Anyways, ist es auch so, dass Leute gedacht haben, dass eventuell Ginny interessant sein könnte, weil sie hat eine Fleischkeule, sie ist eine Frau, deswegen könnte sie Raffys Mutter sein, aber natürlich lernen wir, dass sie Bonnys Mutter ist. Die One Piece Fans geben nicht auf und suchen immer noch Wege, Raffys Mutter zu ergründen, zu erfinden, aber es sieht wohl echt danach aus, dass diese Frage niemals beantwortet wird und oder ist eigentlich auch jemand, der sagt, dass Raffys Mutter nicht enthüllt wird. Also 2020 hat er schon mal erwähnt, dass das nicht der Fall sein wird, weil er sich vermutlich nicht für wichtig, ja, für die Story hält, also, er wird es wahrscheinlich einfach nicht erklärt, keine Ahnung. Das Licht, was ausgelöscht werden sollte. Als wir Imsama zum ersten Mal gesehen haben, haben wir gesehen, dass er auf einem leeren Thron saß und dass er vier Fotografien hatte. Wir hatten eine von Raffy, Blackbeard und Shirahoshi. Ich habe die vierte nicht erwähnt, weil die drei Bilder, die ich jetzt genannt habe, zerschnitten worden sind und das vierte Bild von Vivi nicht zerschnitten worden ist. Als wir gesehen haben, dass die Gorosei vor ihm niedergekniet haben, haben sie die Frage gestellt, welches Licht soll als nächstes ausgelöscht werden. Da wir später sehen, dass Imsama mit König Cobra zu tun hat, kann man davon ausgehen, dass Imsama sich dazu entschieden hat, dass er eben Vivi als nächstes auslöschen möchte und die anderen drei erstmal warten können. Das Zerschneiden des Bildes kann also heißen, dass Imsama sich erstmal gegen die drei anderen entschieden hat und Vivi auslöschen möchte. Es kann hier aber auch gut sein, dass das Licht, was ausgelöscht werden sollte, das Lucia Königreich sein könnte, weil wir ja später sehen, dass es mit einem Laser ausgelöscht worden ist. Gear 4 und Gear 5 Theorien Bevor im Kapitel 784 das Gear 4 von Ruffy enthüllt worden ist, gab es sehr viele wilde Theorien zu dem, was das Gear 4 sein könnte. Zum Beispiel, dass Ruffy jetzt zu einem Riesen werden könnte oder dass er seine bis zu dem Zeitpunkt aktuellste Form, also Gear 2 und 3, dann mit Feuer kombiniert. Andere dachten auch, dass er jetzt zu einem Super Saiyajin 4 wird oder dass er endgültig zum Affengott beziehungsweise zu Wukong sich transformieren könnte. Und ich finde, das Ganze ist nicht mal so unrealistisch gewesen zu dem Zeitpunkt, denn die ganzen schonen Charaktere so wie Son Goku, Ruffy oder Naruto haben in irgendeiner Weise etwas mit dem Son Wukong zu tun. So heißt es, Zitat, mit seiner Mischung aus ungestimmten Verhalten, großem Mut, merkwürdigem Humor und stellenweise überraschender Weisheit ist er der eigentliche Hauptcharakter der Geschichte und ein typischer Trickster. Ein halterer junger Rebell, der die verknöcherte Himmelsherrschaft frech herausfordert. Und das war nicht die Beschreibung von Ruffy, sondern der Wikipedia-Eintrag von Son Wukong. Nachdem das Gear 4 dann letztendlich enthüllt worden ist, waren die beliebtesten Theorien dazu, dass er sich in die verschiedenen Tiere mit ihren Eigenschaften verwandeln könnte und das Ganze mit dem Haki kombinieren kann. Zum Beispiel gab es da dann die Gear 4 Löweform, wo er dann sein Königshaki mit kombinieren könnte oder vielleicht danach der Krokodilform, was mit Rüstungshaki dann zu tun haben könnte und viele weitere interessante Ideen zu dem Thema. Und so wie sich dann später herausgestellt hat, war das gar nicht mal so eine dumme Idee, denn es gab tatsächlich eine Gear 4 Form, die angelehnt war an eine Schlange, also den Snakeman. Und ja, Ruffy hat damals nicht nur gegen Löwen, Krokodile, Nilpferde, Gorillas, Bären und Tiger gekämpft, sondern auch tatsächlich gegen eine gigantische Schlange. Und genauso war es dann später auch bei dem Gear 5, denn einige Leute dachten, dass es jetzt Zeit sein müsste, dass Ruffy seine komplette, krasse Rüstungshaki-Form einsetzt und dann zu einem Vergo für Arme werden würde, was halt am Ende übertrieben goofy aussah und einige Fans haben sogar Animationen dazu gemacht. Und dadurch wurden die Gear 5 Fanarts immer verrückter. Gear 6. Und jetzt, da wir Gear 5 haben, sind natürlich die Fans direkt am Start, um zu spekulieren, was das Gear 6 sein könnte. Die Fanarts sind dabei gleich geblieben, also es wurde immer übertriebener, ab und zu taucht auch immer noch die Sun Wukong-Form auf und das Argument, dass ein neues Gear kommen wird, hat halt damit zu tun, dass wenn Ruffy neue Gegner hat, beziehungsweise die letzten Gegner, die noch übrig sind, er halt nicht mit seiner letzten Form ankommen kann, weil es halt das Standard schon im Prinzip ist. Und dabei die gängigste Theorie, die ich gesehen habe, ist auf jeden Fall die Nika-Tanz-Theorie. Denn im Kapitel 1095 hat man gesehen, dass der Sonnengott Nika die Leute zum Lächeln bringt, indem er tanzt. Und je mehr Leute da mittanzen und in diesem Rhythmus bleiben, desto stärker wird Ruffy und kann dann vielleicht seine letzte Form, das Gear 6 dann bekommen. Und das Ganze würde sehr gut zu Ruffy passen, denn er ist eine Person, der auf seiner Reise sich sehr viele Freunde gemacht hat. Und einige Leute sind ihm auch was schuldig und sie wären natürlich mit Herzblut dabei, für Ruffy einen Tanz zu machen, damit er den letzten Gegner beziehungsweise die Weltregierung besiegen kann. Und wenn ihr euch fragt, wie die ganzen Personen auf der gesamten Welt von One Piece das mitbekommen sollten, naja, das kann man recht simpel lösen wie auf Marineford, indem es eine Teleschneckenübertragung von dem Geschehen gibt. Der antike Roboter Der eiserne Gigant ist ein gewaltiges Konstrukt, was aus der Zeit des verlorenen Jahrhunderts kommt. Er wurde circa vor 900 Jahren erbaut und vor 200 Jahren hat er es sogar geschafft, Mary Joa anzugreifen. Hinter seiner Geschichte und Fähigkeiten existieren eigentlich nur Fragezeichen. Der einzige uns bekannte Weg, ihn irgendwie mit Energie zu versorgen, ist eigentlich durch die Trommel der Freiheit, durch Ruffys Gear 5. Wie es der Zufall aber will, gab es ein weiteres Event vor 200 Jahren ganz in der Nähe. Tief unter Mary Joa, tief unter der Redline, gibt es eine Rasse, die mit Joyway eine sehr krasse Verbindung hat. Vor 200 Jahren wurden die Fischmenschen zum allerersten Mal als humanoide Lebensform anerkannt. Durch dieses kleine Ereignis konnten sie zum allerersten Mal in Genuss von Freiheit kommen. Was also den antiken Riesen angeht, der hat sehr wahrscheinlich schon im verlorenen Jahrhundert gegen die Weltregierung gekämpft, wurde dann von der Redline geschmissen und lag dann auf dem Meeresboden in der Nähe der Fischmenscheninsel. Durch das Glück, durch die Freude und ganz wichtig, durch die gebündelten Trommeln der Freiheit der Fischmenschen, haben sie es geschafft, den antiken Riesen erneut anzutreiben. Durch seine neugeschöpfte Kraft war es ihm also möglich, die Redline erneut zu besteigen und einen weiteren Angriff gegen Mary Joa zu starten. Das alles jedoch erneut erfolglos. Mittlerweile ist er ein halber Schrotthaufen und der Speer, mit dem er eins gekämpft hat, steckt gebrochen in seinem Bauch. Was aber seine Fähigkeiten angeht, da ist er sehr wahrscheinlich an Nika angelehnt und auch seine Arme sehen aus wie Sprungfedern. Dadurch ist es ihm auch zum Beispiel möglich, Gum-Gum-Angriffe zu simulieren, ähnlich wie Bellamy. Besonders aber nochmal, Thriller-Bug-Oos ist ein sehr großes Foreshadowing auf ihn. Die sehen sich einerseits sehr ähnlich. Breiter Rumpf, dicke Unterarme und Hörner auf den Kopf. Und andererseits verbindet beide die Zahl 900. Der antike Riese wurde von 900 Jahren erbaut und Oos ist die 900. Zombie-Kreation von Gekko Moria. Und auch er, wie soll es auch anders sein, hatte Zugriff in gewisser Art und Weise auf Gum-Gum-Fähigkeiten. Name des One-Piece-Planeten. Innerhalb der Serie tauchen ja Namen von eben echten Planeten auf, die wir haben, wie zum Beispiel Saturn, Merkur, Udanus und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die eben, wie gesagt, als Namen gedroppt werden, in der Story. Antike Waffen, die Golossai und so weiter und so fort. Wie genau der Planet der One-Piece-Welt heißt, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass eben, wie gesagt, dieses Thema der Zerstörung der Red Line wieder ein Thema sein könnte. Es könnte ja so sein, dass wenn diese Red Line zerstört wird, die Seen ineinander laufen, dass sich die Struktur des Planeten ändert und wir eben eine Form bekommen von den Ländern, wie wir sie in unserer echten Welt haben. So könnte man die Brücke schlagen am Ende, um zu sagen, hey, die echte Welt von uns ist die One-Piece-Welt. Also ist sie natürlich nicht. Wir haben nicht vorher den Gummi-Menschen gehabt, der uns gesaved hat, weil wir sind immer noch voll cursed unterwegs. Aber im übertragenen Sinne würde uns Oda so sagen, hey, wir können auch in einem Miteinander leben, wenn One-Piece zu Ende geht. Also es wäre eine schöne Message. Darüber hinaus könnte es auch sein, dass der Name der One-Piece-Welt Pangea ist. Denn das ist der Name des Superkontinents, der damals am Start war, wo alles noch so eine Masse war, wo Anime-Fans sich noch nicht gestritten haben und alle Freunde waren. Und wir haben auch in der One-Piece-Welt einen Ort, der so heißt, nämlich bei Mary Joa haben wir das Pangea-Castle. Also wäre schon naheliegend, dass Oda uns halt sagen möchte, dass vorher ganz zu Anfang auch die One-Piece-Welt 1 war und eben deswegen den Namen Pangea getragen hat. Ja, das ist der Punkt. Mal gucken, was es sein wird. Seeteufel. Ganz zu Anfang der Geschichte redet Shanks im Flashback von Buggy darüber, dass Teufelsfrüchte die Wiedergeburt von Seeteufel sind. Das könnte zum Teil natürlich stimmen. Wir wissen ja durch Joy Boy oder durch Nika, dass gewisse Personen oder Wesen in Früchten irgendwie hausen. Also, dass die Identitäten wieder auftauchen, mehr oder weniger. Ich glaube zwar nicht, es geht explizit um Seeteufel, aber was Shanks hier geforschtet haben könnte, ist eben, dass Früchte nicht nur Früchte sind, also Kräfte, sondern eben, ja, gewisse Persönlichkeiten mit sich bringen. Ich denke auch eher, dass Oda einfach antiesen wollte, welcher Ursprung in den Teufelsfrüchten liegt und nicht, dass alle Früchte von eben Seeteufel sind. Es könnte aber auch sein, dass diese Begrifflichkeit einfach reingeworfen worden ist, um eben klar zu machen, warum die Menschen nach dem Essen der Früchte nicht mehr schwimmen können. Also, vielleicht hat sich Oda zu Kapitel 19 herum noch nicht so viel gedacht. Kann ich mir auch vorstellen, aber maybe ist das ein kleiner Hinweis. Jins Abwesenheit. Ja, also er sagt halt zu Sanji, als sie sich getrennt haben, dass sie sich wiedersehen werden und deswegen gehen Fans seit Jahren davon aus, dass er irgendwann auftauchen wird. Es ist auf Hulkie Island nicht passiert und er ist auch keiner der Flying Six bei Kaido gewesen und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, der Typ wird einfach nie wieder auftauchen. Nicht, weil er verschwendet ist, sondern weil Oda sich einfach denkt, Alter, was soll ich mit dem Charakter machen? Also wirklich, ich sage auch ehrlich, ich will lieber sehen, dass Perle zurückkehrt als freaking Jinn. Der einzige Jinn, der zurückkehren sollte, ist der aus Hunter. Sunishas Strafe. Aufgrund eines unbekannten Verbrechen, das Sunisha vor 800 Jahren begangen hat, wurde er dazu verdammt, ja, immer wieder herumzuwandern. Es wird nicht Joy Boy gewesen sein, weil wir wissen, dass sie beiden Freunde waren und Sunisha hat sich ja auch darauf gefreut, als Joy Boy zurückgekehrt ist in der Form von Ruffy. Es wird also ein wichtiger Plotpoint sein, was der Grund ist, dass eben Sunisha rumlaufen muss, was er getan hat und ja, wie viele Sachen in One Piece ist es einfach ein Ding, was noch nicht enthüllt werden kann, weil wir noch nicht so weit sind in der Story. Tequila Wolfs wahrer Zweck. Die gigantische Brücke, dessen Bau vor 700 Jahren angefangen hat, zählt laut der Weltregierung tatsächlich als Nation und soll sich irgendwo im East Blue aufhalten. Wir haben ja gesehen, dass Robin während der zwei Jahre auch kurz da gewesen ist. Darüber hinaus sehen wir auf dieser Brücke, dass es mehrere Nationen gibt oder beziehungsweise Städte gibt, wo die Leute leben mussten, als sie diese Brücke gebaut haben. Da das Bauen der Brücke vor 700 Jahren angefangen hat, kann man davon ausgehen, dass es mit dem verlorenen Jahrhundert zu tun hat und die Weltregierung irgendwas weiß, was wir nicht wissen. Wir wissen immer noch nicht, warum diese Brücke gebaut werden soll, aber eine Idee wäre hier, dass das Ganze mit unserer Welt zu tun hat, nämlich, dass diese Brücke gar keinen Zweck erfüllen soll und eben angelehnt ist an die Thailand-Burma-Eisenbahn. Dies war nämlich ein Bauprojekt im Zweiten Weltkrieg, wo Japaner gefangene Menschen dazu gezwungen haben, eine Strecke zu legen, als auch zu bauen. Diese war 415 Kilometer lang und beim Baustaben um die 120.000 Menschen. Der Sinn von diesem Projekt war es eben, die Sklaven und die Menschen zu brechen. Sie wollten den Willen der Leute brechen und das war der einzige Grund, warum diese Brücke gebaut worden ist. Wenn man sich überlegt, wie die Großheit drauf sind, ist es durchaus ein Projekt, was sehr gut zu der One-Piece-Welt passt. Darüber hinaus gibt es die Idee, dass diese Brücke gebaut wird, weil man eben Sorge hat, dass die Red Line zerstört wird, der Meeresspiegel steigt und deswegen braucht man eben eine Brücke, um das Leben zu gewährleisten. Aber ich denke, dass die ganze Nummer mit dem Unterdrücken der Menschen wohl eher zu der One-Piece-Welt passt. Aber es könnte ja auch beides der Fall sein. Shanks und Makino haben ein Baby. Ja, auf der Cover-Page sehen wir, dass Makino ein Kind hat und Oda hat darüber gesagt, dass dieses Kind von diesem Mann ist. Er hat uns quasi den Augenzwinkern gegeben, dass wir alle wissen, wer der Vater von dem Kind ist. Das würde auch sehr gut passen, falls Shanks sterben sollte, dass eben Ruffy am Ende der Story seinen Stroh weitergibt. Ich weiß, es ist ein bisschen cheesy, weil diese Idee haben wir schon tausendmal gehört, aber ja, wäre doch ein Plot, der durchaus passen könnte. Kuinas Treppen. Ich habe ganz zu Anfang das Ding mit Kuina angesprochen, aber es gibt eine weitere Sache und zwar geht man davon aus, dass Kuina, dass sie durch die Treppen gestorben ist, ein Synonym dafür ist, dass sie eben Selbstmord gegangen hat. Denn in Japan ist es so, dass das Sterben durch Treppen ein Synonym sein soll. Ich habe das Ganze aber nochmal nachgeschlagen und es ist auch ein bisschen ein Fan-Ihrtum. Also es gibt keine Erzählungen darüber, dass durch Treppensterben ein Synonym für Selbstmord ist. Was gemacht wird, ist eben, dass in Japan nicht gesagt wird, dass solche Fälle von Selbstmord passieren. Man umschreibt es eben mit etwas anderen, weil seine Kultur nicht angesehen ist, obwohl es so häufig leider in Japan passiert. Ich denke, dass Kuina durch eine einfache Sache wie Treppen gestorben ist, soll in der Story Folgendes bewirken. Kuina war zu dem Zeitpunkt stärker als Zorro. Sie ist aber trotzdem gestorben. Das war eine Lektion für Zorro, um zu lernen, wie wertvoll das Leben ist. Das sagt ja auch ihr Vater. Das Leben eines Menschen ist fragil. Zorro sollte bewusst gemacht werden, dass obwohl Kuina so stark ist, sie sterben konnte. Denn wir Menschen, obwohl wir vielleicht Reichtümer haben, Erfolg haben, stark sind, was auch immer, wir könnten jederzeit sterben, denn das Leben ist vergänglich. Es war eine harte Lektion für Zorro, um das wertschätzen zu können, was er eben hat. Jorkis Schicksal. Jorki war der Käpt'n von Brooks Piratenbande und er wurde irgendwann krank, weswegen er sich von der Bande gesplittet hat. Brook wurde dann der Käpt'n und konnte dann später nur überleben, weil er eben die Frucht gegessen hat. Nach 50 Jahren trat er dann der Strotbande bei und man spekuliert jetzt hier, dass Jorki eventuell immer noch am Leben sein könnte. Er wäre zwar sehr alt, aber möglich wäre es. Sein Gesichtstattoo könnte von Oda eine Sache sein, die er extra designt hat, das, wenn Brook ihn so viele Jahre später widersieht, ihn eindeutig erkennt, auch wenn er alt und schrumpelig geworden ist. Interessanterweise ergeben diese Gezeichen in seinem Gesicht auch seine Namen, also die Kanjis. Viele gehen auch davon aus, dass der alte Mann, der bei Krokus gechillt hat, niemand anderes als eben Jorki sein könnte. Ich denke, Shiki ist wahrscheinlicher, weil der Mantel stimmt, die Haare stimmen und man hat den Kopf bedeckt, weil man eben durch das Steuerrad Shiki sofort erkannt hätte. Es ist trotzdem schwierig zu sagen, ob es wirklich so ist, aber ich denke, Shiki oder Jorki sind gute Gäses darauf, wer diese Person gewesen sein könnte. wir sind angelangt am ultimativen Ende. Jetzt wird's deep Level 8. Imo Folklore Durch den großen Reveal hinter Imo konnten wir einiges mehr über die One Piece Welt verstehen, aber naja, das meiste blieb noch ein bisschen unbekannt. Aber die Fünf Weisen wurden endlich enthüllt und wir sehen, dass sie alle sehr merkwürdige Formen haben. Bei Saturn sehen wir die Form komplett, nämlich eine Spinne. Bei den anderen sehen wir zwar nur Silhouetten, aber wir können das Ganze zuordnen, nämlich zu der alten japanischen Mythologie, zu den Yokais. Wir haben verschiedene Yokais, die genau auf die Designs passen von den Gorosai. Wir haben Geschichten, die genau dazu passen und Oda wird sich sehr wahrscheinlich daran bedient haben. Das sagt uns ja auch, dass Imo vermutlich auch etwas mit alten Geschichten, alten Sagen zu tun haben könnte. Ob die Fünf Weisen nun Teufelsfrüchte gegessen haben oder irgendwas anderes haben, spielt dabei erstmal keine Rolle, weil das können wir gar nicht einschätzen. Wir kommen also zum Umiboso. Nicht nur ist Umi einfach Imo rückwärts, nein, die Geschichte passt ebenfalls. Umibosos sind Wesen, die im Meer leben und Schiffe zum Kentern bringen. Darüber hinaus passt auch die Form des Umiboso sehr doll auf die, die wir von Imsama gesehen haben. Wir haben am Florian Dreieck zwar ähnliche Sachen gesehen, aber ich glaube hier nicht, dass diese Wesen was mit Imsama zu tun haben, sondern uns nur zeigen sollten, dass Oda die Sage des Umiboso kennt, also einfach eine Darstellung. Laut der Mythologie kann der Umiboso auch nur besiegt werden, wenn man ihn in ein bodenloses Fass einsperrt. Ihr kennt das in Mythologien, da sind die Erklärungen, was irgendwas ist oder wie es besiegt werden kann, sehr wacky. Aber wir sehen schon in Kapitel 1, dass Ruffy auf die See sticht, ich kann kein Deutsch, und dort eben ein Sturm auftaucht und er deswegen in ein Fass reingeht. Ich sage hier nicht, dass Imsama damit was zu tun hat und ich sage hier auch nicht, dass Ruffy Imsama mit einem Fass besiegen will, weil das wäre sehr wacky. Ich denke, Oda könnte es trotzdem irgendwie hinbekommen, aber ich finde, vom jetzigen Stand wäre es wacky. Es geht mir nur darum, dass Oda sofort diese Sachen miteinander connected hat. Schon im ersten Kapitel sehen wir, dass Oda diese Sage des Umibosos wenigstens ein bisschen angedeutet hat. Umiboso passt auch ebenfalls sehr gut, weil die Form sich irgendwie immer verändern kann, was ja auch zu Imsama passt. Wir haben ja noch nicht gesehen, wie er komplett aussieht. Ich hoffe immer noch, dass er eine Waifu ist, aber das werden wir sehen. Darüber hinaus denke ich, dass Imsama einfach eine Sammlung von mehreren Dingen sein wird, also nicht nur eine Geschichte. Er kann zum Beispiel auch aus dem Weltall sein. Wir haben auch verschiedene Antagonisten in One Piece, die meiner Meinung nach so ein bisschen das anteasern, was Imsama sein wird. Wir haben zum Beispiel Enel, der einen Gottkomplex hat. Ich denke, Imsama wird sowas ähnliches haben. Wir haben Doflamingo, der nicht nur das Panel wiedergespiegelt hat, sondern auch das Manipulieren von verschiedenen Staaten, also von seinem Staat Dressrosa. Imsama macht das Ganze einfach mit seiner Welt und davor gab es ja auch Charaktere wie Crocodile, Arlong und Taito, die immer jeweils ein Land unterdrückt haben. Ich denke, das Gleiche spricht eben auch für Imsama nur nicht auf ein Land gesprochen, sondern auf einen gesamten oder auf die gesamte Welt. Vorsprung der Teufelsfrüchte. Teufelsfrüchte sind tausend Kapitel später immer noch total mysteriös. Wir wissen, dass man nicht schwimmen kann und dass man allgemein gegen das Meer sehr machtlos ist, weil man quasi den Zorn der Meeresgöttin auf sich gezogen hat. Hier auch wieder interessant, Umiboso, Imsama könnte zusammenhängen, muss aber nicht zusammenhängen. Wie gesagt, es ist wirklich so, dass wir sehr wenig wissen. Wir wissen nur, dass es was mit Seelen zu tun haben. Wir haben die Formulierung, dass man quasi nur eine Seele aufnehmen kann und wir wissen auch von verschiedenen Charakteren, dass sie zu der Frucht hingezogen werden. Eki meinte zum Beispiel, dass die Frucht nach ihm ruft, also mehr oder weniger. Das ist schon sehr, sehr weird, weil es mit Seelen definitiv zu tun haben wird und deswegen auch die Idee, dass eben, wenn ein Teufelsfruchtnutzer stirbt, dass die Seele in die nächstgelegene Frucht geht. Und wir haben auch mit Sabo ein Beispiel, wo Seelen sich vielleicht verschmelzen, weil Sabo nach dem Essen der Teufelsfrucht nach der Feuerfrucht anders wirkt. Also er ist immer noch gleich, aber er wirkt ein wenig verändert. Mit Nika haben wir nochmal eine ganz neue Bedeutung hinter diesem ganzen Seelen-Ding. Aber da muss man sagen, wir wissen, dass das Konzept da ist, aber wir wissen zu wenig, wie sich das zusammensetzt, wie die Seele genau funktioniert und und und. Durch Dr. Vegapunk haben wir die Formulierung bekommen, dass eben Teufelsfrüchte das Potenzial oder die Evolution des menschlichen Potenzials sind. Teufelsfruchtnutzer existieren also in einer anderen Dimension, die vor ihnen jemand erträumt hatte. Ruffys Frucht ist dabei das Paradebeispiel, um das zu erklären. Die Menschen lebten unter Unterdrückung und wünschten sich einen Befreier. Sie wünschten sich den Sonnengott Nika. Dieser Glaube an diesen Nika war so stark, dass irgendwann die Teufelsfrucht entstanden ist. Und so hat man es eben auch mit kleinen Dingen. Bei Doflamingo könnte man quasi sagen, dass sich jemand gewünscht hat, dass er irgendwie andere Menschen manipulieren kann, weil er unterdrückt worden ist. So ist die Fadenfrucht entstanden. Oder vielen Menschen war kalt und sie hatten keine Möglichkeit, irgendwie sich aufzuhören und sind daran gestorben. Da könnte man sagen, so ist die Feuerfrucht entstanden. Also aus einem starken Wunsch von Menschen wurden Teufelsfrüchte. Dann kommt auch die Idee auf, dass eventuell es am Anfang so war, im verlorenen Jahrhundert, dass diese Früchte entstanden sind und die Menschen über dieses Konzept Bescheid gewusst haben. Irgendwann war es dann aber so, dass sie das Ganze nicht mehr dankend angenommen haben, sondern zu gierig geworden sind. Das führte dann dazu, dass sie jeden möglichen kleinen Wunsch hatten und so eben einfachere, dümmere Sachen entstanden sind, wie zum Beispiel die Jackenfrucht, weil die Erklärung, dass dieser Sonnengott Nika entstanden ist oder so etwas wie die Feuerfrucht oder Operationsfrucht, wenn Menschen eben krank sind und man sich eine Möglichkeit gewünscht hat, sie zu heilen, ist ja logisch. Aber man fragt sich dann, wer hat sich denn eine Jacke gewünscht oder irgendwie sowas der Art. Das könnte man aber mit der Gier der Menschheit super erklären, weil die Menschen immer mehr und mehr und mehr und mehr wollten und dann eben banale Wünsche ebenfalls erfüllt worden sind und vielleicht könnte diese Information mit dem Untergang des verordneten Königreichs zusammenhängen. Aber ja, wir wüssten echt wirklich sehr wenig über die Träubelsrüchte. Wir wissen nur, dass sie irgendwie aus Träumen entstanden sind. Wie genau, wissen wir leider immer noch nicht. Aber es bleibt interessant oder revealed eins nach dem nächsten. Urush. Ihr habt alle drauf gewartet, ich hab mich drauf gefreut und wir gehen jetzt rein in den Deep Dive von Urushi. An dieser Stelle einen fetten Shoutout an Dake Seik. Ich hab so ein Video zum Thema Urushi gesehen, ich fand's unfassbar geil. Hier kommen viele Sachen vor, die ich vorher schon sehr oft gehört hab, aber wir machen jetzt einen Urushi Deep Dive. Im Laufe der Story von One Piece haben wir alle Supernova getroffen und alle waren mehr oder weniger Teil von einem Storystrang. Außer Urushi. Er ist der einzige, der nicht aufgetreten ist. Natürlich war er kurz bei Cracker am Start, aber das würde ich jetzt nicht zählen, weil jeder einzelne Super Rookie hatte eine tiefere Rolle als Urushi im Hawking Island Arc und eben das Ding mit Kaido. Aber das war noch nicht alles von Urushi Rolle. Wir wissen, dass der Name seiner Teufelsfrucht noch nicht revealed worden ist und obwohl er der älteste der Supernova ist, hat er das kleinste Kopfgeld, was ja erstmal sehr komisch wirkt. Er ist ein Charakter, der immer lächelt wie eben die Dies. Selbst als die Pazifister damals angegriffen haben und die Supernova komplett outpowered worden sind, also sie hatten keine Chance, war Urushi einer, der immer noch gelacht hat. Wir haben aber Fälle, wo Urushi nicht gelacht hat und zwar als er auf Raijin Island gelandet ist und bei dem Sprung von Kaido. Die Raijin Insel wird hier sehr interessant. Wir wissen nämlich, dass Enel vor acht Jahren Birka zerstört hat. Eben die Heimat von Urushi. Durch die Enel Cover Story wissen wir ebenfalls, dass die Birka sehr wahrscheinlich ebenfalls auf dem Mond gewesen sind. Birkas Vergangenheit wird sehr wahrscheinlich mit der vom Sonnengott zusammenhängen. Edel als auch Urushi und jetzt haltet euch fest, werden sehr wahrscheinlich auf Elbern eine Rolle spielen. Urushi hat nämlich vermutlich versagt, dabei seine Heimat zu retten und Enel hat ihn besiegt. Deswegen reagierte er auf Raijin Island so intensiv, weil ihn genau diese Insel an die Zerstörung seiner Heimat erinnerte. Er hat es eben nicht geschafft, Enel aufzuhalten, ist ins Blaue Meer gefallen und deswegen heißt seine Piratenbande auch die Gefallene Mönche-Piratenbande. Einer der Skypia-Menschen, dieser Boss der Polizei von den Skypia-Leuten, sprach sogar davon, dass es einen sehr, sehr starken Himmelskrieger gab, der es mit Enel aufnehmen wollte, aber gescheitert ist. Im Kampf gegen den Pazifister sehen wir ebenfalls, dass Urushi eindeutig das Observationshaki, also das Mantora, anwendet. Der Grund, warum Enel Birka zerstört hat, könnte daran liegen, dass er ja der Meinung ist, dass niemand im Himmel sein darf, sondern nur er, da er der wahre Gott ist. Das war ja auch der Grund, weswegen er die anderen vernichten wollte, weil nur er im Himmel sein darf und die anderen dort nicht hingehören. Wir wissen, Enel hat eindeutig den starken Gottkomplex. Die Birka haben eine sehr starke Verbindung mit dem Sonnengott Nika. Die Shandir eben auch, deswegen haben sie rebelliert. Was die Skypier-Menschen angeht, wahrscheinlich hat sich Badenas irgendwann so entwickelt, dass der Name Gott nicht mehr eine Sache war, die sie angebetet haben, sondern mehr ein Titel. Ganford sagt ja, dass Gott nur ein Titel für die Skypier-Menschen ist. Deswegen haben sie Enels Schreckensherrschaft eher akzeptiert und wahrscheinlich haben die Birka sehr stark rebelliert und deswegen wurden sie zerstört. Auch zwischen Kuma und Urush gibt es Ähnlichkeiten. Die sind gleich alt, haben einen ähnlichen Körperbau und man könnte hier die These aufstellen, dass Urush eben auch eventuell teilweise ein Buccaneer sein könnte. Würde ich jetzt nicht ganz abwegig finden, aber muss nicht unbedingt sein. Sie haben aber auch Kräfte, die ja doch schon zusammengehören. Kuma kann nämlich zum Beispiel Schmerzen nehmen, also Sachen absorbieren. Urush ist ja auch einer, der absorbiert. Er absorbiert Schläge, die er einsteckt und gibt sie wieder zurück. Bei Urush liegt es sehr, sehr nahe, dass er eventuell so etwas wie eine Kama-Frucht haben könnte. Wir können hier auch die Verknüpfung mit eben Ruffy machen, da Urush bei der Raijin-Insel zum ersten Mal von Gummi gehört hat, denn die Lady dort hat ihnen Regenschirme angeboten. Es ist hier sehr wahrscheinlich, dass diese Regenschirme aus Gummi gemacht sind. Wir wissen ja, dass die Leute aus dem Himmel nicht wissen, was Gummi ist. Das war ja ein komplett neues Konzept für sie. Vielleicht ist Urush zum ersten Mal darauf gekommen, dass er eben Ähnlich besiegen könnte mit Gummi. Wenn er also auf Ruffy trifft, mit ihm vernünftig redet und checkt, was er ist, auch mit der Sonnengott-Verknüpfung wird er ihn bestimmt nicht als Feind sehen, sondern ihm vielleicht helfen und das eine oder andere über die Vergangenheit der Welt erzählen oder über sein Volk, die Birkas. Wir sehen darüber hinaus auf dem Mond, dass die Birkas vermutlich da gewesen sind, weil wir die Wandmalereien sehen. Wir sehen da auch Sachen, die auf die antiken Waffen deuten könnten. Es kann ja gut sein, dass damals die Leute auf dem Mond vor Enel ebenfalls seine Teufelsfrucht gehabt hatten und sie so alles betreiben konnten. Wir sehen ja, dass Enel mit seinem Strom, mit seinem Blitzen alles anmachen konnte. Vielleicht war es ja so, dass sie damals auf dem Mond waren, der Nutzer der Frucht gestorben ist. Sie hatten also nicht mehr diese natürliche Ressource und deswegen mussten die Birka wieder zurück auf die Erde oder allgemein auf die Erde. Das würde ja auch mit dem Willen der Teufelsrüchter zusammenhängen, denn da Enel die Teufelsfrucht bekommen hat, hat er den starken Willen unterbewusst geerbt, dass er auf den Mond möchte, weil er dort eben die Maschinerie wieder antreiben kann. Ihr merkt, dass es sehr viel Wischi-Waschi hin und her, aber das macht alles schon Sinn, dass Urush und Enel zusammenhängen und ich denke auch, dass sie auf Elban auftauchen werden. Also ja, viel Stuff auf einmal, aber wird sehr interessant, wenn wir in den nächsten Arc reinsteuern. Raffys wahrer Traum. Raffi möchte König der Piraten werden, das wissen wir seit Kapitel 1. Aber warum? Wir wissen nicht warum, wir wissen immer noch nicht warum oder macht ein Geheimnis daraus. Wir wissen, dass Ace, Sabo und Shanks Bescheid wissen. Wir wissen, dass er den gleichen Traum hat wie eben Roger, deswegen weiß Yamato auch Bescheid und wir wissen, dass kürzlich seine Crew den wahren Grund erfahren hat und wir dadurch so ein bisschen gehört haben, dass der Traum dumm sein soll. Also stellt man sich die Frage, warum? Will Raffi König der Piraten werden? Was ist der Grund dafür? Aber die Lösung darauf ist sehr naheliegend. Raffi möchte der freiste Mensch der Welt werden, das wissen wir. Also es ist einfach in ihm drin. Aber der Grund, warum er Piratenkönig werden möchte, ist ganz einfach. Er möchte die größte Party der Welt mit allen Leuten schmeißen. Das bedeutet im Umkehrschluss ja, dass sie eben die Welt befreien müssen, denn sie können diese Party erst schmeißen, wenn für alle alles gut ist und keiner mehr in Unterdrückung lebt. Das ist wieder eins zu eins die Kernessenz von Odas Manga. Einfache, simple Schreibweise, die uns auf etwas anderes hinweisen soll. Das wird passieren, ich bin mir absolut sicher. Roger und Raffi hatten den gleichen Traum. Sie wollen die Party schmeißen. Deswegen haben die ganzen anderen Charaktere so darauf reagiert, dass es unmöglich ist, weil sie wissen, man kann die ganze Welt nicht einen. Aber Raffi wird das schaffen, was Roger angefangen hat. Zu 100% wird es genau das sein. Raffi wird seine Freiheit erlangen. Jiu! Dawn. Das Thema Dawn, also Morgan Dameron, kommt sehr oft in One Piece vor. Der Prototyp-Manga von One Piece hieß Roman's Dawn und das erste Chapter hieß ebenfalls Roman's Dawn. Mit der Morgendämmerung ist ein neues Kapitel für die Welt gemeint. Das D, oder besser gesagt, Raffi wird eine neue Morgendämmerung für die Welt hervorbringen und sie aus der ewigen Dunkelheit holen. Pedro hat immer wieder darüber geredet, die Minks haben immer wieder darüber geredet, Tokio hat das Ganze ebenfalls vorausgesagt und es kommt immer wieder und wieder vor. Das Dawn lässt uns sich in Ruhe und wahrscheinlich steht auch das D für eben das Dawn. Also die Menschen, die eben den Sturm bringen werden, wie Lor sagte, oder eben das neue Zeitalter der Welt einleiten werden. Die Strotbande ist eben das Licht, was die Welt retten wird, weil sie eben die Hoffnung sind. Wir sehen ja, dass die Strotbande immer wieder von Land zu Land reist, von Insel zu Insel und diese befreit. Die sind eben die Hoffnung, die sind die Sonne der Welt. Die Sonne spielt hier ebenfalls eine Rolle. Wir wissen ja, dass es den Sonnengott Nika gibt und auch Otohime sprach damals davon, dass die Fischmenschen an die Oberfläche, eben an die Sonne müssen. Natürlich ist damit gemeint, dass sie an die Oberfläche kommen, aber metaphorisch gesehen ist hier damit gemeint, dass sie eben nicht mehr unterdrückt werden und frei leben können. Wir sehen ja auch zum Beispiel das Symbol der Sklaven, was damit überdeckt wird, dass eine Sonne entstanden ist, also das, was Fischer Tiger getan hat. Es gibt unzählige Foreshadowings in dieser Story. Wir sehen ja auch, dass Ruffy einen falschen Gott, nämlich Enel, besiegt und wird dann sehen, dass die Sonne wieder scheint. Also das, was am Ende auf einer großen Bühne erledigen muss. Er muss ihn zwar besiegen, damit die Welt wieder in Sonnenstrahlen erscheinen kann. Also metaphorisch gesehen logisch. Die 1000 Sunnies ebenfalls eine Sonne und das würde sich super gut in Erzählungen machen, dass es damals eine Piratenbande gab, die eben die Sonne wiedergebracht hat, die zur nächsten Morgendämmerung geführt hat und Roger hat das Ganze auch ähnlich formuliert. Er konnte es nur nicht, ja, oder er konnte der Welt keinen Dawn bringen. Dafür ist Ruffy jetzt da, um die Morgendämmerung zu bringen. Ganz einfach gesagt, der Welt geht es nachher wieder gut. Das ist die ganze Story dahinter. Shanks ist ein Himmelstrachen, Mensch. Also in diesem Video waren viele Crack-Theorien dabei und das ist so die Crackigste, aber das Krasse ist, dass dieser Gedanke gar nicht mal so weit hergeholt ist. Wir erfahren nämlich von der Fiegerland-Family im späteren Teil der Story, durch den One-Piece-Film Red, weil die fünf Weisen darüber reden, dass Shanks Tochter Uta, die nicht seine leibliche Tochter ist, ebenfalls Teil der Fiegerland-Familie sein könnte. Wir sehen darüber hinaus auch Sankt Garling, der ebenfalls Teil der Fiegerland-Family ist. Er ist das Oberhaupt und wir wissen von ihm nicht so viel, sondern nur, dass er damals ähnlich aussah wie Shanks, dass er eine Family hat, die unter anderem die Holy Knights sind, die eben die krasseste Instanz der Himmelsdrachen-Menschen sind und immer nur eingeschaltet werden, wenn es wirklich sehr brenzlig wird. Und wir haben den God Valley-Vorfall, wo es darum geht, dass eine Menschenjagd veranstaltet worden ist. Wir haben noch nicht den Flashback bekommen, was passiert ist. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass Sankt Garling, also vermutlich Shanks Vater, einer der krassesten Leute dort war und sich den Titel Champion gesichert hat. Die Idee wäre jetzt hier, dass wir natürlich wissen, dass bei diesem Vorfall Teufelsfrüchte angeboten worden sind als Preise. Vielleicht hat eben Sankt Garling seine Söhne oder seine Kinder mitgebracht, weil er ihnen Teufelsfrüchte geben wollte. Und wir wissen ja, dass der Vorfall sich ereignet hatte, dass die Roger-Piratenbande, die Selig-Piratenbande und eben die Marine gefeiert haben. Außerdem haben wir auch gesehen, dass Rogers-Piratenbande Shanks in einer Kiste aufgefunden hat. Das würde vor allem erklären, warum Shanks in der Lage dazu war, den Krieg der Besten zu stoppen. Sengoku meinte ja vom Wortlaut her, weil du es bist. Das war eine Sache, wo wir dachten, weil er ein Kaiser ist, aber eventuell bezieht sich das darauf, dass Shanks eben von nobler Abstammung ist. Das könnte auch erklären, warum eben Shanks eine Audienz bei den Fünf Waisen bekommen hat. Hier muss man aber sagen, Ode hat extra die andere Seite von Shanks gezeigt. Die Seite, wo wir keine Narbe sehen. Das ist schon ein Detail, was sehr auffällt. Also es könnte gut sein, dass wir hier nicht Shanks gesehen haben, sondern seinen Zwillingsbruder. Ich weiß, crackig, aber wenn wir uns den Verlauf dieser Serie anschauen, ist es wirklich möglich. Es kann gut sein. Und ja, dass Shanks, wie gesagt, mit seinen roten Haaren, mit seinen Auftreten und mit seinen Flashback, der Sohn ist von Fiegerland, von St. Garling, diesen Anführer, ist sehr wahrscheinlich. Es ist super wahrscheinlich. Und da ist die Frage, wie wird die Story ausgehen? Wird er sterben? Wird einer von den Holy Knights oder seinen Daddy umbringen oder was passiert und hat Shanks seinen Zwillingsbruder? Aber alles scheint, stand jetzt sehr wahrscheinlich und das macht ja auch Sinn, weil Oda uns den God Valley Vorfall extra noch nicht gezeigt hat, weil er vermutlich diese Information noch unter Verschluss halten möchte. Roxy Zabek lebt noch. Also er ist halt nicht Confirmed Dead. Er ist eine sehr wichtige Persönlichkeit für One Piece und wir haben nicht einen Schluss zu ihm bekommen. Also sehr wahrscheinlich, dass er noch am Leben sein könnte. Darüber hinaus wissen wir, dass Blackbeards Schiff oder einer seiner Schiffe Zabeks Säbel heißt. Sehr, sehr verdächtig. Und wir wissen ja, dass Blackbeard eben nach der Frucht von Boa Hancock her war und er dann aufgegeben hat, als er erfahren hat, dass die Versteinerungen nicht vom nächsten Nutzer aufgehoben werden können. Also wenn Boa Hancock jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, und Katharina Devon versteinern würde und dann würde Blackbeard ihre Frucht halt absorbieren, nehmen wir mal diesen Fall an, dann könnte er die Versteinerung nicht auflösen. Das war damit gemeint. Und als er das erfahren hat, hat er ja aufgegeben, diese Frucht, naja, zu bekommen. Vielleicht ist Zabek versteinert, Blackbeard weiß es und wollte ihn entsteinern. Abseits davon kann es natürlich sein, dass Oda einen Edo Tensei droppt und so Zabek zurückbringt. Also irgendwie ist es komisch. Der Typ ist noch irgendwie in der Story, es fühlt sich so an, dass er zurückkehrt. Vielleicht ist er ja der Mann mit der Augenklappe, aber keine Ahnung, irgendwas wird noch zu ihm kommen. Es gibt so viele Teufelskräfte und Möglichkeiten, ihn noch reinzubringen. Deswegen, wir werden mal sehen. Vielleicht taucht er noch auf und vielleicht haben wir ihn schon längst auf Impel Down gesehen. Okay, nein, haben wir ihn nicht, aber der Typ sieht halt eh nicht aus. Die One Piece Story ist von einem Anime aus 1982. Der Anime The Mysterious Cities of Gold ist super interessant in Bezug auf One Piece, weil viele Elemente von diesem Anime in One Piece auftauchen. Deswegen wundert euch nicht, dass ich ein bisschen mehr aufs Skript schaue, weil es ist wirklich extrem viel. Der Held der Geschichte ist Esteban und er ist das sogenannte Kind der Sonne. Ein Seemann hat ihm versprochen, ihn auf seinen Reisen mitzunehmen. Dazu kommt es nicht und er bekommt von ihm ein Amulett, was ein Objekt ist, was für ihn von großer Bedeutung ist. Sehr, sehr ähnlich zu der Shanks Story. Esteban segelt in die neue Welt und beginnt seine Reise mit einem Schiff, mit einem Lammkopf. Er möchte dabei die Goldene Stadt finden. Auf dem Weg trifft er eine junge Dame namens Zia. Sie ist die Überlebende eines alten Stammes und sie ist in der Lage dazu, die alte Sprache zu lesen. Ihr Stamm wurde von einer unglaublichen Macht vernichtet und die Insel wurde zu Asche verbrannt. Um die Goldene Stadt zu finden, müssen sie genauso wie bei Love Tale vier Punkte auf der Karte verbinden. Auf ihrer Reise schließen sich immer mehr Leute an und andere Dinge, die in One Piece passieren, passieren hier ebenfalls, wie zum Beispiel, dass Esteban auch auf einen Stamm von Amazonen trifft. Sie finden sogar eine antike Waffe, nämlich ein Schiff, was viel weiter fortgeschritte Technologie besitzt. Die Gallionsfigur ist dabei ein Löwenkopf. Wir erfahren dann, dass hinter der Tragödie von Zia eine mächtige Alien-Zivilisation steckt, nämlich die All-Mags, die damals auf die Erde kamen und alle anderen Rassen versklavt haben. Seit hunderten von Jahren haben sie die Kontrolle und sie wollen unbedingt die Goldene Stadt finden. Als Esteban dann nach Love Tale, also zur Goldenen Stadt, gelangt, trifft er dabei einen Mann mit einer Sonnenmaske. Dieser Mann ist niemand anderes als sein Vater und erzählt ihnen die wahre Geschichte dieser Welt. Außerdem sind sie die Nachfahren eines wichtigen Kultes. Er erklärt ihnen dann, dass ihr altes Königreich hochtechnologisiert war, weil sie eben weitentwickelte Solarenergie nutzten und deswegen waren sie auch als die Sonnenmenschen bekannt. Sie haben die Goldene Stadt überall auf der Welt errichtet und der Grund für den Krieg war ein so dummer, dass sie ihn über die Jahre vergessen haben. Diesen Plot hat Oda zum Beispiel bei Boogie und Woogie benutzt. Die haben ja gegeneinander gekämpft und wussten irgendwann nicht mehr, warum sie gekämpft haben. Also klassisch. Das ist immer übertragen im Sinne dafür, dass Menschen immer den Hass von ihren Vorfahren mit sich tragen und dann gegeneinander kämpfen und andere Menschen hassen, aber gar nicht wirklich wissen, warum. Sie haben es nur beigebracht bekommen, dass sie diese anderen Menschen hassen müssen. Wir entdecken dann, dass das Amulett von Esteban ein Schlüssel war, um eben zur Golden Stadt, also im übertragenen Sinne, zum One Piece zu kommen. Am Ende sehen wir dann Esteban vor einer Kulisse, die uns unfassbar bekannt vorkommt, nämlich dem Hintergrund des One Piece Memories Ending. Das Ending, was gespielt worden ist, Jahre später, als Gold Roger das One Piece gefunden hat. Estebans Vater ist dann auch gestorben und in der Welt bracht dann ein großer Krieg aus. Wir sehen aber nicht, wie es weiter fortgesetzt wird. Also, Oda hat einfach mal eine Fortsetzung geschrieben, weil er seine Fortsetzung, seine Lieblingsserie, gefühlt nicht bekommen hat. Ihr merkt, viele, 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 viele Sachen sind hier drin, ich denke, Oda hat sich eindeutig von dieser ganzen Geschichte inspirieren lassen. Was nicht schlimm ist, aber hier sind einige Sachen drin, die sehr gut auf die One Piece Story passen. Deswegen bin ich umso gespannter, wie das Ganze zu Ende geht. Motherflame. Die Motherflame ist eine Substanz oder irgendeine Art Antrieb, die von Vegapunk in einem Kraftwerk auf Egghead Island hergestellt worden ist. Nur Vegapunk ist in der Lage, diese herzustellen und deswegen haben die Femme beweisen sich auch auf den Deal mit York eingelassen, weil sie diese Motherflame unbedingt in die Hände kriegen wollen. Ob die Motherflame etwas ist, was Vegapunk erfunden hat, oder ob sie irgendwas mit der Entdeckung des verlorenen Jahrhunderts zu tun hat, ist noch nicht ganz klar. Man geht davon aus, dass Emo die Motherflame benutzt hat, um eben Luluzia zu zerstören. Das Ding ist aber, Vegapunk würde niemals eine Massenvernichtungswaffe herstellen, deswegen ist dieser Punkt ebenfalls sehr, sehr unklar. Es kann aber auch gut sein, dass die Leute nicht zerstört worden sind, sondern lediglich teleportiert worden sind. Interessant ist ja auch, dass nach dem Zerstören von Luluzia die ganze Insel verschwunden war und eben ein Krater entstanden ist, genauso wie bei Enis Lobby. Und wir wissen ja auch, dass Enis Lobby eventuell etwas mit Love Day zu tun haben könnte. Deswegen kann man annehmen, dass das Objekt, was Emo benutzt hat, also der Laser, etwas ist, was älter ist als Vegapunk und er Vegapunk eine Möglichkeit gefunden hat, diese alte Waffe wieder anzutreiben. One Piece Mega League, es wird wild, pass auf, es gab einen Leak zu One Piece, der besagt hat, dass, naja, sie wissen, wie One Piece endet, wie es weitergeht, bla bla bla. Ich habe jetzt mal ein paar Punkte rausgeschrieben, nur um euch mal eine Idee zu geben, wie das sein könnte, was in diesem Mega League drin ist. Der wird sehr wahrscheinlich nicht stimmen, aber es ist für mich absolut freaky, das nochmal durchzugehen. Also, Frankie bekommt die Kumafrucht, Raffi reist zurück und trifft Duras, den Prinzen des antiken Königreich. Duras ist auch Imus jüngerer Bruder. Imo wollte nicht, dass Duras der König wird und schloss sich deswegen mit 20 Königin gegen ihn. Hinter dem großen Strohut in Imsummers Keller liegt auch der Schatz von Mary Joa, eine Batterie. Deswegen ist dort auch alles kalt, damit die Batterie eben weiter intakt bleibt. Blackbeard wird auch gegen Shanks kämpfen und geht nach Vano, um sich Pluton zu holen. Die Marine wird sich spalten, in eben Sword und Marine, Akaino wird dabei sterben. Teufelsfrüchte werden am Ende der Story komplett verschwinden. Was das verlorene Jahrhundert angeht, haben wir folgende Erklärung. Das Schiff Uranus ist gegen das antike Königreich gecrashed, weswegen eine große Flut entstanden ist, die alles zerstörte. Der Kontinent ist in mehreren Inseln gebrochen und der Staub davon hat die Sonne 100 Jahre lang blockiert. Sie haben also in Dunkelheit gelebt und gehofft, dass der Sonnengott zurückkehrt, so ist die Sage davon entstanden. Shanks ist in Wahrheit auch ein Tendry Obito, also Himmelsdrachenmensch. Enel kommt wieder und wird zur Kraftquelle für die Gorosai, tritt aber später Ruffys Allianz bei. Big Mom und Kaido werden ebenfalls Ruffys Allianz beitreten. Darüber hinaus gibt es vier Götter, nämlich den Sonnengott Ruffy, den Regengott Dragon, den Erdengott jemand der Fiegerland Family und einen Gott des Waldes. Also eine Frau, aber nicht Admiral Greenbull. Vor dem verlorenen Jahrhundert herrschten auch Hunger und Plagen auf der Erde, weswegen Leute aus dem Weltall kamen und halt Bäume auf der Erde gepflanzt haben. Die Hoffnung der Menschen wurde dadurch größer und so tauchten magische Früchte auf. Erst waren es dabei vier, eben die vier genannten Götterfrüchte. Das Leben wurde mit den vier Göttern besser, aber die Menschen waren nie wirklich zufrieden. So entstanden noch mehr Früchte und sie wurden immer gieriger und es waren immer mehr Früchte, die auf negativen Gefühlen basierten, wie zum Beispiel die Finsternis Frucht. Nach dem Egghead Arc geht es nach Elban, wo wir einige Bücher von Ohara finden werden. Bonnie und Ruffy werden auch ihre Früchte kombinieren und so eine Reise in die Vergangenheit ermöglichen und darüber hinaus passiert noch viel, viel, viel mehr. Also bei dieser Mega League merkt ihr ja durch dieses Eisberg Video, dass viele Punkte auftauchen, die wir in anderen Formen schon gehabt hatten, wie zum Beispiel mit den Teufelsfrüchten, dass die Menschen gieriger geworden sind. Also es gibt viele Elemente, die einfach oder auf die Fans schon gekommen sind. Deswegen kann es einfach eine Kombination sein aus vielen Fan Theorien. Aber vielleicht gibt es den magischen Schweizer Mitarbeiter, der alles weiß und geleakt hat. Wer weiß, Weltraumpiraten. Ja, also es gibt halt Weltraumpiraten in One Piece. Die tauchen nicht so wirklich im Anime oder Manga auf, aber in Enels Cover Story. Und ich weiß immer noch nicht, ob die eine Rolle spielen werden in One Piece. Könnte sein, muss aber nicht sein. Vielleicht wird es der große Reveal am Ende, dass wie bei Boruto oder Naruto es am Ende nochmal in Weltall geht. Also ich hoffe Inspiration bei anderen Werken zu suchen ist keine Seltenheit da ist oder auch keine Ausnahme. Für One Piece fiel dabei sein Blick unter anderem auf die deutsch-japanische Co-Produktion Wiki und die starken Männer. Der Anime wurde vom ZDF und ORF unter der Führung des Kinder- und Jugendprogramm Direktors Josef Göhlen bei Suyu Enterprise in Auftrag gegeben. Das japanische Animationsstudio welches später zu Nippon Animation wird welches unter anderem für Heidi verantwortlich war. Hier und in Japan lief die Serie ab 1974 und irgendwann später hat Oda den Anime lieben gelernt. Und wie er selbst gemeint hat gab es bei One Piece so einen gewissen Einfluss durch Wiki und die starken Männer. Wikinger sind zwar nicht gleich Piraten aber eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden und besonders interessant wird es wenn wir einen Blick auf die Krieger von Elban werfen die sind ja unverkennbar ein Wikinger Volk bei denen der Einfluss durch Wiki stark zu spüren ist mal abgesehen von den typischen Wikinger Kram wie Kleidung Architektur oder vor allem den Kämpferstolz erinnern nämlich die Riesen Oimo und Kasi ziemlich stark an Tjore und Snorre aus Wikis Wikinger Crew Außerdem Tricks in einer Bar im Manga Kapitel 1076 einen sehr jungen Elban Krieger der vom Charakter Design sehr stark an Wik selbst erinnert und der Shanks sehr gerne auf hohe See begleiten möchte so wie Ruffy am Anfang Ruffy hat offensichtlich nicht sehr viele Gemeinsamkeiten mit Wik 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 ist eher schwach dafür aber schlau und gerissen während Ruffy Nun ja Ruffy ist nun mal Ruffy aber zumindest beide verspüren den dringenden Wunsch als Kind aufs hohe Meer zu segeln um das zu erreichen fläht Ruffy Shanks an und Vicky sein Vater beide sind dabei zumindest erst mal sehr erfolglos neben ein paar Side Stories aus Wik und die starken Männer die wir in ähnlicher Form auch in One Piece wiederfinden haben wir da noch die beiden Openings der Serien In Deutschland haben wir ein selbst gebasteltes Intro bekommen mit Szenen direkt aus den einzelnen Folgen selbst und dem kultigen Hit Hey Hey Vicky Hey Vicky Hey Während in Japan ein komplett neu animiertes Opening lief und da fallen gerade Ausschnitte ins Auge wie ein springendes Schiff welches über eine Seekarte hüpft Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor Oder wie wäre es mit einem Schiff und einem riesigen Seeungeheuer und wenn wir etwas weiter ausholen haben wir auch ein fliegendes Schiff Es gibt also die ein oder andere Ecke in One Piece wo man Odas Liebe und Einfluss zu dem 70er Jahre Anime deutlich spüren kann Aber was soll man dagegen auch sagen Wikinger rocken einfach Zorro jagt Ruffys Kopfgeld Habt ihr das größte Kopfgeld aller Zeiten kassieren Was ist das One Piece und wir sind angelangt der Kreis schließt sich mit der ersten Frage kommen wir zur letzten mit dem One Piece Es wird sehr big wir gehen deep dive rein Leute haltet euch fest Schon 2019 sagte Oder dass das One Piece auf jeden Fall etwas physisches sein wollte weil er mit der Zauberer von Oz unzufrieden war weil am Ende klar wurde dass das Abenteuer der Schatz war Das fand er nicht so geil deswegen wird das besser machen Wir wissen bis jetzt nur dass Roger auf die letzte Insel kam und schon alles erfahren hat was das verlorene Königlich angeht was der Wille des Dees und 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 aber er war zu früh Wir wissen aber immer noch nicht warum er zu früh war Wir wissen dass das One Piece also etwas war was noch nicht bereit war und damit werden wir auch ein wenig japanisch passt auf Bei der Schreibweise von dem One Piece gibt es noch eine weitere Beschreibung die immer mit gesagt wird und die sehr interessant wird Es wird nämlich nicht nur von dem One Piece geredet sondern auch von dem Hitotsunagi no Daichiho Das kann so etwas heißen wie der große versteckte Schatz Wort mehrere Bedeutungen haben kann Erstmal Hitotsunagi etwas in einem Stück aber auch Hitotsunagi etwas das Menschen also Hito miteinander verbindet was extrem viel Sinn macht weil im One Piece Logo ebenfalls eine Art Seil ist was die Menschen verbinden soll und Seile werden in Japan ja oft verwendet um diese Bindung zu visualisieren oder auch Hitotsunagi ein See in einem Stück was wiederum hier mit der Zerstörung der Redline zu tun hat dass eben alle Seen ineinander laufen und wir dann eben den See haben in einem Stück Das One Piece wird auf jeden Fall eine physische Sache sein also bitte versteht diesen Punkt ja nicht falsch aber es ist auch darauf bezogen dass die ganze Welt das One Piece sein kann oder dass die ganzen Menschen das One Piece sind es gibt einen großen Hinweis auf das One Piece nämlich selbst von oder geschrieben die letzte Zeile des Lied ist ja auch Warai Banashi was übersetzt eine Geschichte die zum Lachen bringt bedeutet eben Love Tale Brooks Leute haben gesungen und wussten dass sie sterben würden sie haben aber trotzdem gelächelt weil sie ganz genau wussten dass ihre Träume von der nächsten Generation weiter getragen werden das ist Bing Seik im eben Kern Bing Seik soll ein Song sein von Joy Boy der dazu dient die Menschen miteinander zu vereinen der YouTuber Arthur Library of Ohara hat das Ganze unfassbar gut decoded und man kann sich schon wirklich sicher sein dass das Ganze mit dem Ende zu tun haben wird ich werde jetzt ein bisschen die Verse durchlesen von eben diesem Song und das Ganze dann für euch mehr oder weniger verknüpfen also Let's go to deliver Bing Seik Let the sea breeze and the waves carry us beyond the tide the sunset goes wild a song of birds drawn in circles to the sky sunset goes wild bezieht sich auf Joy Boy der es nicht geschafft hat die Menschen zu vereinen der eben nicht die Morgendämmerung bringen konnte Beyond the tide bezieht sich auf einen Sturm einer neuen Generation eben das was Lore angesprochen hatte Dragon hat ebenfalls mal eine ähnliche Formulierung zu diesem Thema gehabt die Vogel kann man auch darauf beziehen dass die Vögel eben einen Kreis im Himmel bilden damit ist das Wappen des Kozuki Clan gemeint der eben wichtig ist bezogen auf die Ponyglyphe und der wahren Enthüllung der Geschichte der zweite Verse Goodbye Port Town Goodbye My Hometown Singing With A Song Of A Ship Sailing Gold and Silver Waves To They Spray Back Into The Blue We Are Going To Split The Seas Goodbye My Hometown könnte auf das verlorene Jahrhundert bezogen sein Don ist etwas was immer wieder in One Piece auftaucht zum Beispiel über Blackbeats Rede der Träume haben den Sound Effekt Don Don könnte aber auch mit Dawn zusammenhängen We Are Going To Split The Sea hat Oden selber So in der City gesagt und ist eben ein Hinweis auf den All Blue The Storm has come through A Far away Sky The Waves are dancing Sound The drums If you lose your nerve This breath could be your last There is no way tomorrow 's morning sun won't rise Hier haben wieder den Sturm der oft angesprochen worden ist und eben auch den song der drums also Sonnengott Nika Dann Let's go to deliver Binks sake It will happen one day the evening dream a shadow waving by that I will never meet again but what are you brooding for tomorrow the night moon will still be there Die Schatten sind bezogen auf die Menschen die bereits gestorben sind Doch sie werden niemals wirklich komplett weg sein auch mal mit dieser Symbolik zusammen geworfen der night moon steht hier eben für die verstorbenen die trotzdem immer noch bei uns sind deswegen ist dieser ganze song auch ein song der egal wie traurig die Zustände sind nicht zum weinen ist sondern zum lachen und der letzte verse let's go to deliver binks sake let's sing with a don a song of sea it doesn't matter who are we all end up as bones und der letzte satz in never ending ever wandering love tale wir alle sind teil dieser geschichte binks sake ist love tale eben die geschichte die überliefert worden ist artha hat diesen ganzen text den wir haben mal umformuliert und die ganzen interpretationen in text umgewandelt dieser ganze text binks könnte also wie folgt lauten let's go to deliver binks sake the sun is setting and our kingdom is coming to an end but the song will be preserved by the kozuki clan we must say goodbye to our hometown however one day we are going to split the seas by destroying the red line and the grand line the storm of the deep will come as will the swell of an error but there is no way the dawn won't come and the sun won't rise our dreams before the sunset will happen one day those who have left us behind wave us goodbye but why be so sad because those who have died will still be there tomorrow when the sun rises let's sing about one dawn a song of the all blue because even if we die we all live on as long as our dreams are remembered just like this never ending ever wondering love tale und ich weiß ihr fühlt euch gerade wieder in der englisch klasse es tut mir leid aber das macht einfach nur sinn wenn wir es auf englisch lassen außerdem das war echt viel wir sind zwei Stunden deep im video ich hatte keinen bock auf deutsch zu übersetzen deswegen ist es jetzt so also dieser song ist ein song um menschen zu vereinen dieser song ist eine Geschichte darüber was passiert ist aber eben versteckt und es ist sehr wahrscheinlich dass eben am one piece oder auf love tale sake sein wird einfach nur sake der eben noch nicht bereit war als roger da war sake oder alkohol ist eine Sache die in der japanischen kultur eine wichtige rolle spielt sake ist eine Sache die Menschen zusammenkommen lässt und eine schöne Zeit erleben lässt wir sehen innerhalb der Story dass Sake oder Alkohol immer wieder auftaucht wir haben Ruffys Bruderschwur wir haben Partys wir haben das Trinken bei der Allianz beim Versprechen ihrer Träumer bei Doc Bay das Tod als Blackbeard sagte dass Träume existieren und immer 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 wieder taucht eben diese Symbolik des Sake auf des Miteinander des Zusammenkommen des Träume zusammen erleben die Menschen werden immer wieder Konflikte miteinander haben weil sie noch nicht vereint worden sind und Ruffy kann etwas was uns vereint wir die Fans werden vereint wir werden Freunde durch One Piece weil wir über One Piece reden weil wir über diese Leidenschaft reden und auch wir werden dann zu einem Stück einer Einheit einer Community oder hat mit dem Wort One Piece so viele Bedeutungen zusammengepackt es wird was sein beim One Piece was wahnbrechend ist was weltbewegend ist was die Story von One Piece verändern wird aber es geht auch um dieses durch die Lektion die uns One Piece mitgibt nicht mehr Diskriminierung Unterdrückung Rassismus und so weiter und so fort verfallen man könnte noch ewig lang über dieses ganze Thema reden es ist unfassbar lang und was Oda macht ist einfach oder was das One Piece ist ist einfach alles was diese Story widerspiegeln soll ob Gear 5 ob andere Sachen ob das One Piece es geht immer darum dass Oda eine lustige einfache Geschichte erzählt um uns tiefere Themen mitzugeben und deswegen wird One Piece sehr wahrscheinlich der ultimative Shonen sein der von jungen alt enjoyed werden kann und was soll ich sagen es ist unfassbar ich habe durch dieses ganze Video einfach One Piece noch mehr lieben gelernt meine Damen und Herren das war für euch der One Piece Eisberg ich bin gestorben mein ganzes Team ist gestorben bei diesem Video hier aber ich hoffe euch hat es gefallen deswegen lasst einen Daumen nach oben da Abo auf dem Kanal und gebt mir gerne Feedback zu allen Punkten auf dieser Liste hier ich bin damit raus wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bis zum nächsten Mal haut rein